Wir müssen noch einmal diesen Banger hören, einmal diesen Banger. Vielen Dank. 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 Bye. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Hooligans, Alter, das nervt einfach. Nervt. Und man weiß im Nachhinein immer, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat, gewisse Leute dann einfach wegzubannen und so Shit. Wenn ich mir beim Discord meinen Mod-Kanal angucke und den Bannungsantrag, der da gestern Abend noch reingekommen ist, mal drüber wegschauen, dass ich es, so wie sich jeder andere auch, nicht feiere, wenn man persönlich angegriffen und beleidigt wird. Doch, Bruder, geh dich löschen, immer noch. Ich weiß, dass du das hören wirst. Lösch dich einfach. Kann ich sagen, dass meine Aussage, für die ich vom Streamer gebannt wurde, ausschließlich auf die IC-Situation und die IC-Vergangenheit des Schars im RP abgezielt hat? Achso, also wenn man woanders hingeht und sagt, du kannst nur schießen, wie die scheiß Ballers, hat das nur was mit der IC-Situation zu tun. Man greift also nicht den Menschen da an, dass er irgendwelche Fehlentscheidungen in seinen Augen trifft. Weil er das als Zuschauer nicht so fühlt, wie der Streamer spielt. Okay? Geh doch davon aus, dass es erlaubt ist, über Handlungen im RP auch mal mit einer gewissen Ironie einzugehen. Ja, für deine gewisse Ironie gibt es Emotes. Sowas wie ein Kappa oder so, dass man das auch verstehen kann, weil man hier keine Mimik hat. Und andere Sachen. Die Wandlung des Schars IC durch den Schrank ist doch nachvollziehbar und absolut fein. Dann frag egal. Aber sowas kriegen wir dann halt rein. Warum werde ich ihn gebannt und persönlich angegriffen? Das hat doch nur was mit IC-Sachen zu tun. Spiel halt anders. Hör auf, NPC zu den Leuten zu sagen, obwohl das Neighbor und Panda-Click ist. Was wir vor vier Wochen irgendwie reingebracht haben ins RP. Und das nichts mit den NPCs so zu tun hat, wie das benutzt wird. Hör auf damit. Auch dies nicht. Ach, das sehen es nicht. Ich schieße auch einen DC in die Fresse, wenn ich das will. Ich schieße jeden auf dem Server in die Fresse, wenn er in den RP passt. Und ich das will. So sieht es nämlich aus. Genau wie mir in die Fresse geschossen wird, wenn die das wollen. Aber ich werde der Letzte sein und darüber rumholen. Und das sollen die Leute, die hier zugucken, auch nicht tun. Die sollen sich lieber darüber freuen, dass dadurch irgendwie Stress entsteht. Aber du schießt dem DC ja dann nur in die Fresse wegen Reichweite. Hä? Hä? Scheißköln ist noch immer nur Ärger. Und was viele von euch auch nicht gesehen haben oder von den Leuten, die sich beschweren, der eine Typ von Sandro Leuten ist mit einer Knarre ausgestiegen. Guckt euch das an. Guckt euch, weiß ich nicht, Karrion oder so. Ich glaube, Arthur hat gestern gar nicht gestreamt. Zumindest nicht, als ich ihn hosten wollte, war der nicht mehr online. Dann guckt Karrion oder so. Der eine ist mit Knarre ausgestiegen und deshalb habe ich meine gezogen. Und ich lasse mich mit Sicherheit nicht one-hitten von einem Baseballschläger. Mit vier Mann, wenn wir zu zweit sind. Da wird geschutet. So. Cruisy, Dankeschön für den Prime-Sub im 59. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt alle gut gegessen. Ich leide heute nicht so viel, aber wird schon passen. Morgen und Montag ist eh Deutsch. Da kann ich wieder Energie auftanken. Und mal gucken, was heute passiert. Ich hoffe, dass wir ein paar Leute rekrutieren können. Ja, aber du hättest der RP machen können und direkt so schießen. Nee. Ich weiß, ich weiß, dass du reintrollst, Joshua. Und ich weiß aber, dass viele auch so denken, wie du, was du gerade geschrieben hast, obwohl das ein Troll ist. Aber nee. Hätte ich nicht geschossen, wären die auf uns gejumpt und hätten uns einfach kaputt geschlagen. Mit ihren Baseballschlägern. Das ist es nämlich. Aber das wissen Leute, die selber noch nie RP gespielt haben, weil sie dazu gar nicht in der Lage sind, weil sie sich wahrscheinlich in die Hose pissen würden, Alter, vor Aufregung, wenn ein Stay oder so vor denen stehen würde. Oder sonst irgendwelche Streamer, wo sie Fans sind. Die können sowas nicht wissen. Weißt du, was ich meine? Die können halt gar nicht voraussehen. Ich muss das Video da so zu Ende schauen. Ja, ja, macht das. Boah, ey. Der Dings war richtig gut. Gestern noch dieser Alfonso Kaiser oder wie der hieß und der Apache auch. Obwohl ich ja dachte, der Apache hängt beim AOD ab, ne? Oder sind da zwei unterschiedliche Charakter? Weil der hängt da auch so so einer ab. Mit diesen Haaren und so. Kann nur sein, dass ich den verwechsel. Auf jeden Fall meinte ich, den gesehen im Zweifel. Warum, oder? Ich hätte so bis niemanden Rechtschaft schuldig. Die Leute müssen mit der Entscheidung OC klarkommen. Ich erzähle das nur für euch. Ich labere immer darüber, weil ich verhindern möchte, dass welche, die, wie ich gerade schon gesagt habe, die hier zugucken oder woanders zugucken, in andere Streams gehen und dann rumholen, weil ihr Lieblingsstream irgendwie abgeknallt wird oder so ein Scheiß. Steigert euch da nicht so sehr rein. Lasst uns einfach als Streamer zocken und lasst euch zum Lachen bringen. Oder lasst euch unterhalten durch die Filme, die geschoben werden. Und chillt einfach für dich. Mach das bitte nicht. Mach das bitte, bitte nicht. Das ist super unangenehm. Das ist oft irgendwie der Papa, das der Pist. Nö. Ich spiele halt einfach absolut lange schon und deshalb, wir kennen das doch alle schon. Erinnert euch an damals so. Damals war das sogar noch schlimmer. Ich habe alle schon weggeflampt. Pennen eh alle, ja. Ja, die pennen ja nicht. Die gucken ja zu, Oma. Einfach nicht machen. Manchmal ist man tilted so, aber dann sollte man den Streamer dann überlassen, anstatt der Chat sich da einmischt. Ne? Donnerstag Freitag habe ich gekillt, nach der Nachtschicht angemacht und dank der Lachkrämpfe konnte ich bis 12 Uhr oder so nicht einpinnen. War grandioses Kino. Ja, manchmal ein bisschen zu drüber, aber da werden wir schon eine Balance finden. Ich bin tilt, dass Space nicht kommen kann. Ja, selber schuld. Ich habe den Space vorhin ausgelacht. Selber schuld. Was ist los? Was habe ich verpasst? Wir hatten gestern, wir haben gestern Krieg angefangen mit den Amigos mit Sandro. Dann haben Pinsel und ich haben geschossen. Ich habe zuerst geschossen und dann kam hier einer. Es war auch nicht so viel. Es kam hier einer in den Chat drüber. Der aber auch noch VIP bei Sandro ist und so. Wahrscheinlich hat er da ein paar Gifted Subs reingehauen und hat VIP-Status bekommen dafür. Der hier dann reingeflamed hat. Hätte ich schon Hogwarts gekauft? Nee, mache ich morgen alles. Alles ganz in Ruhe und aufentspannt. Ich hoffe, kann man das eigentlich schon runterladen, wenn man das vorbestellt? Chat, wisst ihr das? Das wäre cool zu wissen. Kann nur sein, dass er hier schon die ganze Zeit auch abhängt und auch mehrere Chats offen, mit Streams offen hat. Weiß ich nicht. Habt ihr noch nie geschrieben sehen? Ist mir auch egal. Der eine schreibt ja, geht. Der andere schreibt nein. Was nun? Egal, ich hole da trotzdem morgen. Ich muss nämlich so Platte auf Platte Dings machen. Ich habe nur eine SSD, Alter, mit 500 Gigabyte. Ich muss andere und irgendwelche Spiele immer deinstallieren. Nur auf Xbox? Okay. Hat Joko mich also getrollt? Gut zu wissen. Ich gehört jetzt raus aus Los Santos. Wann der P abstimmen? Okay. War ein Dead Space Dream Lucky. Ach, der Lucky. Der Lucky kommt auch wieder ins LP, hat er gesagt. Aber der will, weil der Nummer 1 Trend momentan Rocker ist und den Rocker spielen. ich glaube Cooper und so. Ich glaube, die wurden auch sogar schon angenommen. Ich habe aber keine Ahnung, was die vorhaben auf dem Server. Die haben auch schon super lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, Homestead oder so war Coopas letzter Server, oder? Lucky war nicht Tyrese. Tyrese war Tyrese. Lucky war JFK. Der Jufke. Aber der will auch mal wieder reingucken. Und Crack auch. Ich glaube sogar, der Tyrese auch whitelisted ist, aber der noch nie drauf war. Der wollte ja auch mal wieder rumkommen. Alle haben Bock aufs Sektor. Ich glaube, Kokosananas da flackig war ekelhaft. Das machst du doch bestimmt nur für eine straffe Haut, Oma. Und ja, der neue Track von Stay ist gut. Da habe ich auch schon dick Props gegeben. Sind in meinen Augen zwar die falschen Gegner, weil da nichts zurückkommen wird, außer irgendwie ein Twitter-Dings. Hätte ich mir gewünscht, dass das so ein bisschen weitergeht. Aber es ist cool, es ist cool, das Video ist auch cool. Hallo, Chef von Twitch. Ja, Duft-Cats habe ich schon an, ist gleich fertig, dann gehen wir rein. Ich will meinen Crack schon machen. Ah, wir sind im Krankenhaus, ne? Ja, ich muss halt jetzt auf Pinsel warten. Oder auf Mila, ich weiß gar nicht, ob Mila heute spielt. Ich habe heute gar nichts gegessen. Ich habe so eine Dings gegessen, habe ich hier Gifla, kennst du bestimmt. Das sind so türkisches Gebäck, ist das mit Zimt. Hätte ich jetzt noch was warmes gegessen und so, wäre ich jetzt um 20 Uhr halb neun gekommen. Aber passt schon, passt schon, ich esse nachher was. Mir geht nur eine Stunde Arbeit, viel Spaß, Jungs und Mädels, Flussel, viel Spaß, man. Gute Schicht. Ich starte mal die Pommes. Ja, man, die schmecken richtig geil. Vorerkältung. Ich habe auch, ich habe echt Schiss, davor krank zu werden. Ich bin heute auch komplett mega, komplett mega flach, Alter. Schwach. Aber wir ziehen durch, auch Seven muss aufgebaut werden, Alter. Ich bin wieder richtig im Hype jetzt. Nur auf Sektor wird das, glaube ich, schwer, ein paar Leute zu organisieren. Aber wir werden das versuchen. Was ist denn, Köpfke? Google doch einfach, Bruder. Wie ist wild heute? Ja. Oh. 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 Heute habe ich keine Zahnschmerzen. Bruder, es gibt keine Stellung in der Gang. Wir sagen einfach, Pinsel ist OG, Alter, und dann macht jeder so, wo er Bock hat. So. 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 ist der wird schluck auf wieder hey dieses team speak immer ui 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 ja hallo ich bin im krankenhaus die wurden gestern abgeknallt das ist überhaupt nicht lustig du penner was soll ich machen das waren die amigos das war sandro und die gang ja das machen wir heute wir müssen leute rekrutieren pinsel liegt ja auch noch verletzt ich bin im baker süd ok ich wurde abgeknallt erstmal auslachen guten abend an alle die ich noch nicht begrüßt habe hallo hallo weerser 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 da steht doch mein chopper wir haben ein wake up in green weerser weerser weeser weerser weerser ein püppchen gehst du hin ich bin noch hier ist einer der üblichen verliebten von mir was soll das heißen die scheinen mir immer so zu was soll ich sagen bin feben feben du bist feben guck mal ich wurde voll in die brust getroffen ja wie ja was machen wir jetzt dagegen warum ich bin warum schlägst du mich warum schubst du mich das ist ein feiner unterschied mein freund ja aber warum schubst du mich weil du so fragen stellst die fraglich sind fragwürdig findest du nicht ich habe nur gefragt was wir jetzt machen ja ich habe gepustet ja und ja was meinst du da geht eine schusswunde von weg ja zumindest die schmerzen gehen weg ich bin krankenschwester und ich bin doch doch ich bin über die mein freund nur weil du halt auf die parken bist wie bist du hast du da überhaupt geparkt bist du treppen hochgekommen ich habe nicht so schnell die bänze gefunden also ich war verwirrt bin auszusehen auf gas gekommen was machen wir jetzt mit den amigos ja die ficken oder nicht sollen wir mal in deren turf fahren und gucken ob da einer ist wo ist denn deren turf taxi taxi 5 euro wo ist denn taxi taxi 5 euro ja warte doch mal okay man mein gott noch mal wo fährst du hin na ich will doch denen was willst du denen na denen ach so man ja das wird nix mit deinem dry fin wir müssen in die e-site fahren was ist denn ja wie nix kaputt gegangen alles gut okay du verwirrst mich was ist was dein problem heute ich habe keins ich habe nur gecheckt ob unten alles okay ist schreibe ich nicht an ich wäre fast bin fast draufgegangen dann statt du dich um mich sorgst und zwar wegen wen wegen 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 deinem finger richtig komisch ja warum ja warum ja an mir kann es nicht liegen ich war ganz nach dem kranker ich habe heute im fischlager geschaffen warum warum meinst im fischlager gemütig ich glaube dir kein wort ich weiß genau was ich sage voll möhre nicht mit mir in ein krank das stört mein kiel und das liegt wahrscheinlich daran dass ich fast gestorben bin und mein kiel von mämchen ja kai was soll ich jetzt dagegen tun blockierst bei mir auch einiges und warum nicht weil du nicht im hängen gehangen bist wo werden wir werden ich mache einen termin mit mir was ich habe gehört du bist an beteuern beteuert werden müssen um für probleme um das zu kehren ja das bin ich was gibt es denn ähm naja du brauchst hilfe du quatschst mit dir selber wie sie hören mein mann quatscht mir die ganze zeit mit wort immer wieder schon seit ja monaten und irgendwie der blockiert ihr ching und ching richtig mein ching und ching ich habe es ihm gerade gesagt aber er wollte mir einfach er glaubt das kann ich gut verstehen diesen fall hatte ich schon öfters ich kann ihn gerne einen termin geben lassen sie mich mal nachgucken warum leckst du deinen finger an du du bist am handy ich lege mein finger gar nicht an das ist die teute um ihren terminzettel um zu plästern das ist schon wieder so drüber du bist krank wie steht es denn wie steht es denn so um den 16 zweiten der sechzehnte zweite ja da habe ich vielleicht zeit wie spät ähm nun ich könnte ihn also mir passt es am besten abends okay tatsächlich mir auch also würde ich sagen machen wir so halb neun halb neun klingt super wirklich okay dann machen wir das so das klingt doch wirklich großartig ich bin fast gestorben du gehst mir schon wieder auf den sang okay tschuldigung dass mein mann die ganze zeit dazwischen redet also wir sehen uns dann ja ja natürlich ich schicke ihnen eine termin erinnerung dankeschön das wirklich nett tschüss tschüss ich war lieb ja du hast mit dir selbst telefoniert ja kommst du klar warum strafst du mich schon wieder ich hab dir nichts getan doch keine sorge das wird sich bald lösen wir werden unsere chi und chang schon wieder vereinen okay okay können wir jetzt darüber reden wie wir rache nehmen ich kann da nicht einfach so hinfahren das ist ein kartell 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 sag ich immer ja wir können doch mal eben ankopfen und dann was sollen wir dann machen sagen wir hallo wir wollen gerne rache schmieden wie können wir das so am besten machen da fragen wir doch nicht unsere feinde na wir müssen ja nicht sagen dass wir das gegen die machen wollen ja doch das wissen die aber wissen die das oder denken die sich nicht boah die sind so dumm die haben bestimmt schon gegen die halbe stadt schon ärger ne das glaube ich nicht und dann sagen wir es gibt die neuen bild die machen voll ärger mit uns oder die oder sowas alles und ähm dann sagen wir wir haben voll ärger was können wir tun und die sagen dann ja mach das das und das dann schreiben wir uns das auf und dann machen wir das und das nämlich gegen die hast du gerade mit deiner faust so eine bombe gemacht und dann ich bin einfach ein big brain ich bin das brain in dieser gruppe okay ja ich finde das eine gute idee wie wär's denn damit wenn du Sandro anrufst und mit dem schimpfst äh ja was soll ich denn sagen ja wenn du mal so eine richtige ansage machst okay kann ich machen Sandro den hab ich bestimmt Sandro nicht erreichbar dann ist dann fällig aus ja aber ich wollte den schon noch verbal ficken keine sorge klar dann lass ein bisschen wiggeln okay Pinsel liegt auch nur drin wir brauchen neue Leute wir müssen Soldaten rekrutieren okay wollen wir zum Fughafen nein ich hab mir gestern schon zwei Freunde von dem vorgestellt okay den Kaiser und den Apatra jemand der so parkt der kann doch nur zu uns passen ich glaub nicht dass jemand so geparkt hat das war der Wind fucking Wind wäre der Wind mal menschlich oder du machst mir langsam richtig Angst warum warum soll der Wind menschlich sein na dann könnte er unsere Gegenwart täten ja aber dann schau dir das an was der Wind so macht ja es ist halt bei Kitty Hurricane 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 das ist so wie Hurricane das ist aber auch Sandro okay ich guck mal im Weenert so wie Leute er bekommen okay okay wo für sechs Minuten man Schießereien greip sieht oh wenn man das wird dann auch immer mehr Autos oder ja die Roxy dreht komplett durch die ist aber nicht da aber er ist offen Oli du kannst davon ausgehen dass du jetzt gebannt bist du Idiot sagst du was doch nicht nicht mal auf Kick Junge das so assozial ich hab mich schon an den Eingang gebühlt ich auch Mann wir müssen eigentlich auf Pinsel warten und warum na wir müssen auf jeden Fall zum Jesus mit dem quatschen weil das ja vom AOD da war gestern nur eine Schießerei fachst du hin fach dem nach vielleicht will der uns join ja wie ja wie wie willst du einen Postwollte fragen ob er den Gang will na klar dann kann der uns auch immer gleich die Post geben aber das ist eigentlich eine ganz schlechte Idee glaubst du der Kickt Angst wenn ich den die ganze Zeit nachfache ich glaub nicht ok er wollte nur seine Arbeit machen ja hallo Sir kann ich Ihnen helfen wollen Sie bei einer Gang bei täten ne danke das ist nichts für mich ok tschüss ich hatte ihn fast ja aber nur fast fast hattest du den fast na dann na dann ich sag's dir fast nah dran hm wenn ich meine Technik noch verfeine dann geht das schon bestimmt hm heute ist Gottesdienst oben Norden wann weiß nicht ich hab vergessen aber ich glaub nur an Pate Louis ja aber es gibt doch nur einen anderen Vater vielleicht ist das der Vater von Papa Louis dann kann ich mehrere Pate Papa sagen kann man wohl ich hab schon zwei jetzt man will du hast zwei Väter ja Pate Louis und mein Papa eigentlich da aber nicht ich mitzähle aber du machst das nur aus sexuellem Entesse oh Gott oh Gott Mida ja Mida ja lass den Popcorn fallen wir müssen ihm auch sagen dass er Sandro in Norden verraten hat was vielleicht wird der uns hören was war denn das für ein Voice Quake ja weh ja wir fragen nach es war kein Voice Quake ich hab mich nur gefolgt achso hm Popcorn wo ist der denn na bestimmt in seinem Tattoo-Laden wo ist der denn im Sanchos wo ist der denn ja 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 aber ich kenne mich nicht aus die haben die Pärs gemacht immer die Spamming für mich du bist nur ein Bäm nee du bist ein Bäm Schwanz das werde ich meinen Teepeuten sagen du bist dein eigen Teepeuten ja aber ich bin auch sehr hilfsbereit oh Gott super viele Rockreie ja kotzt mich an ich wollte der Postbote will auch lieber ein MC und kein Gang meinst du ich hasse das warum können wir da nicht auch im Motorrad Club na mo ich möchte kein Motorrad fahren MC 07 ich hab mal ein Motorrad das fahr ich gerne seit wann ist dein Auto und so laut Jui hast du schon wieder getunt ne nee ah erzähl nix nee alter Katschkopf du selber Katschkopf und wo geht's Sandro und die Amigos haben den Norden verraten ja die haben uns vor dem Aude angegriffen weil wir nicht weil wir nicht Wade entführen wollten dann haben die auf uns geschossen ja ja das müssen wir dem Popcorn sagen der hat mich gestern auch gewarnt du gibst deine Rede nee ich wollte dir das sagen ach so ja aber okay die wollten das die Wade empführen echt ja war schon komisch super komisch die klären das doch über Gericht steht der Popcorn an das nennen das nennen wie wir sind Die haben uns gestern abgeknallt hier oben. Was? Ja, vor dem Audi. Perfekte Scheiße. Ich hab dich doch gewarnt. Die drehen wir alle durch. Die drehen durch. Volle Möhre drehen die durch. Ja, aber das sind Psychopathen, das weißt du doch. Die wollten Wade entführen und wir wollten nicht mitmachen. Dann haben die uns abgeknallt. Hey, Wade ist ein freier Mann. Ja, nicht für die. Ich glaub, die wollen den umbringen. Hä, das ist Schwachsinn. Die drehen durch. Die drehen durch, Popcorn, drehen durch. Ich glaub, die drehen durch, Mann. Ja, ich weiß, dass die durchdrehen, aber das sind halt Psychopathen da unten. Den interessiert es einfach nicht, wenn du die niederballerst. Die kommen einfach in zwei Tagen dann wieder und ballern dich dann auch nieder. Ah, das sind Psychos? Ja. Was macht man gegen Psychos, Popcorn? Ja, keine Ahnung. Dann schicken sie mit ihren eigenen Psychowaffen. Psychowaffen. Nein. Hey, dann bist du auch Psycho. Ist das Schirm? Ja. Ich kann Psycho sein. Ich bin ein Tipp heute und ich kann mich tippieren. Ja, Mila, die Frage ist, möchtest du wie Sandro sein? Nein, ich will gerne, wie ich bin. Ja, deswegen willst du auch kein Psycho sein, weil dann bist du wie die. Die Stadt hat die verdorben. Ja. Und Wade ist auch ganz komisch geworden. Warum? Warum? Weiß nicht. Wir sind immer mit dem unterwegs und dann haut er ab und dann kann man ihn nicht mehr anrufen. Hä? Ja, ganz komisch. Roy ist doch extra wieder in den Norden gekommen mit euch. Noch sind wir nicht umgezogen, oder ist der schon hier? Hä? Der hat zu mir gemeint, dass er wieder in Grape Seat ist. Siehst du, der hat uns nicht mal Bescheid gesagt. Hä, was? Jo, wir wohnen immer noch in Meryl Park. Ja, aber da hast du doch immer gewohnt. Ja, und den Grape Seat einmal kurz. Ja, aber wir wollten ja wieder hier hin mit Roy zusammen, aber anscheinend ist er ohne uns gezogen. Anschein, ne? Ich hab auch nichts von Crispy gehört oder so. Was ist überhaupt mit Kim? Der Crispy ist im Older, aber der kommt, glaube ich, heute ist Samstag, ne? Ja. Der kommt heute wieder. Ja, und was mit Kim? Der Kim ist in Sex hier gegangen, meinte Crispy. Warte. Also der hat sich... Also, ne, ne. Der meinte ihm wieder, muss undercover sein, weil Leute den suchen. Ja, wegen der Scheiße beim EOD oder wie? Weiß ich nicht. Oder wie, oder wa? Die ganze Gruppe ist kaputt, Popcorn. Hast du gerade gesagt, oder wie, oder wa? Ja. Auwa. Auwa. Ich ruf mal Crispy an, das ist eine gute Idee. Ja. Rett mal mit Crispy und guck mal nach, was da los ist. Vielleicht rührt Crispy wieder Roy in die richtige Spur. Trenn dir aus. Pinsel liegt noch angeschossen im Baker. Ach du Scheiße. Ja, ich hab doch gestern zu euch doch gesagt, dass die doch euch suchen. Ja, und dann wollten wir zum AOD zurück, dem Doc seinen Schlüssel wiedergeben von seiner Karre. Ja. Und dann stand Sandro da schräg gegenüber an dieser stillgelegten Tankstelle. Ach. Die haben ja aufgelauert, dass Wade rauskommt, damit die ihn einpacken können mit so einem Transporter. Und dann sind wir da hingegangen und dann haben wir gesagt, jo, wir machen da nicht mit. Natürlich macht ihr da nicht mit. Dann sind die ausgestiegen, eine mit Knack und der Rest mit Baseball-Schläger und dann ging es richtig ab. Ja. Ich hab deine Rede gehört vor Geriz. War die gut? Ja, natürlich. Sandro hat auch einen Dreckswine. Ja, ist auch ein Wixer, ne? Ja, Riz ist Dreckswine. Verbrecher ist das. Aber jeder schreiben kann oder könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja, okay, das stimmt. Aber, no? Jo, die Raps waren gut. Meine Immos, meine Dollars. Ja, genau. Trotzdem hat deine Kugel verdient. Ja. Scheiß, Amigos. Wade hat Hunger, also nimmt ja alles sich vom Buffet. Ja, ja. Ja. Also, eigentlich warte ich nur noch, dass er auf Bounce irgendwas macht. Eigentlich schon, ne? Dafür ist der Feed zu gangsterhaft. Ja, aber der ist doch gesteig. Das ist ja Don, Sandro, ne? Nicht vergessen. Ach, stimmt. Ich hab auch gehört, dass Pietro der Don ist. Ach, dieser Macaroni und Cheese? Ja, ja. Das ist ein Trottel. Hm? Ja, und ich bin jetzt ein G, wisst ihr? Genau. Ja. Oh, Jimmy. Du bist da noch. Oh, wei. Hallo, Dinkeberg. Ich mag die Hose. Die ist super. Ja, die ist wonderful. Jimmy ist einfach wonderful. Am besten sind die Schuhe. Die Pantobel. Ja. Gibt's da denn noch freie Boden-Popcorn-Centures? Ja, natürlich. Aber nix cooles, ne? Hier auf der Liege liegt, äh, Dein ist die. Aber gehen wir mit den No-Servants? Die haben schon ab, noch. Stimmt, das weiß ich gar nicht. Das entscheidet der OG. Was müssen wir mal mit unserem OG besprechen? Dr. Gimini. Wer ist denn euer OG? Pinsel. Gib mir meine Ohrfeige. Und ich bin der G. Also, ähm... Pinsel ist OGGI und wir sind die Kacke lagen. Ja. Okay. OGGI und die Kacke. Ja, okay. I like. Ja, aber Gottes, du kannst theoretisch hier mit dem Immobilienmann mal rumfahren und guckt euch mal ein cooles Haus aus. Nee, Mila hat schon recht. Wir müssen erst mit dem OGGI sprechen. Oder ja. Wo wir unseren Turf claimen. Ja, aber keine Ahnung. Sandy Schwartz ist perfekt. Aber bitte nicht zu nah an den Bricks. Warum? Die Bricks sind unsere Freunde. Für die haben wir gesöldnert. Ja, okay. Ja, wir machen Gangbang für andere. Ja, okay. Wir machen Gangbang für andere. Die Mila... Ja. Sehr gut. Die Mila kümmern sich um die Gangbanks. Ja. Ja. Ich verstehe. Ich werde es bemerken. Ja. Wie viel kostet ein Haus denn in Sandy jetzt? Keine Ahnung. Äh, so 20. Ja, und so ein kleiner... 20 Dollar? 20.000. Wir brauchen aber eine ganze Hürt. Hm? Auf ein ganzes Gebiet. Also Trailer liegen festpreis 20.000. Ja, und so ein kleines Haus? Ja, auch nicht viel mehr. Warte, ich habe mir einen Trailer für 20K gekauft. Warte mal, ich glaube, das wollen Sie noch einladen nach Grape Seat. Nee, die sind schon ein bisschen teurer. Ja, kommt hier, kommt nach Grape Seat oder geht nach Palito? Also Grape Seat sind noch zwei Häuser frei. Also du kannst über Palito sagen, was du willst, aber das ist keine Turf Area. Nee, das ist kein Turf Area. Die ist nicht so abgefuckt wie Sandy. Wir schauen einfach mal. Scheiße, da wohne Sheriffs. Ja, das wird auch wieder. Ja, Palito ist auch keine Bude mehr frei. Da oben ist alles dicht. Ja, weil die anderen sich da Fährenhäuser gut haben. Aber hier in Sandy... Wo ist eigentlich deine Schwester, Mila? Weiß nicht. Mit dem Bowlers, ne? Warte. Du hast eine Schwester? Ja. Hängt die mit den Bowlers rum? Die Dory. Warte. Meine Schwester. Dory ist halt... Ach du Scheiße. Warte, das war doch die, die unten, die doch bei Inksiders arbeitet, oder? Ja, genau. Hat die nicht mit den Orangenen immer rumgechillt? Ja, aber die sind all wack. Die sind tot. Die sind durchgebannt. Ja, natürlich sind die tot, weil diese Pisser auch richtig scheiße gebaut haben und zwei Leuten ans Bein gepisst haben, denen sie nicht ans Bein hätten pissen sollen. Ja, die sind voll auf Drogen mit die Autos rumgefahren am Pedi und haben Leute befahren. Ja. Ja, richtige Idioten haben. Richtig ahnlos. Ja. Platt durchgeknallt. Also, und dann hat meine Schwester mit dem Ballist geredet, aber ich glaub, die gehörte nicht dazu. Was? Nee, die chillten uns auch, Ja, genau. Aber ich weiß nicht. Seitdem ich mich selbst entführt hab, hab ich nichts mehr von ihr gehört. Oh, scheiße. Kannst du dir selbst entführen? Ja, damit wir mal wieder zusammen etwas unternehmen. Pinsel, Kürtis, Dory und ich. Dann machst du wieder 3,5. Das ist ein bisschen süß, die Idee, bin ich ehrlich. Scheiße. Also, Poppy, wenn ich mal keinen Bock hab zu arbeiten, dann fühl ich mich einfach aus selbst. Okay, musst du dann die halbe Stadt anzünden. Äh, theoretisch. Die waren in der Wave gestern. Der war insane. Wir können nicht da hin kommen. Ja, jemand hat unseren DJ abgestochen. Bis dann, was geil? Oh, Mann. Ja. Wir haben den DJ abgestochen. Ja. Irgendjemand. Perfekt. Und dann hat zum Glück der alte DJ, also der erste DJ übernommen, obwohl der gar nicht mehr wollte. Ja, aber der hat bis 2 Uhr durchgezogen. Der hat bis 2,30, 40 sogar. Ja, keine Ahnung. Das war wild. Ja, weiß ich nicht. Ich hab ja auch nicht bis zum Ende gemacht. Ja. Ja, aber könntest ihr, ihr könnt ruhig nach Sandy kommen. Ja. Ja, ich denk mal schon, dass wir uns nach Grape Seat einlädt. Ja, Grape Seat oder Sandy halt, ne? Das könnt ihr euch ja aussuchen halt. Ja. Macht einfach komplett Grape Seat zu eurem Turf. Nee, das gehört ja dem Roy. Ja, aber Sandy zum Teil so, die Bricks sind hier, die sind eher so... Nee, das Meffler-Bohr ist doch hochgegangen, Popcorn. Von ein paar Tagen. Ja? Ja, die haben da so Bomben gezündet. Da ist alles kaputt. Ach du Scheiß. Die Feuerwehr kamen so. Ja, dann ist der Brick M-M-M-C halt nicht mehr da. Das passt schon. Vielleicht bauen die das Bild auf. Ja, aber wie gesagt, hier, Sandy, sucht euch was aus. Geht einfach hier hin. Ja, hier um die Ecke sind direkt noch ein paar Röse frei. Komm, wir fahren mal rum hier. Ja. Hier, hier. Nehmt einfach den guten Mann direkt mit. Dann könnt ihr euch direkt einen Preis sagen. Dann könnt ihr dem Oggi Bescheid sagen. Na, wir gucken erst mal. Ja, okay. Das sind Scheiße, die Pinsen. Können bei mir in die Karre springen und dann zeige ich euch, was noch frei ist. Kann ich ihre Nummer haben, Sir? Kein Problem. Wie ist der Name? Oh, komm mal. Äh, Jason Bruckner. Ich muss mit Gimli quatschen, der muss mein Sub-Fest er prägen. Das ist doch Bruckner, hab ich doch richtig verstanden. Ja. Habe ich nicht. Ja. Ey, Natascha. Popcorn, die haben den Norden verraten. Die wollen nicht alles einnehmen. Ja, das werden die aber nicht schaffen. Das werden die nie im Leben schaffen. Ich danke, dass du mich gestern gewarnt hast. Ja, wir sind Freunde, Curtis. Ja, sind wir. So, ich wollte dir Bescheid geben, nicht, dass da irgendeine Scheiße passiert, ne? Nee. Ich hab mit Waydown-Hotel telefoniert, aber der hat das überhaupt nicht ernst genommen. So, hier. Die eine ist für dich. Wo ist das alles? Nee, es ist Ecstasy. Aber es ist fast das Gleiche. Ja, fast. Verkaufst du das? Hopp. Ich geschenke. Was ist das? Ja, es ist auch das Gleiche. Hat die Nummer eingeschieben. Könnt ihr euch halt teilen und so, ne? Wir cruisen mal herum, Popcorn. Die kommen bestimmt gleich mal runter. Ja, guckt einfach nach. Also ich kann eigentlich schon mal eins sagen, das Haus direkt neben, hier, direkt neben Land ist frei. Das ist frei, ja. Kalt. Aber da packen auch die ganzen Leute. Ja. Ja, guckt einfach mal nach und dann könnt ihr Bescheid sagen. Da drüben in der Nebenstraße sind auch noch einige Häuser frei. Das Ding ist vielleicht nicht direkt hier nebenan, weil falls wir mal Gang Bang, dann Bang Gang, wir vielleicht auch hier nebenan. Oh yeah, das wäre nicht so cool. Ja. Ja, aber wir schauen. Ja, aber Mila, gut, dass du Rücksichter drauf nimmst. So, hier. Caro. Und doch schon, drück ab. Kommt her, kommt her. Ja. Perfekt. Alles klar. Und wenn was ist, meldet euch einfach. Na, Caro, machen wir. Ja, ihr wisst ja hier, der Norden hält zusammen und wenn da Verräter aus dem Norden da sind, dann sollen die sich fecken gehen. Genau, die sollen sich fecken, die Wichser. Ja. We or what? We or what? Komm, Mila. Ja, bye-bye. Warte, ich muss noch. Dr. Gimli, sind Sie noch lange hier? Ja. Okay. Ja, ich habe meine Schutzweste dabei. Können Sie die reparieren? Auf dich. Äh, glaube nicht, leider. Können Sie die austauschen einfach? Ja, das kann ich machen, aber das dauert ein, zwei Tage. Ja, das ist ja kein Problem. Perfekt. Dann mache ich das. Ich mach mal ein bisschen. Hast du die dabei oder was? Na klar, ich habe die unten im Hodi. Super. Perfekt, dann gibst du mir die unter den Feuer mit Superlitti und schau, dass man da neu auftreiben kann. Ey, Lola, wie ist dein Telefonnummer? Ja, wir hatten ein, zwei, drei, vier. Dankeschön. Kein Ding. Kommen Sie überhaupt so ein bisschen knallen? Ist so ein Spiel, ich glaube, mit der Schutzweste auch richtig aus. Jo, Mila. Ja. Ja, Popcorn hat mir was gegeben, das werde ich super viel freuen. Was denn? Aber das kannst du jetzt nur nicht machen, okay? Was denn? Pack mal irgendwo. Äh, okay. Ja? Guck, was es mir gegeben hat. Was ist das? Warte. Penzl! Wie geht's dir? Kannst du nach Sandyshows kommen? Du hast den Schlüssel von dem Primo. Ich habe den Schlüssel von dem Primo? Ja, von dem Typen. Ja, aber die Karre ist kaputt. Weißt du was? Wir kommen dich bis zum Krankenhaus noch. Ich habe dich vorhin gesehen. Mila, nicht komm mich abholen. Ja, ich bin aber schon los. Ja, dann sag, wo du bist. Wir kommen dich abholen. Park, Bad, Zimmer, Rumpack. Park, Bad, Zimmer, Rumpack. Okay. Dann muss gleich. Typisch. Und ich habe noch was, warte. Okay. Das eine ist Dings, das eine ist, ähm, also ein ist Dings, das andere ist, was hat er noch mal gesagt? Wie hieß denn das? Ecstasy, Ecstasy. Und alles Dings. Komm, fahren nur Park, wir gehen Penzer holen. Aber nicht jetzt nehmen. Du bist am Fahren. Du hast schon runtergeschluckt, ne? Mach an. Du bist so ein Doofi. Wohin müssen wir eigentlich? Darauf kann ich fahren, du bist auf Drogen, bitte. Was? Das Wasser. Wir müssen nach Milo-Park. Oh Gott, Alter. Ich gebe dir nie wieder Drogen. Soll ich fahren? Nein, schluck das nicht runter. Warum? Oh Gott. Kurz mal unterm Auto gewesen. Warum nimmst du alles Dings? Um meinen Sinne zu erweitern. Das ist halt der Popcorn, der verkauft das. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Ich mache Mischkonsum, ja? Was machst du? Vorsichtshalber. Mischkonsum. Ja, okay. Hier war das hier. Hier war das. Wir haben die Schammer durchbrochen. Na, Caro. Und ich. I'm in the universe. Endlich gibt's 1D. Ja. Schuh, danke schön für Luisa am 19. Kussi, kussi. Du bist selbst ein Stinker. Und Ice-T, danke schön für Luisa am 29. Scheiße, man. Das ist besser als mein Song. Kannst du ein Dankeschön für Luisa am 24. Zwei Jahre, man. Und brutus Dankeschön für den Prime-Suppen 14. Ich lese gleich die anderen noch vor. Dankeschön. Und knallt rein. Für meine eigene Haut. Guck mal. Ist mir Gumi. Gumi Flomi. Meine Haut ist Gumi. Gumi Flomi. Gumi Gumi. Ich mag das Auto nicht. Das ist so laut. Gumi Flomi. Jetzt guck mal, die Müsse hab's hier reingeschallert, Junge. Weißt du, eigentlich ist es wichtig, dass wir alle LSD nehmen. Warum? Um in Einklang mit uns und in so einem Chi-Cheng zu sein. Du bist ein Chi-Cheng? Nein. Ich nicht. Aber es ist in mir. Und ich kann fühlen, wie sie zusammenfinden. Ganz schön. Es ist eine Welt, die so viel kuscheliger ist und so schön. So wie du. Danke. Kannst du den Joineda auch noch kippen? Warum denn auch war mit mir? Wie cool. Wenn auch so lachen. Guck mal mein Gesicht. Wo fahren wir eigentlich her? Pendel. Wo fahren wir hin? Na, zum Pendel. Scheiße. Müssen die Karsten zum Günen bringen. Warum? Na, weil der Motorkontorleucht blinkt. Scheiße. Vorne ist er. Woher muss ich, dass du nicht laufen kannst? Los, jetzt beruhig dich. Juhu. Ich weiß doch. Komm. Warte noch kurz. Mein Bein ist eingeschaffen. Kai. Hallo. Aufstehen. Wum. Wum. Aufstehen. Ist schon spät. Na komm. Du musst echt einen Drogenkonsum bekommen. Aufstehen. Bumm. Wenn du jetzt nicht aufstehst, dann kitzel ich dich. Oggle, die ist schon wieder voll auf Drogen. Kehle, kehle, kehle. Die hat meine Achillesfernseher gekitzelt. Mach das nicht. Oggi? Ja. Was geht ab? Balut. Wie geht's dir? Meine Beine sind wach. Wau. Hallo, Papa. Ja, gut. Ja, was geht ab? Nee, Papa, jetzt Jörg. Ja, Jörg Paletti. Guck mal, ich geh rum mit dir. Ja, ich hab jetzt nicht geguckt, ob es da hat. Aber da stand dein Name in rotem Ding. Weiß nicht mehr. Ich hab gestern nur mit Moranis gequatscht wegen der Karre. Da wollte ich was nachfragen. Ach so. Okay, aber ist jetzt nichts Wichtiges gewesen. Nö, außer das mit dem Treffen, was wir vereinbart hatten. Aber ich weiß nicht, was mit Woi momentan ist. Deshalb sollte es auch erstmal geheim bleiben. Bleib mal kurz dran. Verdächtiges Auto bleibt vor mir stehen am Stadtpark. Ich bin gerade mit der Gang unterwegs, weil du Hilfe brauchst. Der mit dem grünen Rad, dieser Macaroni-Spiller. Oh, der ist am Stadtpark? Ja. Wir kommen, wo? Welches Auto? Ich hab ein Popel in meiner Nase. Da steht ein Gang. Keine Ahnung, grünes Auto, Mann. Okay, wir kommen dahin. Such dir schon mal Schutz. Bis gleich. Der Macaroni ist am Stadtpark. Kommt! Kommt jetzt! Das ist wichtig! Wir machen Drive-By! Okay! Ihr dürft aber nicht den Jörg Paletti treffen. Der ist auch da. Okay! Können wir den Knarren? Okay! Wir schießen aber nicht, wenn Dings. Auf was? Wenn eine Paletti da daneben steht, schießen wir nicht. Dann hauen wir... Nein, wir boxen den um, okay? Oh, oh! Na, dieser Macaroni! Warte, boxen wir den jetzt um oder wo? Wir gucken, ob der alleine da ist. Okay! Wenn ja, dann machen wir Drive-By. Okay. Na dann. Aber ich ziehe, ne? Mila, es ist ganz wichtig, dass du nicht den Paletti triffst. Au! Ich mein's vollkommen ernst. Au! Mau! Und was machen wir jetzt? Sollen wir den jumpen, Pinsel? Mir egal. Warte, warum darf ich nicht mitmachen? Boah, Mila, hör doch auf. Was denn? Mann, ich rede doch von dir auch. Ich hab nur den OG gefragt. Aber du hast Pinsel gefahren. Jetzt sind aber noch welche. Sollen wir den Drive-By machen? Nee, der Paletti steht an dem. Bist du bescheuert? Ja, ich weiß nicht, Luft. Nur zum Angst, Mann. Was? Na, zum Angst machen. Nee, nee, das kannst du nicht bringen. Komm, wir beginnen den Verkloppen, okay? Habe ich dir Masken bei? Ja. Von den Gang muss ich doch in den verstecken, oder? Doch, mit Masken. Zieh doch Masken auf. Dann geht heute noch. Ja, doch. Ich fahr jetzt davor und dann jumpen wir den, okay? Okay. Ja, Pinsel, bist du damit einverstanden? Du bist okay. Auf jeden Fall. Ich weiß schon nicht, warum, aber let's go. Nein, der war gestern dabei. Der hat auf uns geschossen. Der Wichser, oder? Scheiße, die hauen ab. Dann fahren wir schon da her. Wir haben gleich keinen Tank mehr. Und die Karre geht auch nicht aus. Ja, hm. Boah, schon wieder so anstrengend. Komisch, oder? Ein Tag wie diese. Wichser. Der hat gestern noch für uns geschossen, Pinsel. Ich glaube, ich treffe den. Hinter uns steht er im rohen Wagen. Wir könnten auch jetzt hier in den Park rennen und über den Zaun sprungen kommen. Soll ich Fluchtfahrer sein? Der rohen Wagen ist an uns vorbeigegangen. Mirla Pinsel, wollt ihr den Jumpen gehen und ich bin Fluchtfahrer? Wo ist der denn? Da links neben uns. Der steht zwischen den Karren. Okay. Aber ich habe eigentlich noch stehen bei Lettengriff. Guck mal, ihr geht jetzt hier rein. Und dann geht ihr von hinten über den Zaun, okay? Okay. Okay, ich bin Fluchtfahrer. Ich stehe dann auf der gegenüberliegenden Seite. Mach das schon. Nein, keine Knarre. Nicht den Paletti treffen. Ich kann nicht den Paletti damit treffen. Okay. Go, go, go. Ähm, okay. Komplett überfordert wieder, Alter. Herr Paletti, gehen Sie doch mal bitte ein Stück weg von der Seite. Da passiert gleich was. Okay, alles aufsteig. Okay. Oh, Seven Gangster Family, bitch. Yeah, that's what's up. Laos, hau den weg. Ja, jump den, jump den. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ich hab den voll den Coward schon gegeben. Scheiß Amigos, bitch. Was ist die Fuss? Was ist die Fuss? Habt ihr gut gemacht. Scheiß Wigster. Ich hab den voll den Eis gegeben. Du hast mich ja arschgeredet. Oh, Seven Gangster Family. Hallo, hier ist der Karl-Heinz. Grüße. Also, am Süddeck vom Park liegt so ein Typ mit grünen Haaren. Der wurde umgeklappt von einem Drachen. Auf Wiedersehen. Ja, wir können die Mastung wieder abziehen. Okay. Der hat gestern auf uns geschossen, Pinsel. Der war dabei. Wann der das? Ja. Der gehört zu den Amigos, zu dem Kartell. Darf der das? Der Krankenhaus Pinsel hat mich getefft. Ja, wir können uns aber nicht zum Krankenhaus fahren. Dann zu Dr. Chuck. Dann mach ich... An Dr. Chucks Praxis. Na, dann ruf Dr. Chuck an, Milo. Frag, ob es zu seiner Praxis kommt. Geht nicht an. Scheiße, Dr. Chicken. Dr. Chicken. Harte mal, Alter, wir fahren einfach irgendwo hin und dann rufen wir Nertoway. Dr. Chicken geht auch nicht an. Ja, dann fahren wir jetzt irgendwo hier hin. Okay. Und dann rufen wir Nertoway. Zum Tattoo-Studio. Wo ist denn eins? Hier nötig. Von Dori. Oh, lass doch zum Masken gehen. Dann können wir uns doch Masken holen. Die grünen. Okay. Okay. Müssen auch tanken. Okay. Pinsel. Wenn ich sowas vorschläge. Du bist der Ogil. Du sagst dann, nee, lass nicht machen, nur lass machen, ne? Ich hab nur gehört, dass wir den Tippen ficken, weil... Ja, wir haben den jetzt gejumpt, der hat auf uns geschossen. Ja, wir sind halt Ficker, ne? Wir haben reingehalten. Ja, weil du warst gerade ein bisschen... Du klangst ein bisschen Dings. Also, ähm... Also, ich würde den Call auch gerade geben, weil ich gesagt habe, ich bin ja da oben. Oh mein Call. Oh Gott. Ich wollte es gerade sagen. Der Wichser, oder? Jo, ihr habt den richtig fertig gemacht, den Panner. Ja. Der hat voll aufs Mau bekommen. Ich ruf mal Leiband an. Jo, stimmt. Da kann froh sein, dass wir den nicht gesmoked haben. Ja. Und bei sowas immer, auch wenn man eine Maske auf hat, immer sagen, yo, oh, Seven Gangster Family oder so. Ich hab gar nichts gesagt schon mehr. Ja, aber ich hab das gerufen, der hat das gehört, 100 pro. Okay. Ich hab geschrieben, yo, oh, Seven Gangster Family, bitch, that's what's up. Damit der Weiß, wer das war, weißt du? Weil wir verstecken uns nur... Ja, immer sagen, warum ziehen wir dann Masken an? Weil wir uns nur vor anderen verstecken, vor der Polizei und so. Nicht vor den unseren Gegnern. Also, man zieht Masken an? Damit uns Zivilisten und so nicht erkennen. Aber wenn wir dann sagen, oh, Seven Gangster Boys... Ja, aber dann... Uns kennt ja keiner von denen. Klar! Noch nicht, Pension, noch nicht. Okay, okay. Wir müssen erst unseren Ruf aufbauen. Ja. Und wie rufen wir? Ja, oh, Seven... Ach so, indem wir... Oh, Seven King... Indem wir das machen, was wir gerade getan haben. Okay. Die greifen uns dann, okay, wenn wir die erwischen, ne? Dann smoken wir die oder jumpen die weg. Oh, Seven King Gang. Ja, trink das. Oh, jetzt hol ich nur ein Paletti an. Wichser! Oh, oh. Wie bitte? Wichser hab ich gesagt. Hat Wichser gerufen. Pendejo. Nein, selber Pendejo, du Wichser. Du. Was denn? Oh, Homes, haben wir ein Problem? Willst du wigglen, oder? Oh, Jesus. Bist du von den Aschegen? Genau. Sie bin ich. Schutzgeld. Wir wollen sofort 10 Dollar haben. In Dollar, was er jumpen. Verdammte Scheiße. Habt ihr schon mal einen nackten Mann in die Tasche gefasst? Na klar, machen wir ständig, da wir stehen drauf. Sie, dann findet ihr den Nix, verdammte Scheiße. Oh, dann reiße ich vorne deinen Kühler-Ding auf. Oh, no, nicht reiße. Hi. No. Bleib hier, meine Kallen. No. Du bleibst du... Oh, der baut sich auf. Der baut sich auf. Oh, oh, oh. Schneid die Karpensel. Komm dich, der. Oh, nein. Der Tecretion. Der Tecretion. Der Tecretion. Der Tecretion. Der Tecretion. Hier sind wir sicher. Der Tecretion. Der Tecretion. Wie cool ist das, bitte? BAM. Pass auf, das Optimus Prime sich nicht transformiert, ihr Penderos. Optimus Prime ist ein Sonnen zu Loser. Außer im Gangster-Family-Bitch. Dem haben wir es auch gezeigt, Alter. Der kann vor sein, dass der so eine Karre dabei hatte. Jetzt hätt ich den Kühler-Grill abgebaut. Siehst du, so baut man sich seinen Ruf auf Pencil. Ja, okay, verstehe. Krieg ich hin. Ja. Du bist der Ogge. Ja. Muss man leer machen, die Scheiße. Oh Gott. Gabel doch nicht hier. Telefon. Jiii, Jiii. Daddy Struggle. Was geht ab? Ja, du hast angerufen. Was ist es? Oh Gott. Hast du schlecht Laune? Nein, alles gut. Ich fahr nur grad 300 auf der Autobahn, Junge. Oh. Ich wollte aber... Aber ich weiß nicht, ob ich mit Tucker oder mit dir quatschen muss. Ja, worüber denn? Mann, ich wollte da so eine Karre-Dings importieren. Quatsch wegen Tuner-Sane und so. Ich wollte mich da ein bisschen reinmachen, um Anschluss zu finden. Okay. Ich hab schon mit Bobby gequatscht an dem Abend, der meinte, das kostet 90.000, die Karre irgendwie. Hast du die schon bestellt? Wurde die schon bestellt? Nee, nee, ich wollte erst mal mit euch quatschen. Oder was wolltest du mir sagen? Hallo. Ob das überhaupt möglich ist? Was denn für ein Auto, weißt du das? Das ist ein ZR350, den gibt's auch noch... Ja, ich quatsch das ab und ruf dich wieder an. Ja, du schick dir das, Asuka. Kann ich mir eh nicht merken. Der liegt in London, der schmeckt so. Ja, und das eben war Zufall, ne? Nicht, dass du mich da mit reinziehst in irgendeine Steckerei. Nee, nee, nee. Die haben gestern noch von uns geschossen. Erst hab'n mal den gejumpt im Mixer. Ja, kann ja gut sein. Ja, wir müssten die Masken an. Nein, so ein Quatsch. Doch, wirklich. Scheiße, jetzt weiß mein Beifahrer... Ah, egal. Ich vergesse, dass er neben mir sitzt. Ja, alles gut. Alles klar. Ich schreibe das. Bye, bye. Mina, schon wieder pinkeln. Oh. Was ist denn zum Maskenladen? Ja, Pinsel, chill. Nein, halt die Fresse, ich bin da auch. Jo, alles klar. Sorry, sorry, sorry. Jo, kein Stress, Bro. Okay, also wir müssen beim Maskenladen kommen, dann der... Adi, weh. Der Paletti hat jetzt Schiss, dass der am 3 gezogen wird, weil wir den gejumpt haben. Wohl der dabei war. Und? Weißt du, das sah nämlich aus wie eine Trap, wie eine Falle. Dass der Macaroni dahin gerufen wurde extra. Ja. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil die Amigos denken dann, Paletti sind auf unserer Seite. Dann haben die Schiss. Kleine Baddress. Was ist eigentlich mit dem Wayne? Wayne. Was für ein Wayne? Eine Kimble. Ein Kimble? Wer soll das sein? Audi. Oh. Ach du, wait, man. Champel. Was soll ich sagen? Mit dem habe ich gestern... Jo, was, bist du so frech? Ach so, scheiße. Das ist OG. Stinkability. Stinkability. Mit dem habe ich gestern telefoniert. Den hat das überhaupt nicht interessiert. Was? Aber der ist doch dumm. Okay. Wir müssen aber mit dem Jesus quatschen. Der war gestern da. Okay. Wir müssen dem sagen, Jo, die wollten Wayne dann filmen. Wir haben da nicht mitgemacht. Und dann haben die auf uns geschossen, okay? Okay. Dann kriegen wir da noch einen auf den Deckel. Weil ich habe nämlich angefangen. Hast du gesehen, wie da eine Typ mit der Knarre ausgestiegen ist bei denen? Also, wir haben gar nichts gemerkt. Außer, dass man eine Schulter schießt von hinten. Die Wichser haben uns ums hingehört. Ja? Wo wurdest du denn getroffen? Habe ich vergessen. Da, wo es was da ist. Okay. In der Oberschenkel. Irgendwo war ein Schreibschuss im Oberschenkel und eine Schulter oder so. Ich habe eine in die Brust bekommen. Ich habe zwei. Und weiß du alles noch? Ich muss nachher Leiband sein. Ein was? Leiband. Ein Leiband? Ja, was geht ab? Yo, yo, was geht, Mann? Bro, gestern ist was ganz Schlimmes passiert. Ja, dann wo bist du, Jo? Wir sind Maskenland. Ich bin Pinse, Mila und DeWigs. Ja, ist da noch Platz für mich frei, Jo? Na klar, wir haben vier Sitzer. Und wir haben gerade eine Macaroni gedrumpt. Okay, cool, okay. Ja, alles klar, Mann. Kommst du her? Ja, wo bist du denn? Ja, Maskenland am Strand. Alles klar, Jo? Bis gleich. Ja, bis. Jawohl, komm da auch. Okay. Such schon mal einen Camp Morden. Habe schon. Da ist noch einer. Habe schon. Sehr gut. Ja. Jawohl. Jawohl. Tangsam. Pinse, hast du angerufen? Ja, die Mila ist verletzt. Ja. Okay. Jetzt bräuchte ich auch was. Ja, Pinse hat mich gehauen. Weiß nicht, der ist bekoppt in der Birne. Ja, meine Lippe hier ist, glaube ich, ein bisschen auer. Ja. Ufa. Ufa. Ja, Kau. Mach mal so. Okay. Aber Pinse, das ist voll angelehnt. Komm rein gestopft. Ich habe voll auf die Lippe bekommen. Mir geht zwar jetzt irgendwie schon ein bisschen besser, aber... Hallo, Karius. Wie geht's? Das ist voll angerief. Egal. Ja, aber kannst du ja mal gucken, ob du nicht aufgepasst bist. Guck mal. Ja. Was? Eine grüne Maske machen wir. Mir. Mir. Dankeschön. Vielen Dank. Was geht, Mann? Wir hatten gestern Schießerei mit Sandro und den Amigos. Sandro, was sind die Amigos? Hm? Warum habt ihr euch mit denen gefetzt, ja? Ja, warte, komm, wir gehen zu Pinseln. Die wollten was von uns. Aber wir haben nicht mitgemacht. Ja, was wollten die denn für euch, Alter, dass du auf dich schießt, ja? Das geht, oder? Was geht? Ja, ich wusste, dass wir wie fahren, aber warum... Sandro kam gestern zu uns, wir waren hier beim Paletti-Store. Ja. Und dann hat er uns ein Angebot gemacht. Erst hat er uns gefragt, ob wir ins Cannabis-Business einsteigen wollen. Jetzt? Ja, ja, jetzt erst. Wir würden jetzt für ein Gramm 10 Dollar bekommen von dem. Echt jetzt? Jo. Das ist ein guter Preis. Da habe ich erst mal gesagt, nö, machen wir nicht. Also ich mache das nicht. Jo, du kannst ja immer nur mit dem quatschen. Und dann hat er gesagt, die waren mit so einem Cobb oder so unterwegs. Der hatte, wie hieß das nochmal, so ein Holz da. So ein Brustholz da. Keine Ahnung. Jo, und der meinte dann, wenn wir Wade einführen, also den einpacken für die... Ein Cobb sagt das. Jo. Ich weiß nicht, ob das ein Cobb war. Der hat auf jeden Fall so ausgesehen. Die kamen da mit so einem Typen mit so einem... Aber ich sehe auch aus, als ob ich drauf habe. Und, Mann. Und? Ja, wie? Naja, eigentlich nicht. Ja, genau. Danke, Nila. Er wollte, dass wir Wade einpacken. Haben wir gesagt, machen wir nicht. Dann sind wir rumgefahren, blablabla. Dann hat Popcorn mich angerufen und meinte, oh, die sind... Der Macaroni und Sandro suchen Pencil und mich. Dann haben die uns da zum AOD hin bestellt. Warum dein? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dann standen wir vor denen. Und Sandro stand da und dann meinte er so, jo, das hat schon nach Beef gehochen. Und dann habe ich gesagt, jo, lass die Party starten. Und dann sind die mit Baseballschläger und einer mit Knarre. Dieser Cobb ist mit Knarre ausgestiegen. Aber ich glaube, der hat später dann auch den Baseballschläger ausgeholt. Und nur Pencil nicht war. Also, jo, wir hatten Beef, Mann. Wir haben uns gestritten. Aber warum gibt das einen Grund? Also, warum wird das schon geschossen, jo? Jo, die wollten uns zusammenschlagen und vier Leuten ein Baseballschläger. Aber was für eine Grundlage, Mann? Was hast du nur angestellt? Ich weiß es nicht. Weiß ich etwas nicht? Wahrscheinlich wegen der Gerichtssache, was ich da gesagt habe, ne? Was hast du denn überhaupt gesagt? Ich war da gar nicht mehr da, Mann. Also, um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht mehr. Geht weniger, jo. Jo, ich gehe kurz pissen. Bin gleich wieder da. Der Popcorn hat uns vorhin gesagt, du bist schon nach Grape Seat gezogen. Ich erwentele. Da habe ich schon ein paar Sachen rübergebracht. Okay. Ich lasse mich kurz pissen, Mann. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, Loh. Also, welches habt ihr genommen? Das ist orange, ne? Wie? Was für ein orange ist das? Hier, ein orange. Ja, aber das ist grün. Komisch. Wie du aussiehst, ne? Warum? Oh Gott. Nichts sieht gut aus. Warum achtest du, wenn du die Pepe macht? Die Nummer an? Äh, ja. War ich? Beide. Ich kann auch noch Kopftuch machen. Meins passt nicht. Ja, wie? Dann lasst du ja Fett ab, da muss ich den Wagen von Nocciak. Ja. Muss er machen. Muss er machen. Guck. Ja, dein Bug ist so dick hier. Genau da. Ja. Absaugen. Das ist der Dr. Chuck. Okay. Was habe ich denn vorgerechnet mal gesagt? Ich habe gesagt, dass der Sandro Kim Miller zum Ode geschickt hat. Ja. Und Wade hat mir gesagt, wir bekommen 25.000 Dollar von dem, wenn wir für den Aussagen. Aber ich komme dann mit dem Geld, hat sie doch gesagt, 0 Dollar, was war das, 15? Ja, wir können ja jeden Tag unsere 10 Dollar da abholen. Wirklich? Ja. Okay. Was zum Teufel ist mit dir? Ja, wo ist denn der? Ey, Sandro hat doch immer Schutzgeld, der Pass. Ja. Wie was, wenn wir dasselbe mit Taxi Taxi machen? Die werden uns, ja, wir können versuchen. Wo ist denn der Pinkeln? 500 Dollar, wo ich every day, every night. Every day. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Metal, metal, Leute. Metal. Metal. Wie weit ist denn der Gerant zum Pinkeln? Na, da hinten zu den Toiletten. Lass mal jetzt die Köpfe zusammenstehen. Ist Roy jetzt ein Teil von uns oder sind wir ein Teil von Roy? Wir müssen dem fragen jetzt ganz offen, was der vorhat und wo der uns sieht. Ja, und wir müssen noch mit Pinsel reden. Deswegen? Krumm. Na, wegen der Dingssache umziehen. Ja, was geht mal? Was Pinsel möchte? Ne, wir bleiben ja dann. Wir sind ja auch, wir haben Grape Seat dann. Wenn wir Grape Seat. Was geht's denn, Jo? Wir müssen jetzt mal gucken, was wir jetzt machen, was der Stammpunkt ist. Okay. Ja. Also du hast schon ein paar Sachen an Grape Seat gebracht. Jo, also kurze Info, Mann. Damals, als wir kleinen Jungs aus Grape Seat weg sind, Mann, hatten wir die Mission, die Botschaft des Nordens zu erobern, Jo. Das Cracky nennt. Ja, das weiß ich. Das musst du Pinsel. Ja, haben wir erfolgreich erledigt, Mann. Danach wurden wir gierig und haben uns mit den falschen Leuten angelegt und mies auf die Fresse bekommen. Ende. So. Und jetzt, Mann, weil Grape Seat ziemlich dead ist, kehren die Helden zurück, Mann. Die kriegen auch noch eine Parade und so. Gesponsert von der Alternative für Grape Seat. Eine Parade, die Helden kommen heim, Mann, als ob wir die Mondastronauten werden, die gerade wieder auf der Erde gelandet sind. Versteht ihr? Wir werden im Norden noch als Helden gefeiert. Ja, aber das kostet eine Zeit, ne? Ich hab erstmal ein paar Autos rübergebracht, Jo. Mit den Hot-Tab, ein paar Stühle aufgestellt drüben in Grape Seat. Aber wir haben immer noch die Botschaft, Jo. Was machen wir mit der? Ja, die bleibt, die wie ist, Jo. Also quasi zweiter Stütz. Eigentlich ändert sich nichts, außer dass wir vielleicht wieder ab und zu, dass wir halt sagen, wir kommen aus Grape Seat. Ja, aber wohnen wir dann in der Villa oder oben? Ja, das ist beides, Mann. Okay, weil wir haben vorhin Milo und ich ja mit Popcorn gequatscht. Der hat gesagt, er freut sich, wenn wir wieder im Grape Seat sind. Also der ganze Norden freut sich. Ja, natürlich, Mann, wir werden da empfangen, die Helden. Und der Norden hat uns auch gestern gewarnt, dass Sandro und Macaroni uns suchen und uns abknallen wollen. Ja, der Norden hält zusammen, Mann. Egal, was passiert, Jo. Genau, und jetzt ist mir eingefallen, was ich vor Gericht gesagt habe, was vielleicht ein bisschen... Was ist denn mit dem? Ja, Revolterfahrer, was erwartest du? Lass uns ein bisschen zur Seite gehen. Mann, die waren mir mitten im Dings drin. Jetzt habe ich Rückenschmerzen. Jetzt bist du ein Wichser, oder? Das hast du hundertprozentig laut gesagt. Natürlich habe ich das. Wir sind zu viert, was wollen sie machen, ne? Und was ich vor Gericht gesagt habe, ich habe halt Sandro in die Karre gepisst, ne? Ja, aber warum hast du das gesagt? Also, ich habe eine große Lüge erzählt. Warst du schlimmer als ich? Ja, deutlich. Ja, okay, dann verstehe ich's. Also, ich habe eine große Lüge erzählt. Ich habe halt gesagt, dass Sandro den Kim da hingeschickt hat zum Aude. Mit Geld in der Tasche. Weil er nicht wollte, dass Wade da ist und damit er den Ruckern auf die Schnauze sauen kann. Na gut, Mann. Lügen, Mann. Das ist auch kein Problem. Über das Gras-Business habe ich nichts erzählt. Ich habe halt nur gesagt, dass er eine Organisation hat. So ein bisschen angeschnitten. Aber was ich nicht vor Gericht gesagt habe, Mann, was Wade mir erzählt hat, dass Sandro auf ihn geschossen hat. Das hätte ich erwähnen müssen. Sowas habe ich auch nicht gesagt. Wie ist das eigentlich ausgegangen? Boah, was haben die nochmal gesagt? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Fifty-Fifty-Ding. Aber die sind, glaube ich, geschieden. Ey, Mann. Auf jeden Fall haben wir uns gestern getroffen mit denen. Die wollten uns mit dem Baseballschläger einhaben, aber mit Knarre. Aber kann sein, dass ich einfach nur ein bisschen geschielt habe. Weil manchmal ist das ja, wenn man aussteigt, ne? Aber du sagst jetzt knallt. Und dann haben wir auf die geschossen und die haben zurückgeschossen. Als sie ausgestiegen sind, hat die Sache knallt. Und zum Jesus vom AOD und zum Wade haben wir gesagt, die wollten Wade da rausholen. Und das haben wir verhindert. Was ist Jesus, Alter? Dass der vom AOD keine Ahnung wieder heißt. Okay. Wir nennen ihn Jesus. Ja, aber warum die ganze Zeit vom AD, Mann, AOD, ich höre nur AOD, Josch? Der Sandro hat gesagt, wir sollen da hinkommen. Wir wollten da kurz hin, um dem Doc seinen Schlösser wiederzugeben. Wir müssen dem Norden nur beibringen, wann der Sandro jetzt ein Stadtjunge ist. Also Popcorn weiß das schon, ne? Ja, ich weiß, ich hab doch mit ihm schon gesprochen. Ja, wir müssten quasi einmal kurz dem Jesus Bescheid sagen, dass das gestern passiert ist wegen Sandro. Wir müssen niemandem irgendwas Bescheid sagen da oben. Doch, da war die übelste Fetzerei, Roy. Ja und? Wenn die was wollen, kommen die auf uns zu. Du hast das echt nicht mitbekommen. Das war echt heftig. Ha, du warst schon dabei. Seid ihr am Kotzen oder hackt ihr nen Plan aus? Wir hacken nen Plan aus, da. Ich hab dich gesehen, da wurden wir übel, Mann. Ach, das kann ich verstehen. Wollt ihr meine Gang? Bart, Bart heute nicht frisiert. Oh, wir suchen noch Soldaten. Wir suchen Mama. Echt? Was ist denn das für eine Gang? Wir sind die O7. Wir machen Gang Gang für andere. O7 Grape Seed Gangster Family. O7. O7 Grape Seed Potti. Ja, 895. Wir regeln Gang Gang für andere. Geil. Wir machen alles für Geld. Blöderweise bang ich schon 44 G-Block. Ah, Projects. Okay, okay. Unangenehm, aber okay. Aber viel Erfolg, ja. Ja, danke. Mit O7. Ja, danke. Da liegt das schnell mit uns an. 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 Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Also, warte, komm mal. Wir haben den Namen ein bisschen gepimpt. Wie findest du den? Ist O7 ein Mann das Motherset von O2 oder wie sieht das aus? Nee, vom Vodafone. Ja, ich hör schon auf. Ich bin nämlich. Ja, also, ja, keine Ahnung. Wir haben uns immer früher die 895 Grape Seat Posse genannt, Mann. 895. So, wie wär's noch mit O7 Grape Seat Posse und dann 895 Skrskr. Oh, scheiße. O7. Bis wir den Namen gedroppt haben. Ist doch die Party vorbei. Ja, geil. O7 Grape Seat Posse. Das klingt auch cool. Oh, damit kann ich mich anfreunden. O7 Grape Seat Posse. O7 Grape Seat Posse. Ich kann mir das nicht merken. Ja, wir können ja auch entweder sagen, nur Grape Seat oder nur O7. Ist egal. Ja, das Image müssen wir uns erstmal holen, damit die wissen, dass O7 Grape Seat, ihr müsst einfach nur 895 und ein bisschen Skrskr. Weißt du, die kamen von dem 44 aus dem Projekt, die hatten schon Respekt. Ja. Und wenn man Pinsel sagt, du Skrskrskr. Skrskrskrskr. Oh mein Gott, Alter. Okay, dann sehen wir nochmal. Okay, Mann, läuft. So, Crispy kommt der halt aus, Mulder Wilde, ne? Hat er gesagt. Morgen, glaub ich was. Ja, meinst du mir Samstag? Ach, Mann. Auf jeden Fall kannst du jetzt davon ausgeben, dass wir, ich weiß ja nicht, ob du dich da mitzählst dann, wir haben richtig Stress mit den Amigos. Und deshalb haben wir gerade nämlich den Macaroni, der war gestern dabei. Ja, boah, Gott. Den haben wir gerade gejumpt und der Paletti hat uns sogar gesagt, wo der ist. Oh, mein Rücken. Warte mal, ich habe schon voll viele Leute, voll die wichtigen Leute angerufen. Oh Gott, ich habe voll den Buckel. Jo, hallo Daddy, Mann. Du hast mich angerufen. Naja, weil wir einen Termin hatten. Du wolltest, wir wollten uns treffen seit einer Woche oder so. Stimmt, ich soll den auch. Gott. Was für ein Unterhalt, Mann. Du hast mir schon lange nichts mehr zugesteckt. Ich bin fast 30, ja. Ja, eigentlich schon, Mann. Eigentlich musst du für mich keinen Unterhalt mehr zahlen. Ich habe genug Kohle, ich bin reich. Ja, du wolltest mit mir sprechen, ich mit dir. Es ist schon seit zwei Wochen irgendwie, Mann. Wollen wir irgendwie mal miteinander sprechen. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum, um ehrlich zu sein. Sofern wieder nach. Ja, ganz ehrlich, Mann. Ich kiff zu viel, jo. Das feinste Crispy Green aus der O7 Graveseat Posse Gang, jo. O7 Graveseat Posse. Wirst du gut. Ja, genau. Weißt du, darüber schon. Der war ja sogar dabei, dann wird es cool. Dankeschön übrigens für die Subs. Ich lese alles mal vor. Hallo, Live-Russig. Nein, das ist so ein... Ja, doch, hat die wohl. Mila ist ein Fury. Ich habe schon 17 Ameisen gezählt. Ja, wir haben kurz gequatscht. Ja, ruf mich an, wenn du Zeit hast, Mann. Dankeschön, Guaranda. Dankeschön für fünf. Daddy, will mir auch kein Geld geben. Was? Daddy will mir Geld geben. Jo, denk dran, wir haben immer noch diesen Termin. Mann, ich will auch einen Daddy. Ich bin dein Daddy. Gib mir Geld. Du wichst, du hast einen Job. Ja. Danke. Bitte. Boah. Alter, ist ja kein Schwanz da, Mann, außer ihr. Ja. Boah, das klingt voll gemein. Ja, war es auch. Ich habe nur darauf gewartet, dass du sagst, das klingt voll böse. Und ich... Ja, damit habe ich gerechnet. Ja, fick dich. Ich habe es auch rausgesehen, Mann. Ich habe in meine schnarchende, waschende Glaskugel geguckt, ja. Hast du auch rausgesehen? Ey, dass du genau das sagst, Mann. Ja, das ist auch gemein. Ja, war es auch. Ich habe hier so eine Glaskugel-App, Mann, und die hat mir das gesagt. Dann fahr auf damit, du Penner. Okay. Hä? Jetzt ist ein neues Side-Alter. Was denn? Was für ein Side-Alter? Der meinte, es sind keine Hauser, wir da, wir Penner oder so. Wer? Na, der Woi. Was sagst du dazu, OG? Jo, das voll das Assi-Alter. Oh Gott, was machst du? Du hast ihm fast den Fuß geschossen, Mann. Mina, du hast zwei den Fuß geschossen. Oh mein Gott. Gott, du krank, du hast dich erwischt. Einer muss den Malte grufen. Müsst du mich schossen, Mann. Okay, okay, schieß mich auch an. Warte, ich bin noch Doktor. Schieß mich auch an. Ja, oui. Ruf das Baker an, Mann. Ist das das Einzige, wie wir das jetzt gerne haben? Warte, ist das ein Loch oder ist das nur ein Streifschuss? Ja, nur ein Streifschuss, oder? Oh Gott, die hat voll durchgeschossen. Oh Gott, du ehle, Digga. Durch die Hose. Oh Gott, es blutet vor. Warte mal, wer ist er denn? Was macht der Piss? Ruf das Baker wieder. Ja, Baker. Das ist nur ein Streifschuss, das Loch ging durch die Hose. Okay, ja, ich auch warte, wenn das nur ein Streifschuss ist, dann brauchen wir jetzt keinen Krankenwagen, Mann. Aber das ging voll. Nein, Mann, ich hole mir einfach, ich hole mir hier so ein Tuch, Mann, und dann finde ich das ab. Ich habe nur Schmerzmüll dabei. Oh, geil. Ich finde dir das auch ab. Nein, warte, ich darf den nicht im Soh fassen. Danke, Mann. Pinsel verfolgt eigentlich so einen Typ, wir müssen schnell machen. Warte. 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 Ich sollte keine Ohr für eine Hand haben, jetzt weiß ich auch, warum. Okay, ich hab. Let's go. Der ist da irgendwo hingerannt. Da vorne ist er. Ja, wer ist das? Sollen wir den smoken? Das ist auf jeden Fall nicht, Ivan. Wer ist das? Ja, anscheinend hat er Stoff dabei. Nimm dir mal ein bisschen was weg, Mann, für uns. So, Schild, gib deinen Stoff, Mann. Ja, oh nein, Mann, ich hab keinen Stoff, Mann. Ja, wie? Wo ist dein Bunker? Was für ein Bunker. Du hast doch bestimmt einen Bunker, du bist doch gerade gefragt, ob wir uns smoken wollen. Ja, Kippchen, Mann. Ja, weißt du, wer wir sind? Ihr seid ein paar Typen mit, äh... Oh, wir sind die Ohr-Seven-Greaseat-Posse, Mann. Genau. 895, ist das eure Postleitzahl, oder was? Ja, klar. Ja, Mann. Ja, nice. 719 ist zu weit im Norden. Ja, und wer hat die? Das ist eine Tankstelle. Das ist eine Tankstelle, Mann. Okay. Was? Ja, die Postleitzahl muss doch immer einer ins Gesicht tätowiert haben. Pass bloß auf, ich schieße manchmal. Das war nicht frech, Mann. Scheiße, Mann, bitte nicht das Schieße. Ja, mein Finger. Manchmal krampft er einfach. Ich will deinen Fischerhut. Mein Fischerhut? Gib mir sofort deinen Fischerhut. Ja, gib mir mal eine Knarre, Mann. Ich will ihm deinen Fischerhut. Der hat doch bestimmt eine Knarre bei, oder? Nein, Mann. Pinsel, hast du den Motherfucker gesucht? Wolltest du meine haben? Nein. Ja, ich war gerade dabei. Ja, why not? Deswegen muss dann jemand anderes machen. Ja, stimmt. Ich habe noch die hier dabei, Mann. Den interessanten Töter. Jo, wie hast denn du den Affe unter dem Fischerhut versteckt? Ja, digga. Indem ich mir einfach den Fischerhut auf die Rübe ziehe, ne? Der riecht komisch. Ja, scheiße, Mann. Ich habe den auch immer auf, auch beim Sport. Das kann ein bisschen mein Schweiß sein. Wirst du auch nicht? Oh, der Motherfucker muss mir die Hände hochnehmen. Ja, Mann, du nimm die Hände hoch, Jo. Wo sind wir denn hier? Weißt du, was du da im Nacken hast? Hoffentlich nicht sein Schwanz. Ne, da wirst du lachen, der kitzelt. Oh, shit, Mann. Nein, nein, bitte nicht. Für wen bändst du? Welche Gangs hast du? Ach so, was hast denn hier alles, Mann? Ja, nichts. Ich habe lieber auf den Fingern. Jo, Mann, den Tuning-Gutschein, der gehört mir, Jo. Oh, nein, komm, den... Jo, wie viel Prozent sind's? 20, Jo. 20 Prozent, Alter. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, Mann, ich bin wieder oben, und ich falle dir deine Birne weg. Oh, nein, nicht meine Birne, Mann, die brauche ich noch für den Friseur. Wichser. Jo, hat der Kondom oder so bei? Warte, warum machen wir das überhaupt? Hat der was mitgekommen? Er hat doch gar nichts geschossen, dachte ich. Wie denn? Nein, warte, ich habe aus Versehen geschossen. Das war Mila, du Idiot. Das war Mila, du Idiot. Scheiße, ich habe ihr Name gedroppt. Scheiße. Scheiße, er weiß nicht. Gott, wir müssen die Namen für uns behalten. Scheiße, jetzt müssen wir den umbringen, er weiß Minas Name. Minas Pinsel, du hast gutes Namen. Jetzt hast du meinen Namen gedroppt, du Idiot. Tori. Gott, das ist Mila Pinsel, man rafft euch. Ja, ich habe das mitgesagt. Jo, shit, das artet hier ein bisschen aus, ne? Okay, Mann, das war anscheinend ein Missverständnis, aber der 20 Prozent, Gutscheiger, trotzdem uns. Ja, ist gar kein Stress. Jetzt lauf weiter! Lauf weiter! Lauf weiter! Lauf weiter! Ja, chill mal, aber zieh den Zwischenhut wenigstens an. Nein, bist du verrückt, denn ich darfst in eine Washmaschine packen. In eine Washmaschine? Yes, sir. Willst du unsere Gangtion? Ja, klar, why not, Mann? Kann ich noch davor meine Munches holen? Was, eine Munch? Hast du auch eine Karre? Ja, ein Primo, Mann. Jo, das ist ein echter G, Mann. Ein G, Gang, ja? Ja, dann holen wir den in unsere Gruppe. Hier, Gang, Gang. Nee, Gang, Gang. Wie, Gang, Gang? Was hast du getan? Okay, wir haben... Gar nichts. Okay, Kadel in, Freunde, Kadel in. Nee, warte mal, warte mal. Warte mal, so es geht doch nicht. Das geht doch nicht so schnell, Mila. Der muss erst sich beweisen. Ja, beweisen, oder? Der muss sich von einem Hochhaus springen ohne Fallschirm. Nein, du musst jemanden... Du kriegst 100 Gramm Dope und du vertickst den Shade, Mann. Du musst jemanden ficken, sozusagen. Nee, warte mal, der mit dem Dope klingt gold. Er kriegt 100 Gramm auf Kombi und die vertickt er. Oh, shit. Von was 100 Gramm, Mann? Ja, Crispy's Finest, Mann. Ja, das werde ich sofort los, Mann. Crispy, Green, Mann. Guck mal, da hinten rennt jemand. Oh, Gott, Mann. Komm, dann gehen wir whippen. Die holen wir uns. Komm, du gehst jetzt zu uns. Wow, wir nehmen direkt den Transporter, Hopps. Die hat bestimmt Fernsehen da drin. Ja, wir sind immer ein Stinkertörf. Wir müssen aufpassen. Kein doch. Was hast du da in deinem Transporter drin? Was hast du da drin? Mach mal den Kofferraum auf, ja? Was könnte das denn sein? Mam, hallo? Du darfst sprechen. Du musst nur die Hände umlassen. Ja, sorry. Ich war ein bisschen geschockt jetzt. Ich check da mal ab, was du so bei dir hast, Mann. Das sind alle so dabei, ne? Hast du Tuning gut, China? Ui, was ist denn das hier? Ein Pistöllchen, Mann. Wo läuft denn so eine Lady wie du mit einer Pistole rum? Ja, wahrscheinlich wegen Kerlen wie euch. Aber du hast sie ja jetzt gar nicht benutzt, irgendwie. Ja, Mann. Nee, es sind ein paar zu viele Knarren, die auf mich gerichtet sind. Ach so, entschuldige. Nehme ich mal an, nicht, Mann. Ich kann, ich kann. Okay, jo. Also. Entschuldigung. Ich nehme den einfach nicht. Ich stelle die Arme hinter mir. Okay. Also in dem Transporter sind Essen und Getränke drin. Oh, also, ja. Oh, schau. Was denn so? Was für Essen? Ähm, ich weiß es nicht auswendig aus meinem Laden. Also, wenn ihr euch bedienen wollt, kann ich euch gerne den Karten kaufen. Aus welchem Land gehört ihm? The Whistler. Whistler? Ja. Okay, was hältst du davon, jeder kriegt eine Free-Marsight? Wird das nicht falsch kommen? Dann ist der Thema durch. Aber ich habe hier schon ihre Pistole abgezogen. Oh, und die Knarre kriegen. Für unseren Neuzugang. Oh ja, unser Neuzugang. Ich finde, dass Trippi eine gute Frage gestellt hat. Wird das nicht frisch gemacht? Doch, das ist frisch gemacht. Das ist jetzt nur kühl gestellt im Auto. Ich kann dir die Hände runternehmen, Mann. Dankeschön. Also, es ist aber frisch, aber nicht frisch-frisch. Genau. Ähm, dann... Also, wollt ihr da jetzt noch dran? Dann möchte ich das nicht essen. Nein, das ist nicht frisch genug. Okay. Wir stehen da frisch-frisch. Jau, die ruft die Bullen, lass abhauen. Das tut mir ein bisschen leid dann, Alter. Weil ich glaube, dass die Leute dann richtig... Die denken, wir meinen dann so richtig ernst, dass wir den alles wegnehmen wollen, irgendwie. Die ruft einfach die Klache abgezogen. Jau, die wollt die Bullen rufen, oder? Die hatte doch... Au. Die hat... Au. Die hatte doch gar kein Handy in der Hand. Echt? Scheiße, hatte die den Blicki? Hast du die Knarren abgezogen? Schau, Mann, die hier, Mann. Guck mal. Boah, sauber. Wir bauen Bestand auf, Mann. Ja, Bestand. Hey, da ist unser... Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Das ist der neue Mann. Das ist der neue Mann. Ja, lass mal hier weg, Mann. Die Frau steht da davor. Lass mal hier abhauen. Die ruft auf jeden Fall die Kopf. Ja, das ist die Aztekers. Ab zum Primo-Mobil. Ich hab'n Primo. Wir haben auch einen da vorne. Der ist von Ivan. Ich weiß es nicht. Also, ey, hört das, Mann? Wir haben das immer ohne so Tücher im Gesicht gemacht. Wird doch jeder wissen, Mann. Das ist gut für die Street-Credibility. Die gibt plus zehn Punkte. Aber wir sagen ja mal, wir sind aus der Grapesie. Aber wir sagen ja sowieso, wenn wir sind... Ja, Mann. Ja, ich weiß. Deshalb macht das ja keinen Sinn. Du bist jetzt Praktikan. Du brauchst ja so'n Lappen. Ja, wohin? Ja, wohin? Nein. Freunde, wohin? Für deine Hackfresse, weil ich keine Hack essen. Fress nicht. Was sagt denn der OG, Mann? Hey, OG, wohin? Ei, runter, ich bin der Fahrer. Hey, besorgen wir uns jetzt doch grüne Karren, Mann? Verschinden, Mann. Nein, Mann, also... Also, ich... Nee. Weil wir sind ja nicht übergängig. Nee, komplett übergängig. Ich übergängig. Ja, OG, wohin? Du bekommst, der fickt mich. Mann, Hank, lass ihn doch fahren. Aber ich bin doch Praktikant. Ich muss doch für den Chef alles machen, Mann. Ich muss mich doch beweisen. Ja, du musst mich fahren. Jetzt sag, wohin? Genau, wohin? Sollen wir zum TÜV fahren? Wir fahren jetzt zum TÜV. Keiner, Graveseat. Auf zum TÜV. Auf, haben wir doch erst mal nach Graveseat, Mann. Genau. Ich muss voll tanken. Halt die Fresse, Fahrer. Scheiße, er hat auf jeden Fall die Cops gerufen. Gott. Und Woi hat voll den Namen gesagt. Ah, die telefonieren. Scheiße. Ich bin ja wack. Das gibt Kass. Wenigstens haben wir das Scrap. Der sah ich dumm bei dem Überfall aus. Der ist doch dumm. Aber der ist unser Ugi. Ja, aber der hat immer noch meinen Tampons in der Nase. Warum? Na, weil er Nasenbuten hatte. Ich würde jetzt sowas sagen wie, der eine hatte Tampons in der Nase. Schau, die war am Telefonieren, der hat auf jeden Fall FFV anrufen. Die Frau. Die Frau. Gerade eben. Gerade. Guck mal, mein Fuß. Zeig mal. Ja. Die Blase ist neu. Sektor IP. Ausrufen. Kannst du die aufknüppeln? Man, später. Ich beiß die auch, okay? Okay. Aber du hast noch ein Schnuffeltuch. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Platz gleich, ne? Guck mal, Wundfässigkeit. Oh Gott. Hör auf, mir wird schlecht. Du bist so ein Eke-Paket. Nein. Doch. Du kannst da keine Blase aufblasen. Exos, möchtest du das? Das war eine Eiterbehülle. Oh Gott, Alter. Ja, warte mal kurz. Ich wechsle kurz das Auto. Er wechsle kurz das Auto. Du musst deinen Links abnehmen. Da vorne steht noch eins. Kann ich euch noch ein Prima holen? Du, nö. Wir machen das gleich mit dem Klarenpinsel. Boi hat so gepackt. Deswegen wollte ich den nehmen. Mann. Siehst du. Ja, auf, du sehn, ja. Auf, auf, hau, ja. Ja, ja, pfeif auf. Da steht die Harta links. Also, dass ich das mal so entwickelt, hätte ich nie gedacht. Guck dich an, du bist voll die Gangster-Baut. Ja? Ich hab vor allem Möhre. Ja. Ich hab sogar geschossen. Ja, du hast Roy angeschossen. Da hat halt einer von uns ein Bad inne. Und? Warum ist der so schnell? Die anderen kommen nicht nah. Ja, aber der Pinsel weiß der, wo der hin muss. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich glaub nicht, dass der das weiß. Piu, piu. Hast du immer nur die Mädchenknarre? Nein. Ich hab mir einen richtigen geholt. Wo ist so die andere hingetan? Aber ich weig nur auf meinen Mülleimer. Warum schmeißt du eine Knarre weg? Weil das wie eine Wasserpistole war. Nee, das war eine scharfe. Ja, aber halt mit Wasser. So. Was? Weißt du? Nee. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Yo! Das ist Wahnsinn! Yo, Wallabee, Hermann! Yo, Wallabee, wo kam die denn her, Hermann? Wallabee, Hermann! Ja, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Ja, seid ihr... Are you on crack or something? Oh, Alter, warte mal. Ach, dass der Partikant das kann ja passieren. Ah, Taschen, ist alle Typ bei euch oder was? Jau, du hast uns fast gefickt. Ah, wollt ich nicht. Aber mit dem Kondom. Jau, die haben uns gepittet, Mann. Wer? Ich hab den Barbie gar, scheiße. Die in der ersten oder was? Da wurde gar nichts gepittet. Ja, ihr Wichser, wollte auf die Frist, Bruder. Was willst du von mir? Hast du irgendwie schlechte Schlafe oder was? Was war ich da? Junge, aber was hast du denn, Alter? Hast du schlechte Schlafe irgendwie letzte Nacht schlechte Fond oder was? Hey, so redet man nicht mit dem Augie. Nein, das ist der Augie, Mann. Nee, weiß ich nicht, wer du bist. Wer bist du denn? Ich bin der, der dich bald kündigt. Ich bin scheiße. Ja, 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 alle klar. Du bist Augenarzt, Binnen. Ich bin Augenarzt und du bist bald gekündigt. Ach, das ist scheiße. Ja, scheiße. Dann fang mal lieber weiter. Du hab keinen Bock auf Stress. Amelia, komm, wir müssen weg. Der Senior Chief ist da mit Augenarzt. Das hier. Ja, Mann, das ist ja auch der Rindler. Ich bin ja weg hier. Okay, kündigt zu werden. Ich mag den. Ja, und das, boah, was machen die denn schon wieder? Weiß nicht, das ist ja verwirrend heute. Was ist ja schon wieder los? Bei dem Bäcker muss man aufpassen. Die sind knallhart. Ja, das stimmt. Wenn die einen Einsatz haben, dann wollen die da auch hin. No matter what. No matter what. Und sie tun es auf Pappe. Oh Gott. Sag mal, spinn der komplett? Das war ja actionreich. Jetzt haben wir unsere Rache bekommen. Ich würde gern bald mal wieder zu Lunis Grab gehen. Ja, können wir das machen. Ja, ich würde gern mal kurz mich mit denen unterhalten. Warte. Warte. Okay. Ich glaube, ich bin immer noch mal dick. Mal ein paar Takte kehren. Weil der war in meinem Traum. Und so geht das nicht. So nicht. Was hat einer gesagt? Der hat mich an Standpauke gehalten. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Aber es hat irgendwas mit einer Kebentorte zu tun. Was? Kebentorte? Und das möchte ich gern nochmal mit dem in Ruhe ausdiskutieren. Okay. Und wir müssen uns auch bald wieder um das geilste Mädchen kümmern. Ja, mit Dr. Chunk. Aha. Der Pinsenlück. Ja, scheiß Lüge, Gerlach. Hast du ihn? Ich auch. Ich hab dir eine Bombe schucken lassen. Eine Cola-Mentos-Bombe. Ja, ich weiß. Ich hab dich einrufen. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Hab ich kurz vergessen für einen Sekunden. Ah, shit. Here we go again. Here we go again. Los, wir gehen in das Gangbang-Haus. Jo, das ist das Crack-Haus. Ja. Loser. Oh, Gott. Loser. Was ist, Matthias? Das Crack-Haus ist wieder unser Hauptquartier, ne? Ja, das Crack-Haus. Aua. Alter. Easy. Ja, also das Crack-Haus ist das Crack-Haus. Da drüben ist das OG-Haus-Pinsel. Das teilen wir uns, Mann. Okay. Da drüben, die Chill-Out-Area, da wohnt irgend so ein komischer Typ. Aber eure alte Bude ist noch frei. Ja, soll ich da einen Mietvertragung und das schreiben? Ja, da musst du erst deine See anrufen, ja. Echt? Yep. Die beiden mit deiner See hat doch hier oben gar nichts zu sagen. Das ist doch der andere Typ, der vorhin bei Popcorn war. Oder vielleicht gehört er auch dazu. Keine Ahnung. Ab ins Crack-Haus. Ja, auf jeden Fall überlege ich gerade, ob ich das Crack-Haus so wirklich komplett kaufen soll, Mann. Warum nicht? Das war so klar, wenn sie nicht. Ist da überhaupt noch was drin? Ja, ab und zu, wenn ich hier bin, lege ich was rein. Ja, ja, das ist ein Traumsaft, den nehme ich mir. Aber ey, nicht wundern. Hier könnten irgendwelche Leute schlafen und aufwachen und reinkommen, ne? Das war doch noch nie anders. Ja, nur, dass ihr Bescheid ist. Warte mal, wie heißt man dann? Hank! Oh, Hank! Ja, genau, nicht wie Hank, Mann. Hank the Tank. Wie heißt der Typ? Henry. Hank! Henry at the Golden Kettle. Also wir wohnen hier nicht, Mann, ja, Mann. Das Crack-Haus ist ein riesengroßes Obdachlosenheim. Das Crack-Haus, halt, Mann. Das Crack-Haus steht für die besten zehn Minuten deines Lebens. OG Pinsel, sag ihm was. Ja, was? Ja, von der legendären Party jetzt. Ja, weißt du nicht, meine Gangling? Ja, erzähl mir ein bisschen von der legendären Party, Mann. Ibo-Kake-Party. Hier waren tausend Leute, sag ich dir. Alle haben kiffen, alle völlig drauf. Die haben sich gegenseitig abgeleckt. So ein Ding war das. Boah, Alter, der große Hau in der Küche. Ich hab auch in der Küche hochsehen. Ja, das war ja echt schon, hey, da wurdest du ja schon drauf, nur wenn du den anderen abgeleckt hast, ja? Dann haben wir einen Zicken-Track gehört. Zweimal. Zicken-Track. Ich krieg schon Hapes, wenn ich nur dran denke. Und wart ihr bei der Leck-Party auch dabei, oder wart ihr nur stille Zuschauer? Du war nicht dabei. Ich war auch nicht dabei. Ich war gar nicht dabei. Du kamst zu spät, glaube ich, gehört das, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich kann sein. Ich kann es dann zu sagen. Nee, der ist zu früh abgehauen. Ach, ich wohnen. Äh, lagst du eine Etage weiter unten, oder lagst du unter dem Haufen? Schon ganz unten. Ja, du musst dir vorstellen, man, hier in der Küche. Hier. Genau hier, man. Da, wo der Boden abrief ist, ja. Oh, shit. Hier lagen einfach so 40 Leute auf dem Haufen, Mann. Zack. Ja. Ja, genau. Au, au. Au. Nice, das muss wohl ziemlich abgegangen sein. Scheiße. Ja, Mann. Und dann haben wir die Arft-Tower hier rein verschoben, Mann. Der Bude war voll, Alter. Da standen acht Leute auf dem Bett. So lege ich hier. Bei uns sind wir nur ein paar Geschöne, Milo. Und noch welche im Schrank und so. Ja. Wir haben fette Drum'n'Bass-Beats aufgelegt. Oh, ja. Oh, nice. Drum'n'Bass. Oh, das ist das Crack-House, oder Trap-House, Mann. Trap-Crack-House. Die Suppenküche ist tot. Das war auf meine Suppenküche hier. Was für die Obdachlosen. Weiß ich nicht mehr. Wir haben nach Essen geschneut und das alles in den Kühlschrank gepackt. Nase-Ginseng-Suppe. Ein paar Nasen, ein bisschen Ginseng. Und dann war geil. Gab's auch einen Strip dazu? Nur selten. Fennse, was machst du schon mit deinem Kühlschrank? Ich hab mir's reingelegt. Was dann? Hoffentlich ein bisschen Crack, Mann. Bier. Bier. Jo, Henry, kannst du mit einer Knarre umgehen? Klar kann ich mit einer Knarre umgehen, Mann. Okay. Hast du eine Knarre? Nee, immer noch nicht. Du hast mich doch vorhin durchsucht. Aber Woi hat eine Knarre. Ja, Woi hat doch die Knarre abgezogen. Viel Erfolg. Von der Old Lady. Was hat der gesagt? Und? Was? Gesagt, dann ist er eine. Den gleich wieder da. Und dann läuft er mit einem Revolver rum. Aber hat der nicht von der V eine Knarre genommen? Ja. Die benutzt er jetzt. Der Revolver, den lässt er hier. Ah. Ja, den kann ja ich benutzen. Ach so, die kann ich. Der Revolver ist super wertvoll. Der Revolver ist heilig. Okay, ist der teuer, oder wie? Ja. Das kann man gar nicht kaufen. Ja. Das ist ein Erbstück der Familie. Oh shit, was für eine Familie. Von Woldi. Keine Ahnung, wie die Familie ist. Das ist halt eine, nicht eine epische, sondern, äh, eine legendäre Waffe. Oh shit, müsste eine legendäre Waffe haben. Ja, die ist golden. Yo, Henny, quatsch mal lauter. Lust, dass du da vorhin schrumpfst. Hank. Er heißt Hank. Was habe ich gesagt? Henry. Ja, aber der heißt doch Henry. Ja, eigentlich schon. Nein, er heißt Hank. Hat's Maul. Oder Malcolm. Warte mal, bist du der kleine Bulle von Eastgate? Nee, von Officer Eastgate. Ja. Nein. Malcolm. Nein, ich hab den Malcolm genannt, aber jetzt nennen wir ihn Hank. Hank, okay. Vorher war er halt Malcolm mittendrin, weil er mittendrin war. Genau, genau. Ich bin immer mittendrin im Geschehen. Mittendrin im Überfall. Oder so, ja. Okay, pass auf. Mhm, mhm, ich höre dir, Oggi, ich höre dir zu. Die Fresse. Hä, du hast gesagt, du heißt Oggi. Oggi, nur für... Nein, Oggi, Mann. Er ist sowas wie ein Anführer. Hier sind die Kakerlaken. Hä, was für Kakerlaken? Hä? Kennst du nicht Oggi und die Kakerlaken? Ja, doch, klar. Ja, dann weißt du jetzt Bescheid. Ah, okay, okay. Also bestätzt doch, Oggi. Ja, sag... Ja, okay. Erzähl, Oggi. Erst mal so, mal so, weißt du? Wir haben Beef mit dem Taxi-Taxi von Feuero. Kennst du die? Das sind Wichser. Ja, aber das sind die größten Wichser. Ja. Ich sag euch mal was. Ich hab mal Uber-Dienste angeboten, ja? Und ist halt auf V-Net bereits gegeben, ja? Und dann haben die einfach unter meinem Post geschrieben, hier, ruf lieber die 555 an. Die sind zuverlässiger, die haben mir das Geschäft versaut. Ach, wir werden mir die aufsmoken. Oh, ja. Ja. Lang machen. Ich hab mal eine Frage. Du erinnerst mich an irgendjemanden. Hältst du manchmal deinen Hund aus dem Fenster? Mein Hund? Ja. Hast du einen Hund? Nee. Okay. Aber eine Schlange. Hältst du die manchmal aus dem Fenster? Kommt vor, ab und zu. Warum? Ja, die will ja auch mal raus aus ihrem Terrarium. Territorium meinst du? Und die Weite Weizen. Und die große Weite Weizen, richtig so. Und vor allem, wir wohnen ja da bei... An der West Side, ja? Ja, und im West Side. Ja, ich musste kurz Ding im Kopf so machen, was jetzt die West Side ist. Nee, ohne Seife waschen. Genau, richtig erkannt. Ja, da wohne ich und dann strecke ich die immer so aus dem Fenster, so Richtung Beach. Und dann sieht sie was Schönes, ja? Was will die denn dann? Ja, den Sonnenuntergang, Mann. Na, den Beach. Das Riesenrad. Wer ist denn die? Die Schlange? Nee, die Beach. Der Sch... Da gibt's bestimmt eine, ja? Okay. Die Sandra. Genau, nennen wir sie Sandra. Die Frau Bullock? Nein, Schmulloch. 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 Ist ja wurscht, wie sie zum Nachnamen heißt, oder nicht? Weiß nicht. Eigentlich doch schon, oder? Ich geh mir mal eine Hose anziehen. Okay. Okay. Soll ich dir eine von mir geben? Hier hast du mehrere an? Drei. Ja. Ja. Ihr habt Baggies an, ne? Da kann man immer noch eine Joy-Hose drunter anhaben. Ja. Mhm. Und das, du musst dich bewähren. Bewähren? Wir haben keine Baggies an, das sind zägernd, Mann. Sie machen auch noch pass. Was? Ich leg mich hier schlafen, ja? Gehst du pennen? Ja. Warum? Weil ich hier schlafen gehe. Okay. Okay. Im Crack-House. Komm, wir gehen raus. Wir gucken nach wo. Aber wo ist die? Mila? Wo? Morgen dann. Ja, oder später. Oder später. Gute Nacht. Bye-bye. Bye-bye. Du musst sie küssen. Nee. Komm, wir gehen raus. Wir gucken, woher hin ist. Er macht schon wieder Business. Im Nassen will ich sie. Mwam. Pff. Bütz-Nase. Ich habe leider schon dich gewonnen. Ja, wo hat man die Flecke? Habe ich ihnen mitgegeben, als Praktikum. Nee, ich bin Praktikant, Mann. Oder? Wir haben Prospekt. Ja, sowas da. Was sag ich mit Pepo und so? Und den Aztekas? Also. Scheiße. Und woher hin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Wir brauchen einen neuen Mitgliederpinsel. Ja, ja, wir rekrutieren. Aber wo? Wir müssen Leibat fragen. Ja, komm, immer. Was ist mit der Patsche? Ich glaube, Patsche wird Rocker. Ah. Scheiße, Mann. Werde ich für das Praktikum bezahlt? Natürlich nicht. Scheiße, Christa. 100 Meter im Park fahren musst du, Wechsel. Was? Golfbälle. Soll ich Golfbälle sammeln gehen, oder was? Nee, sehr froh, dass er das nicht machen muss. Also Christa von uns gar nichts. Ja, okay. Aber wenn wir jetzt jemanden ausnehmen, dann will er auch einen Anteil haben, ja? Ja, klar. Wir teilen alles. Wie heißt unsere Gang? Das musst du doch wissen, Mann. Langer Weg noch zu gehen, Hobbit. Gang Gang? O7 Grape Seed Posse, Mann. Stimmt, du wusstest doch, das war irgendwas mit O7 Grape Seed. Also ich sag nur O7 Gang Gang. Die andere Scheiße kann ich mir nicht merken. Ja, dann sag ich das aus. O7 Gang Gang. Gang Gang. Du musst der beste Praktikum sein, damit wir sehen, du hast den Park. Komm, Pinsen, wir wiggeln rum in der Karre. Komm, wir haben einen Peeper vorbei und so. Quatschen ein paar Leute an. Wo ist, wo ist, wo ist er noch? Warte mal, wie hießen wir nochmal? O7 Grape. Das hier ist Grape Seed, wo wir sind. O7 Grape. O7 Grape Seed Family oder Posse. Alles klar. Sag einfach O7. Hallo, Alex. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe dich gestern vergessen, Bescheid zu sagen wegen deiner Karre. Die habe ich wieder, ne? Ja, ja, ich habe die bei mir. Deine Karre. Okay. Du hast ja meine noch, ne? Ist da ein Kratzer drin? Wo ist meine Karre, Alex? Warte mal, der hieß doch Ivan. Okay, der geht's gut? Okay. Dann ruf mich später an, wenn du es sein hast. Und fahr keinen Kratzer rein, sonst muss ich es morgen. Kussi. Ist doch. Ja, Mila ist schon raus. Meint ihr mit Smoken eigentlich in die Hotbox starten? Nein, in Abknallen. In Abknallen. Weißt du was, wir gehen, kennst du dich mal aus, in dem Business? Oh, und wir müssen zu Wayne. Nee, Mann, ich bin ein blutiger Anfänger. Okay. Was willst du bei Welt? Na, die müssen wir doch, da ist doch Jesus, wir müssen doch mit den Gwetschen noch. Von gestern. Ja, sollen wir da vorbei? Ja, wir fahren jetzt hier noch hin vorbei. Da müssen wir da sehen, okay, pass auf, zwischen Dings und Dings. Ja, du bist der OG, du machst das. Okay. Das soll der Punche. Ja, der ist ja immer hier, gar nicht. Puncht er die Leute, oder was? Weiß ich nicht. Ich bringe mich schon mit dem. Du musst doch ein harter Motherfucker sein. Ich bin ein harter Motherfucker, immer wenn ich mein Magazin lese. Ja, Puncher. Jo, Kurt, das geht dran. Nee, weißt du nicht hier, wieso? Ist du Jesus da? Jesus? Nee, Jesus ist hier, hi. Wo ist der? Nee, du bist nicht Jesus. Ja, ich seh aus wie Jesus. Was ist der andere? Ja, du meinst Travis. Ich weiß nicht, wer da heißt, wir nennen ihn Jesus. Wurde Travis noch da? Hm, der ist schon längere Zeit weg. In Ordnung. Ja, keine Ahnung. Sind die unterwegs? Warum sucht ihr den? Na ja, wir wollten aufklären, was gestern passiert ist. Du weißt Bescheid. Ja, haben wir schon gemacht. Ach, habt ihr schon gemacht? Ja, ja. Okay. Ja, das weiß er schon. Was wolltest du von White Pinsel? Ja, ich wollte dir dann gern, dass die O'Neils den einpacken wollten oder uns geswungen haben. Wir haben uns wie eine Mauer davor gestellt und dann haben die auf uns geschossen. Ja, aber die O'Neils, die schnappen uns heute noch, ne? Ja, ihr macht das? Nee, wir, hab ich gedacht. Ja, wir machen das. Ja, dann gib mal deine Nummer durch oder so. Mit dem Kaiser? Oder wie heißt der? Ja, ich warte mal, Kaiser. Der ist weg. Wir haben vorhin einen von denen erwischt. Ja, also ich will Sandro haben, ne? Ja, der müsste genau das. Ich bin der Augie, ich sage, was wir haben wollen und ich will den Sandro haben. Ja, siehste. Ja, sag mal deine Nummer, Augie. 7, 9, 8, 8, 4, 6. Okay, nochmal. 7, 9, 8, 8, 4, 6. 7, 9, 8, 8, 4, 6. Okay. 07 OG. Komm. Richtig. Ja. Foto Nummer? Keine Ahnung. Da ist er wieder. Okay. Hey, los. Wenn einer von denen da ist, soll er mich mal anrufen. Jo, gehört das gemacht, deine Nummer. Jo. Ah, du bist die rechte Hand. 5, 1, 9, 3. 5, 2, 1, 9, 3. 3, 4. 3, 4, alles klar. Schreibt ein SMS. Du bist auch 07, ja? Na klar, Grape Seed, man. 07 White. Nicht White Seed. Was? Grape Seed. Grape Seed. Was ist mit dir jetzt? Grape Seed. Was ist mit Grape Seed? 07 Grape Seed. Ach so. Ja, 07 Grape Seed, ja. Okay. 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 Ja, dann sag Bescheid, so, ne? Dann guckt man was. Ja, komm, wir bringen weiter. Okay, wir gern das. Peace. Bye, bye. Ja, sag Bescheid, fass ihr den habt, ne? Ich will dabei sein. Ja, weiße. Ja, soll mir den herbringen? Ich, das. Ich komm dann einfach da hin. Ja, okay. Geiler Scheiß, Mann, hat mich richtig verstanden. Yo, Hank, du hast keinen Knarre, ne? Nee, ich hab auch kein Geld. Hast du Geld für ne Knarre? Ich, nein. Ja, wie, was bist du? Du bist ein abgebrannter Motherfucker. Ja, ich bin ein armer Motherfucker, Mann. Fuck, Mann, sonst hätt ich gesagt, fahren wir mal bei dem Turf. Nüßel, komm doch mal her kurz. Ich hab ein Messer. Steig nicht aus, Lassling, komm. Komm du zu mir. Ja, glaub ich. Oder glaubt ihr. Ja, Kaiser will doch noch wen in deiner Gang haben. Was? Was? Kaiser will doch wen in deiner Gang haben, Mann. Wen? Ja, die Frau, die da steht, warte. Was für ne Frau? Nina, komm mal her, hier. Was? Was ist doch so ein Rockerbraut oder nicht? Ja, die halbe. Die kann doch auch ein Praktikum machen. Ja, die will ein Praktikum machen bei eurer Gang. Schau. Ich bin auch Praktikant, weißt du? Jo, Bro, weil du bist so abgebrannt, du hast nicht meine Strap. Ja, Nina, stell dich mal vor. Du bist, die ist von Kaiser vorgeschlagen. Warum hat er die verboxt? Ich? Oh, Leiband ruft an, wartet kurz. Ich klär das. Leiband, komm mal zum. Ja, unterhalte dich mal mit Curtis, der ist direkt da. Ich bin ja auch nicht. Nein, das soll Pinsel klären. Okay, Leiband, wir sind bei der A&D und hier ist deine Praktikantin, die du vorgeschlagen hast. Jetzt bin ich entspannt. Keine Ahnung, kannst du kommen zu 882? Ja, Pinsel, lass das Wagnas klären. Okay, warte, warte, wie kommst du dir? Nicht, dass hier wieder Krieg ausbricht. Ja, warte, dann. Du bist Sportplatz, was für ein Sportplatz, Alter. Nein, passt auf, sagt Kaiser, soll ich hierher kommen? Dann können wir gleich zusammen losfahren. Ja, dann komm du zu uns. 882. Ach, so viele Postleitzahlen hier. Ich sagte mal so, ich liebe dich. Ja, Pinsel, dann machen wir hier ein Werbungsgespräch. Okay. Nina, geh mal rüber zu Pinsel, das ist der Coole. Was? Scheiße, wenn das Vorstellungsgespräch aber nicht so abläuft wie bei mir, dann, ja. Dich haben wir überfallen. Dich haben wir überfallen. Bist du der Coole? Ich bin der Beste. Ich bin der Oggi. Mir gehört die ganze Web-Scheiße. Okay, deine Brille ist zumindest cool. Danke. Da kann ich auch ein Wasser abhauen. Oh, hier stehen auch nur Rentner, ne? Und im Schnee. Ja? Wollen wir haben den Ding? Krankenkassenrollator. Ist das nicht, ist der Mini? Und, wer, was, Fäsche? Ja, Mini. Kaiser meinte, da ich gerade noch ein bisschen was zufüllen. Mach' und du hier? Da hat er gesagt, ey, du wärst perfekt für uns. Ich bin hier oben auf dem Dach. Da ist gar kein Augenbrauen. Doch, hast du nicht. Braucht man nicht. Die brauche man nicht. Hast du die weggequatzt? Du Wichser, sagst nicht meinen Namen und sagst mir nicht, wo du bist. Okay. Du musst sie nur rasieren, wenn du sie jeden Tag hast. Ja, nervt auch. Wenn ich dich habe, ich nirgends. Nervt dich, klar. Also direkt wegmachen. Ey, die sucht dich jetzt. Risse. Okay, wir bauen hier ein Riesen-Business auf. Du willst dich jetzt, willst du, du willst Praktikum oder was? Ja, wenn du es nicht willst. Jawohl. Ja, Mann. Wo bist du? Also ich bin jetzt wieder im Crackhaus und ich habe mir kurz drüber nachgedacht. Aber ich trage mich auf. So funktioniert das nicht, Mann. So funktioniert das nicht. Was funktioniert nicht? Jo, ich reiß mir hier für Grape Seed 8 und für Grape Seed Posse auf, jo. Und jetzt heißt das O7. Was soll der Scheiß? Jo, wir sind Traditional Gang, Mann, aus Grape Seed. O7 Grape Seed Posse, hast du vorhin selbst gesagt. Ja, weil ich habe nicht viel Zeit zu überlegen gehabt, jo. Das gibt einen neuen OG, Mann. Ja, wie? Ja, Pinsel ist jetzt auch eine OG, oder nicht? OG. Alle sind OG. Hier haben wir jetzt drei Chiefs, äh, drei OG. Ne, alle. Du bist wie du. Ja, und das? Dann sag mir deine Version. Du bist halt in den letzten Tagen immer schnell weg gewesen. Entschuldigung, Mann, dass ich nicht so, äh, Zeit hab aktuell gehabt. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist so klein, schau nicht an. Ich sag dir nur, sag mir deine Version. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich hab eigentlich nicht gedacht, dass sich jetzt so viel ändert, Mann. Wenn wir hier zurückkommen. Ja, so viel hat sich ja nicht gern. Nur Pinsel ist neu. Naja, was eigentlich mit dir? Bist du jetzt noch Doktor? Ich bin alles. Ach, stimmt. Tja, okay. Ja, alles klar, Mann. Verstehe, wo seid ihr? Wir sind beim Apache, der hat uns hergerufen. Wer ist Apache? Boah, hier beim, der hängt hier beim Maul der ab. Also seid ihr da, oder was? Ja, aber hier ist keiner. Hier ist nur der Apache. Ja, alles klar. Kommst du her? Ja, klar. Du kamst gleich. Ich muss nur noch die Sachen von meinem Termin wegbringen. Ja, was hast du denn noch schon wieder gemacht? Ja, keine Ahnung. Neu Business erschlossen, Mann. Business erschlossen. Ich bring dir gleich noch vorbei. Ja, wartet einfach da. Ich bin gleich da. Ja, bis gleich. Ja. 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 Ja, richtig, richtig. Jo, du hast echt keine Augenbrauen. Brauch ich nicht. Ja, wie? Wieso? Na, das schützt dich vor der Sonne vielleicht. Die sind abgebrannt. Da habe ich eine Sonnenbrille. Ja, aber das sieht doch voll komisch auch, Gott. Ratsch. Oh, Gott. Ähm, okay. Ist die nicht kalt? Ja, aber die könnte ich ja welche aufweilen lassen. Pass auf, pass auf. Erste Gangritual. Augenbrauen aufmachen. Einmal so ein schönes Neigzeichen. Ja, schönes Neigzeichen. Sag mal, wer bist du hier eigentlich? Das ist unser Praktikant. Das ist unser Praktikant. Der Hank. Aber nicht Hank, das Hank, oder? Doch, kannst du mir auch so nennen. Den haben wir vorhin überfallen. Ja. Ich dachte, der hat auf uns geschossen. Dabei war unser Mila geschossen. Genau, genau. Die haben mich überfallen. Dann habe ich gesagt, ich will meine Manchester holen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich ein Praktikum machen will. Äh, die Mila muss ich auch noch kennenlernen. Ja. Die macht kurz Hi-Bubu. Welcome down, Leif. Boah. Okay. So. Dann fahren wir dann alle mit einem Auto, oder wie? Na klar. Nee, ich fahr bei Kaiser mit. Wie so eine Clowns-Karre. Ja, ich fahr gerne im Kofferraum mit, Mann. Wenn da ein bisschen Stoff drin ist. Weißt du, was wir für Karren haben, Mann? Nee. Super viele. Ja. Super viele. Du siehst richtig gut aus heute. Danke, ich wurde angeschossen gestern. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Ich hab dir nebenbei auch gekraut gestern. Danke. Scheiße, da kommt das Make-A-Roll da. Ah, nicht der Wichser. Das ist der Praktikantenpinsel. Ja. Wie heißt denn der Praktikant? Jeffrey. Da kommt der schon wieder Stress. Hey, was? Hey, ich weiß, du kannst untersuch mich. Ja, sag dich, wenn das drücken kann, das mach ich geiler. Komm her. Zeig mal, dein kleinen Knack-Arsch. Lass mich mal raufhauen. Lass mich mal Festigkeit zessen. Hau rauf. Oh, ist ja... Oh, ist ja... Oh, der... Das ist schön, das ist so ein Kettchen. Das ist so ein fester Arsch, muss ich sagen. Also, der ist schon stramm. Ja, das ist unser Oji. Das ist der Oji. Ja, das ist der Oji. Ja, das ist der Oji. Hat dir doch gefallen, sei doch ehrlich. Nee, aber ich... Okay. Hast du gesuckt, oder? Das hat er gar nicht mitbekommen, wenn es das war in deinem Leben. Hast du den Wind, du hast es nicht gespürt? Ja, da kam so ein leicher Wind in mein Nacken. Nur habe ich ein bisschen Gänsehaut gerade bekommen, du. Okay. So. Ich brauche... Ich brauche schon einen kleinen Kühlpack. Kühlpäckchen würdest du? Ich glaube, das ist meine Musikrichtung. Kühlpack. Watt, würde er jetzt ein Kühlpäckchen, oder würde... Ja, würde Kühlpack. Ich habe doch Aua. Oh Gott, der Arme, oh Gott. Okay, na, alle Zupadio. Ja, ja, kann ich machen. Watt, war ich? Nee, ich heiße nicht, Stocker, Junge. Ich bin Ralf, ah? Ja, Nina, ich glaube, du passt da fertig. Ich bin Ralf, ah. Ich glaube auch. Oh, er sieht doch wieder, Junge, weil... Ich lasse mich mit den Augenbauern wachsen. Mal gucken. Ja, hast du das gehört, Kürtis? Ja, kann ich machen, oder? Er steht um 21.30 Uhr, ist irgendwo ein Box. Hau mal in die Schulter. Ja, Mike. Du musst dich einwenken. Hau mich! Aber du lässt mich nicht alleine, oder? Wie cool ist das, bitte? Jetzt hab ich vor, nein. Nee, so. Und jetzt du. Hau mich. Ach, Mann. Hau mich. Jappi. Perfekt. So, hast du die Schulter wieder drin? Guck mal. Warte mal, lass mich mal kurz ziehen hier. So. Jetzt. Ja, jetzt dürfte sie wieder, ne? Sei wach. Okay, dann. Fein, Schäden. Nicht getroffen. Was verfehlt. Eins, zwei, oh, dick. Warte, ich zieh nochmal raus, warte. Fing, Bro, danke schon für die Primes, habe ich im 49. Monat angehört. Und Dondi, danke schon für die Wüste am 39. Hatten wir dem vorhin nicht vorgelesen. So, geht's jetzt besser? Das kannst du mich zusammenhauen. Was? Na klar. Ja. Oh Gott. Aufpassen. Mehr. Goldpensel. Ja, jetzt geht's mir besser. Dankeschön. Praktikant, du hast so viel zu lernen. Ja, hab ich ja, Leute. Wir haben auch Kacke. Alfonso Kaiser. Lebemann, Abenteurer, Lost Book. Erzfeind von Jonathan Laser. Stefano Alfonso und Sandro O'Neill. Schüler von Sensei Apache. Sensei Iraya Apache, drittbester Freund von Piso. Und zukünftiger Hotkake von Los Santos zu ihren Diensten. Ach, scheiße. Wie war ein dreckiger Esel? Das klingt so, als würde einer eine alte Tür aufmachen. Das ist ein Esel. Was ist hier los? Ja, Reis, jetzt krieg ich mal einen Griff. Das ist der Hokage von Los Santos, Mann. Scheiße. Der zukünftige Hokage. Der zukünftige. Einen langen Weg vor mir. Ja, quatsch mal lauter. Kaiser. Du Schmorpimmel. Das Outro mach ich, ja. Ich hab was Gutes. Natürlich Sensei. Wenn wir wegfahren. Wo kommen wir jetzt eigentlich hin? So, jetzt geht los. Kaiser, hast du geguckt, ob Sandro da ist? Ruf ihn mal an. Mach ihm direkt eine neue Ansage. Okay, ich ruf ihn an. Wir haben heute schon einen von denen gejumpt. Ja, weil ich will Sandro haben. Wir müssen erstmal, wir müssen erstmal hier quatschen. Wie es weitergeht. Ja, wir schnappen uns Sandro. Ja. Also soll ich noch warten? Nicht anrufen, okay. Ah, wir müssen doch, was geht denn einfach so? Wir müssen erstmal vor Elm waren. Ah, das ist der König von Götzid. Götzis. Ja, Hokage. Lass dich mal erst anschauen. Wir haben uns ja nur gestern ganz kurz gesehen. Guck mich an. Bin zusammengeflickt worden. Eine feine Panier. Guck, alles wieder gut. Richtig schöne, schöne Kleidung. Danke. Dann heb mal deine Arme für mich. Heb mal die Arme für mich. Nicht den Ohr. Die Arme sollst du heben. Was geht's, Stefano? Na, servus. Ein richtig stabiler Bizeps. Und jetzt sag mal Wien Maddling. Was? Sag es. Wien Maddling. Wien Maddling? Aber weiter. Maddling, genau. Wien Maddling. Perfekt. Wunderschöne Spinne. Lavender, die Pinsel. Du hast nicht zu viel versprochen. Der Mann ist eine 10 von 10. Das hier ist jetzt die ganze Gang, ja? Nein. Weiß nicht. Nein, Kenny kommt noch. Nein. Oh, Kenny stimmt. Also, erstens, wir sind im Aufbau. Zweitens, gibt es noch mehr Members. Und, ja. Wien Maddling. Wien Maddling. Das Elm muss laufen. Oh, Maddling. Oh, Maddling. Jawoll. Everlaut, so Grape Seed Possegern. Der Kaiser. Der Leiband. Oh, nein, Mann. Ich hab schon von dem gehört, jo. Das ist mein Freund. Sind Sie der Herr Roy? Jo, ich bin Roy L, Mann. Für dich, Mr. Und ich, er. Ich hab von Ihnen schon einiges gehört. Es ist Schicksal. Es ist Schicksal, dass wir uns begegnen. Ich hab auch schon einiges von dir gehört. Herr Kaiser ist das für Sie. Herr Roy L. Der will in die Gang wandern und sagt, Herr Kaiser. Ich bin in die Gang. Das ist der zukünftige Hokage von Los Andes. Ich so. Der hat's für ein Hukage. Hokage. Was für eine Bukage? Nein, Hokage. Herr Roy L. Herr Roy L. Sehen Sie nicht. Sehen Sie nicht, warum das Schicksal uns zueinander geführt hat. Ich seh das Schicksal voll, Mann. Genauso wie dieser Apache. Apache ist mein Sitz. Ihr seid durch. Euer Aussehen schon aufgefallen, Mann. Die Stadt redet über euch. Und paar wollen euch schon mies verprügeln. Und die Stadt redet auch über Sie, Herr Royal. Jo, was denn? Ich hab gedacht, die Stadt hat mich schon vergessen. Eine Sekunde, wir werden gleich überfahren. Gehen wir mal auf die Seite hier. Walla, Baker. Herr Royal. Ja, was denn? Fällt es Ihnen nicht aus? Wie? Was fällt mir nicht auf? Nein. Sie heißen Roy L. Also Roy L. Ja, ich weiß es nicht. Das englische Wort für Adel. Ich heiße Kaiser. Das deutsche Wort für Kaiser. Wir beide. Wir beide tragen den Adel in unserem Namen. Wir beide tragen den Adel in unserem Namen. Alter, was ist mit dir? Also ich hab den Ghoul. Ich hab keine Besor-Mähen drauf. Und Roy L. Ich komme aus Wien-Mädling. Wien-Mädling. Mädling ist berühmt für das Mädlinger L. Und das Mädlinger L. Mädel, Leute, Mädel. Steckt in Ihrem Namen, Herr Roy L. Okay. Es ist Schicksal. Du hast mir nach gar nicht deine Nummer geblieben. Kaiser, warum hat deine Freundin keine Augenbrauen? Was? Was ist mit der... Frau Nina, sie ist von gestern. Ja, wissen Sie eigentlich, wozu Augenbrauen da sind, wenn man schwitzt? Ja, dass das nicht ins Auge geht. Sie sehen anders aus. Ja, Batsche. Aber stetig. Zu meinem Sensei-Raya-Outfit. Komm mal, sie... Oh Gott, Alter. Jo, magst du Kamine? Ja. Grunst du manchmal wie ein Schwein? Nee. Schade, Alter. Weißt du, was ich hier an der Mache? Was denn? Fucking ninjutes Mann. Okay, den hab ich nicht verstanden. Was ist schon wieder los? Was passiert hier? Ich krieg eben aber Fieber wegen so Wichsern wie euch. Hier, können wir mal was trinken, Mann? Ja, wir haben ein neues Business. Jo. Okay. Oh Gott, ehrlich? Exklusiv, ja. Jo, fuck. Was ist denn? Ein Satzwiebeln. Ein Satzwiebeln. Kaiser, komm mal kurz auf die Seite. Was machst du für jeden was dabei? Auch für unseren Praktikanten. Jo, kann ich auch einen Sack Zwiebeln haben. Nee, das ist was viel besseres. Scheiße. Geiler Scheiß, ja. Gib mir, gib's mir. Was, Mila? Man hat sich kurz ein Strap ausgelegt. Ja, dann, äh, Schlüsschen. Ja, Pinsel musst du jetzt auch mitrengen. Ziehen wir das weg? Na klar. Bam. Bam. Oh. Sogar mein Becher. Rein, die Scheiße. Hm. Ruchtig. Ah. Schmeckt süß. Das ist noch Limetten-Zitronengeschmack. Ja. Ja, me, young. Bisschen zähflüssig, ja? Zähflüssig, willst du mich verarschen? Das ist einfach nur eiskalt, ja? Nee, das ist schon ein bisschen zähflüssig. Geht. Also komm, das ist nicht wie Sirup, ja? Ja, doch. Ja, eigentlich schon. Ja, aber durch das andere, das ist... Oh, ein großer Becher. Viel drin, ja? Ja, ist auch ein XL-Becher, Mann. Yummy, yummy. Aha. Okay, was ist das? Yummy, yummy, yummy. Oh fuck, wir mal mit trinken Lean, Alter. Alter, kann... Oh scheiße, Lean. Wie passiert das mein Business nicht? Ja, wie? Wenn du's eben direkt auf die Nase bindest. Ja, aber das sehen die doch. Ja, egal. Kann ja einfach nur ne kalte Cola sein mit viel Eiswürfel. Aber ich dachte, das ist ein Mordsding. Boah, ist das ein großer Becher. Das hat er ganz schön auf. Das ist ja so ein Infinity-Becher. Da sind Spiegel drin und Lichter. Oh, lecker, lecker. Das ist endlos. Wie trocken war denn das, du Wixer? Okay, Herr Orgi, was ist jetzt der Plan? Warte mal, wir sind nicht alle Orgi, ne? Also, erst mal... Nein, ich bin Praktikant, Mann. Du bist Praktikant. Jo. Kommen Sie in den Kreis, ich mache den Platz. Ich seh dich doch. Oh, mir wird... Oh Gott. Jetzt kickt's rein. Oh, jo. Jo, warte, Mann. Oh mein Gott. Ja, was geht, mein Sohn? Was ist das für dich tun? Jo, bist... Weißt du nicht immer Motorrad? Ich hab dich doch schon öfters gesehen. Gehörst du zu dem Club hier? Naja, ich hänge ein paar Mal rum, so ab und zu, ne? Jo, dann verpiss dich. Nee. Das ist der Berater vom Kaiser. Richtig. Und sein Sensei, Mann. Jo, wir haben... Ich hab Prinzipien immer gehabt, Mann. Und es gibt... Jo, wer ruft mit? Hä? Gott. Ja, Mann. Jo, das ist Kenny. Ich schnippe die Scheiße bis zum letzten Safttropfen. Oh Gott. Geht so. Leiband? Kurze Frage. Die Frau hier. Hast du ihr gesagt, die sollst für uns? Ja, aber es geht. Okay. Der Sensei hat vorgeschlagen, dass wir sie vorstellen könnten. Wann? Aber ich hab gesagt, Sie entscheiden. Das ist ihre Gang. Und sie sich überlegen, wen sie... Ob wir wo waren? Als wir beim Paper waren. Ach, du meinst unten? Die Schießerei? Ja, alles. So warst du denn noch? Ja, war ich doch auch. Ich war auch im Krankenhaus. Oh Gott, mir geht's überhaupt nicht gut. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Kleidung auf dem Körper. Oh Gott. Ja, aber wir sind danach hoch zum Clubhouse von Briggs. Dann warst du schon mal weg. Achso, nein, da war ich nicht. Ich hab das nicht nach dem Krankenhaus gegangen. Ich bin mit Drüge gefahren, auch mit. Ich weiß, wie hieß denn der? Johnny Mike da. Ah, okay. Ich dachte, du musst abgehauen. Nein, nein, dann hab ich ins Bett gegangen. Okay. Und wie geht der? Eigentlich ganz gut. Kommt drauf an. Aber? Wie mein Magen mitspielt. Was ist mit deinem Magen? Ich bin doch da. Ja, ich muss aufs Kacken. Ja, dann geh doch. Sie sind unser Thor. Ja, fahr schon. Dann geh nochmal. Ich hab Kohle-Tabletten genommen. Eine Sekunde. Kommt, voll essen. Was mit dir? Ich hab gerade irgendwas getrunken, was Moin mir gegeben hat. Mir geht's ganz komisch. Achso. Machen wir. Oh Gott. Was machen wir? Ja. Wir haben mit Apache und Kaiser gequatscht. Der Sandro hat gestern auf uns geschossen. Warte, was? Ja. Warum? Sandro und seine Goons. Oh. Weil wir nicht dabei waren, Wade zu entführen vom AOD. Das war direkt hier vorne. Warum sollen wir den entführen? Das ist doch deren Sache. Nee, Sandro wollte uns da irgendwas verwickeln. Okay. Und jetzt? Krieg? Weiß ich nicht. Woher hat nix dazu gesagt? Er hat sich nur gewundert, warum wir auf einmal gegen ihn schießen. Habt ihr mit Sandro mal geredet? Nee. Wir haben jetzt Krieg mit denen. Also Pinsel und ich. Hm. Der Teil von Grape Seat. Wir sind ja O7 Grape Seat Posse jetzt. Achso, den bist du hier oben. Ja, ich denk schon. Ich weiß nicht. Wojkotzt sich nicht aus. Er hat gerade auch schon wieder was gesagt. Das Ding, was dagegen hat. Mit O7. Vielleicht werden sich da die Wege auch wieder dran. Weil langsam geht mir das auf den Sack alles. Ja, wir müssen es mal entscheiden. Immer die Sin und Ter. Lass doch einfach ein Ding durchziehen jetzt. Ja. Oh, meine Füße sind voll groß. Ich hab voll die Clowns Füße, Alter. Ja, das Geschäft hat sich schon wieder erledigt. Warum? Ja, weil ich mir nicht von irgendeinem Chamberlain-Weiß-Dude-Wichser sagen lasse, was der will, Mann. Oh, scheiß auf die. Ja, scheiße. Das sind aber die Lieferanten von Codein. Gott. Ja, aber möchte ich nicht zusammenarbeiten. Hat sich jetzt schon erledigt, gerade am Telefon. Möchte ich einfach nicht mehr, ja. Welche Wichser, Alter. Was hast du denn dafür gezahlt? Das, was ich jetzt hab, bekommen hab, nicht. Wir haben ein bisschen was, aber das war's dann auch. Als ob wir nicht durch Dr. Chaco oder so selbst da dran kommen. Wenn der das bestellt, Ding wo. Keine Ahnung. Mit Sicherheit. Oh Gott, Alter. Wir können da direkt vorbeifahren und ein Drive-Buy machen, weil so redet man mit mir nicht. Oh, die Baller, da war. Nee, diese Weißen. Oh, die sind witzig. Ja. Das sind so ne Vollidioten. Ja, hab ich grad gemerkt, ja. Er meint so, ja, wenn ich das sage, Mann, dann kommst du hierher. Ich so, ja, wer bist du, Bruder? Noch nie mit denen geredet. Warte mal, die machen Business und dann quatschen die danach so? Die einzigen, die da hinkommen, ist, äh, ist, äh, ist, äh, ist seine Mutter. Ja, und er gemeint, ja, wenn, wenn ich will, er hat gesagt, wenn ich will, dass du Zeit hast, dann hast du Zeit. Ich so, nein, Mann, hast keine Ahnung, mit wem du hier redest. Ja, ich scheiß direkt auf die, ich scheiß direkt auf die. Gar keinen Bock auf so einen Hurenbock. Wir sollten viel lieber mal klären, was jetzt hier mit unserer Sache ist. Das war übrigens der Typ, der Revolta gefahren ist. Der war das? Ja. Ich kenne ein, zwei Leute bei denen. Der Dieb und so von der Rocksängen ab. Na, schön. Wir sollten mal viel lieber klären, was mit unserer Sache jetzt ist. Weil du hast ja grad schon wieder irgendwas gesagt. Ja, keine, also, weiß ich nicht. Die zwei sind zwar lustig, aber, äh, ja, keine Ahnung. Ja, aber boah, ich zieh jetzt durch, Alter. Ich hab, wir haben die letzten Wochen die ganze Zeit dieses Hin und Her und, jo, dann halt nicht Grabsy, dann, keine Ahnung. Das geht doch, das ist doch nur ein scheiß Name. Ja, für den ich mir vier Monate den Arsch aufgerissen hab. Jo, dann sind wir auch Seven Sandyshaws-Klick oder so. Ja. Siehst du, jetzt gibt's wieder Stress wegen dem Namen. Ich hab... Da ich noch ein Remo holen. Pencil, der wollen wir nicht, dass wir uns Grape-Seed oder so nennen. Warum? Ich start jetzt durch. Was schärfst du? Ja, aber ich start jetzt durch. Lass, lass rumfahren oder so. Ja, ja. Ich hab keinen Bock, mir jeden Tag irgendeinen Scheiß reinzuziehen und mich irgendwie keine, immer Stein im Weg gelegt zu bekommen. Lass doch einfach mal den Fluss... Oh mein Gott. Lass einfach mal den Fluss laufen, Mann. Ja, wir müssen uns doch wirklich mal hinsetzen über alles kreieren. Wir können ja nicht jetzt auch noch trennen lassen. Das geht ja gar nicht. Jetzt sind auf einmal, ist auf einmal den Namen ein Problem. Was können sie eigentlich nicht? Warum? Ich weiß es nicht. Boah, ich weiß... Weil der sich vier Monate für Grape-Seed den Arsch aufgerissen hat, sagt er. Warte, wer bist du? Boah, das ist Kaiser, Mann. Ach so, hallo Kaiser. Der Harkoge von Dings, Lassandos. Harkoge, tut mir leid, ich möchte nicht stören, wenn das ein privates Gespräch ist. Also ich sage euch wie das. Ich bin O7, Ging, Ging und alles andere ist mir scheißegal. Ich mache mein Business und fänge die anderen. So ein Ding ist das jetzt. Und entweder seid ihr dabei oder nicht. Alles ist das. Ich bin dabei. Und jetzt mache ich einen dramatischen Abgang und gehe meinen BMO holen. Ihr Wichser. Nee, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, Alter. Das nervt mich, Junge. Immer diese Stoppereien und so ein Shit. Was gehst du holen? Ah, la, la. Primo. Dein Primo. Was ist mit dem von dem anderen? Ja, wir sind jetzt zu viele. Ich weiß nicht, mir geht das so auf den Sack, ne? Was denn? Jo, also wo er mich gerade angerufen hat, meinte, jo, hier wird Dings. Ist jetzt der, wir haben jetzt auch einen neuen OG, das hat mir dann nicht gepasst. Und dass wir uns O7 Grape sieht nennen, ist auch kacke. Wer ist der neue OG? Ja, du. Ja, Wichser, warum? Achso, ja, nee, ich bin der OG. Dann habe ich so gesagt, einfach, jo, wir sind doch alle OG. Nix passt halt. Pinsi, wir ziehen einfach unser eigenes Ding durch, okay? Genau, wir machen einfach unser Ding. Ich bin der OG. Ich bin der OG. Aber wir sind ja in der Gage. Achso, ich komme. Okay. Wir machen dann so, ich bin der OG, komme, was wolle. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht auf euch höre. Nee, Pinsi, es geht da nicht drum, wir... Das Ding ist halt, das geht schon seit Wochen so, weißt du? Ja. Auch mit Sandro und so, irgendeiner macht was, dann gibt es immer Stress, weil... Jo, ihr habt uns nicht angerufen. Ich habe auch, ja, ich will auch einfach machen. Ich will einfach machen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist das Problem. Zu viel denken. Genau, Kopf aus und losgehen. Einfach machen. Nicht viel Gratschen, machen. Dann kannst du mit denen losgehen, er geht jetzt... Was hat der gesagt? Er meinte, du kannst nicht, ich kann mit dem, also mit euch mitgehen, weil er irgendwas, ich weiß, er ist weg für jetzt, also jetzt irgendwie heute. Weiß nicht, was ist... Kenny, das ist schon in den letzten Tagen so. Der ist mal da und dann auf einmal haut der will da ab. Der war ja letzten Tage, also war ja nie da, so. Dann sagt er gerade, der hat einen Zahnarzttermin und dann macht der irgendwelche Kundeingeschäfte. Und nach fünf Minuten sagt er mir da, yo, scheiß auf die, lass den Drive weitermachen. Weißt du, was ich glaube ihm? Er weiß gerade nicht, was... Ich glaube, er ist komplett verwirrt. Ja, aber dann ist doch... Weil zu viele Sachen passiert sind. Ich glaube, der weiß gerade selber nicht mehr. Guck mal, jetzt ist Pinsel down, jetzt haben wir was Neues quasi aufgebaut, was wir mit Grape Seed kombinieren können. Da soll er sich doch freuen, ist wieder ein neues Kapitel. Irgendwas anderes schon, wilder. Aber nee, alles scheiße. Ich glaube, er ist einfach unzufrieden mit... Dann fragt er, wer ist der Patsche? Yo, hängst du nicht hier beim AOD rum? Yo, ich hänge ab und so. Ja, verpiss dich. Da haben wir, oh, Kaiser, da scheiß drauf, Mann. Ja, man wird schon herausstellen, wie die sind. Also deswegen... Also ich sage euch, wie es ist. Ich scheiße jetzt auf alles und jeden. Entweder machen die Leute mit oder nicht. Genau. Ab und so. Ich darf keinem hinterher. Ab jetzt Pinsel ziehen wir unser Ding einfach durch. Genau. Ich bin der Augie von O7 gegen ging. Und das bedeutet... Weißt du, du warst mal Kopf, du hast ja gar nicht die Straße abgelöst. Ja, ist mir scheißegal. Ich hasse die Alkohol. Also das schafft er schon. Okay, dann bist du okay. Aber ich kann mich sofort abgelöst sein. Wir haben die letzten Tage so viel Action gehabt mit Pepe, mit Briggs, mit Briggs, mit die Ahnung, Mann. Achso. Ja, du warst doch doch dabei, keine Ahnung, wo wir zu den Nass-Tekern gegangen sind. Ja, ja, ich weiß. Achso, Mann, das hat mich lieb. Ja. Ja. Verleibernd. Ja, was ist jetzt mit dem? Packen wir die jetzt ein und was machen wir? Ja, wir haben jetzt mitten und Mama und der Frau erstmal einen Eddingstrich in die Fresse. Geht gar nicht so. Ist ja peinlich für die Street-Gemitee. Aber Pinsen, du kannst auch nicht jeden aufnehmen, ne? Also der Kaiser kannte die nicht mal richtig. Die hat nicht mal die Nummer getauscht. Jetzt einfach jeden Penner aufzunehmen, ist auch kacke. Ja. Wenn die cool sind, wir haben gerade den Henke befallen, der scheint ja ganz in Ordnung zu sein. Dann können wir uns das angucken. Ja, deswegen gesagt, wir nehmen die mit als Praktikum und entweder gehabt oder nicht. Praktikum. Mit Bewerbungsformular? Nö. Gucken, wie die drauf sind und so. Wir geben denen irgendwelche Aufgaben. Wir sollen ein Schöpchen machen oder so. Genau. Die kriegen Aufgaben von uns und gucken, wie die sich steigen. Scheiße, ich brauche auch Geld. Also jetzt brauchst du auf jeden Fall Geld. Oh mein Gott. Ich könnte es ja immer gesagt, dass wir kein Geld haben. Weißt du, was ist mit dir jetzt eigentlich? Scheiße, Mann. Penny. Penny. Was ist mit dir eigentlich? Mit wem? Mit Penny? Ich weiß nicht. Ja, der Boy hat den Penny gerade zu uns geschickt. Meint, oh, häng mit denen, aber ich schau jetzt ab oder so. Ja. Mach mit. Oh, war Christy Kling? Mach, fuck, doch nicht. Okay. Weiß halt nicht, was mit ihm ist. Ich dachte, wir reden jetzt und dann ein bisschen, was jetzt Sache ist, aber er haut jetzt ab. Ja, nee. Also ich habe auch keinen Bock mehr zu reden, wir machen jetzt einfach. Wir checken die Praktikanten ab und einfach sagen, passt oder passt nicht. Fertig. Dann geht los. Ja. Wir legen feier an der Stadt. Sollen wir hängen irgendwo und irgendeinen Turf ablassen und dann sollte er da Welle machen und sich mit dem prügeln? Ja, genau. Hallo, Dr. Chunk. Wie geht's, wie steht's? Mir geht's gut. Achso, warte, ich bin mein Auto hier. Seid ihr wieder aus dem Krankenhaus raus? Wir haben, wir haben, wir haben. Dann geht's ja schon wieder viel besser. Ja, ich will es aber nicht verstehen lassen. Achso. Kehrt ja noch was für dich. Ja, wo sind sie? Dann können wir da hin. Ja, kommt zu meiner Praxis. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Bye. Hensal. Dr. Chunk hat noch was für uns. Wir sollen zu seiner Praxis kommen. Ach, wir, wir kommen in der Gang. Lass ich den anderen Primo jetzt erstellen, was mit Kaiser kommt er mit? Den nehmen wir mit. Aber Kenny hat auch einen. Können wir auch den nehmen. Okay, tschüss. Okay, dann fahr zum Kaiser und pack die ein. Dann fahr ich mit Kenny mit dem anderen Primo. Dann fahr mit dem anderen Primo. Pack den anderen Primo von dem Typ noch ein, einfach, dass er ihn hat. Ja, aber dann haben wir zu wenig Platz. Wir brauchen zwei Karren. Ja. Ja. Das ist so ein Chaos. Ich liebe es. Unser OG, der Pinsel, der hält mehr als eine Kugel aus. Der ist ein tougher Typ. Und wir haben uns jetzt geschworen, dass wir uns rächen werden. Und deswegen suchen wir den O'Neill und werden ihn und seine Kakerlaken-Freunde ausräuchern. Ja, die scheiß Amigos, die werden wir picken. Ich sitze hinten rechts, das ist der sicherste Platz im Auto. Kaiser, warte, du musst nochmal zurückkommen. Okay. Das ist doch lustig, wir kennen die gar nicht und wir fallen einfach mit denen rum jetzt. Wir machen jetzt eine fegene Scheiße. Okay. Bist du bereit, Kaiser? Warum? Ja, was soll das dahin, du Wichser? Mann! Hey, du Wichser. Wer fährt vor? Hier fangst du den Dr. Chunk, seine Praxis in der Stadt. Ich bin die Karre von der Straße. Ja, willst du... Ja, ja, ja. Ich? Wollen sie wirklich den Zorn des Alfonso Kaisers und der Gang von Pinsel herausfordern? Scheiße, hier sind ein bisschen viele Leute. Ach ja, jetzt ziehst du den Schwanz ein, wa? Ja, stell mal lieber dein Auto von der Straße. Ohne Witz, Curtis, weißt du was? Jetzt kann sich unser Team beweisen. Gegen den, eins gegen eins, Boxkampf. Ja, willst du dich gegen Hank prügeln? Willst du Hank? Nina. Ja, klar, klar, klar. Nina hat mich gestern schon komplett winselweich geprügelt. Das war aus Versehen. Ich klopp den nieder. Was? Du prügelt dich jetzt gegen Hank. Ja, du hängst die Jets mit dem Hänggang, sonst werden wir dich umbringen. Okay. Ist halt zu much. Das hat komplett drüber. Was, wollen wir dich nicht umbringen? Wir werden dich nicht umbringen. Achso. Scheiße, man, du sollst dich forschen. Ich schon, du Wichser. Scheiße. Du sollst dich gegen Hank prügeln. Du sollst dich in Boxen. Jetzt komm her, Mann. Aber nicht das hier, die Scheiße. Die vorne, der hat erbrannt. Jetzt gibt's ein paar aufs Maul. Gott, gib dir Feuer auf die Fressbrenner. So, und am besten gehen die anderen ein Stück weg. Und dann wollt ihr auch kassieren. Ja, wir machen ein Riesen-Ei. So, seid ihr bereit? Wir schmeißen Böller. Und wenn der Böller Platz geht, los. Wenn der Böller Platz geht, los. Hank. Hey. Hey. Der ist doch noch gar nicht geplant. Boah, der hat einen Klatsch bekommen. Autsch. Hey, keine Backpfeife, Mann. Oh Gott. Hank. Hey, du. Ja, klar, Mann. Und jetzt bleibt er am Boden bitten, wo du hingehörst. Man muss aber auch sagen, ne? Er hat dir ein paar echt gute Ohrfeind gegeben. Ja, ja. Die eine hat ordentlich gezimmert, Mann. Ich glaub, ich bin taub auf dem rechten Ohr. Was? Was? Scheiße, Mann. Warte mal, ich trinke mich um. Hätte ich doch nur meinen Koffer bei. Dann könnte ich der armen Seele jetzt helfen. War ja nicht frech gewesen. Naja, der hat ja recht, ne? Vom Kaiser, die kamen. Stehen einfach auf die Straße. Die Mixer vom AOD haben da voll reingekleidet. Ja, was? Der ist doch überhaupt gar nicht vom AOD. Ja, die vom AOD haben die umgescheppert. Mit den Fäusten. Okay, bis dann. Tschüss. Ich hab das mal überhört. Wieso? Wie, warte mal, Apacho, gehörst du jetzt zu zum Rockerclub? Wem gehörst du? Ich gehörte zu Kaiser. Zum Hokage-Kaiser. Aber der gehört zu uns, oder? Ja, ich gehörte zu Iraya, Mann. Okay, mach mal auf Leiband. Wenn du die Entscheidung musstest, zwischen Abacho und unserer Gang. Was sagst du? Bitte. Bitte nicht. Das ist eine zu schwierige Entscheidung für mich. Das weckt Erinnerungen meiner Kindheit, als ich meine Eltern geschieden habe. Ja, aber das Problem, wenn der... Ja, ich hab nur Musik-Allergie, Alter. Der Typ ist komplett gefangen. Der ist komplett nie... Das ist mein Schüler, Mann. Das ist mein Schüler. Wie weit will die denn jetzt auf? So will die da hinrennen. Scheiße, ich renne hinterher. Das ist absolut krank. Ich bin komplett sprachlos. Ich bin auch maximal verblüht. Das ist krank, man braucht bestimmt auch hier kurz pullern. Ja, okay, nee. Dann geh mal pullern. Gehört ihr jetzt zum Hld? Die hatten einen ganz unterschiedlichen Kampfstil. Du kriegst kleine Bombe. Halt die Szene zusammen. Halt den Maul. Ich schlag mich, Orgi. 07, 07, äh, Craveseed. Bin so. Hauen die Leute, ja? Weißt du Gott, es lebt er noch? Als zukünftiger Hokage. Den geht's gut. Als zukünftiger Hokage muss ich dafür sorgen, dass in der Stadt zwischen den verschiedenen Clans Harmonie herrscht. Ich kann mich nicht zwischen euch entscheiden. Aber ich verstehe es. Warte, warte. Beruhig dich. Leiband. Weißt du, was unsere Mission ist? Wir legen überall keine Feuerchen, damit die verschiedenen Gangs sich gegenseitig auf die Nüsse gehen, ne? Wir gehen zum Beispiel zu Gang A und sagen, ey B hat es nicht. Ja, Pinsen, paradigmen unsere Pläne. Ist so geil. Wieso? Die gehören zum Praktikum. Ja, Praktikum, Pinsen. Okay, geht euch den Scheiß an den Weg. Warte, du machst Kaiser nicht Teil von 07. Also bist du so ein Mediator. Doch, ich bin Teil von der Gang. Das Problem ist, wenn ich sage, wenn ich sage, AOD ist kacke und hier der Langhäurige kriegt direkt schon wieder Hasspickel, dann weiß ich nicht, inwiefern ich mit dem Mann zusammenarbeiten kann. Anti-Agent-Creme kaufen für die Pickel. Ich weiß nicht, was soll man machen? Erstmal kümmern wir uns um den Typen hier. Ah, der liegt doch stabil. Das ist... Ich vertraue, ich vertraue, da kommen sie in den Bus, Alter. Ich ahne, fürchterliches. Das ist der Laser, ne? Hallo? Jo, wir warten nicht auf den Bus. Ja, fahren noch ein bisschen näher. Der hat dich fast angefangen, Patsche. Ach, der Patsche bleibt gleich, Mann. Wer hat denn jetzt das Becker angerufen? Ich. Die brauchen aber heute schon ganz schön lange. Ja. Ich habe ihn verjagt. Super. Der hat mich unter einer Patsche im Rückspiegel heranpirschen gesehen. Und da hat es ihn überkommen und er musste wegfahren. Ja, da hätte ich ja auch. Haben wir vorhin nicht fünf? Eins, zwei, drei, sieben. Kann ich gut pingeln? Mann, Pinsel, du kannst mir voll vertrauen. Ich bin immer auf der Seite von Kaiser. Okay. Ich habe nur Angst, wenn ich irgendwann sage, dass du direkt Welle machst und dann andere Problemakationen. Da wird es keine Komplikationen geben. Es gibt... Ich glaube, es ist eine einfache Lösung. Wenn es zu einem Konflikt zwischen dem... Wie heißt diese Becker-Gang? Ist doch egal. Irgendeinem anderen Gang. Nein, aber wenn es zwischen der Gang von der Rocker-Bande vom Herrn Abatsche und unserer Gang in Konflikt kommt, dann wird sich der Herr Abatsche einfach raushalten und neutral bleiben. Ich habe jetzt keinen Konflikt geben. Wir sind nur befreundet mit Welt. Dann ist doch eh... Dann ist ja alles perfekt. Ja, das ist doch eh alles gut, hä? Ja, wir haben... Ich glaube, wir kamen da drauf, dass wir stressen, Mau, der. Ha, was seid ihr denn hier? Du, Pinsel. Nein, ich habe nur gesagt, die Wichser. Ja, du hast gekämpft und du hast verloren. Oh nein. Du musst mit der Faust saunen und dann backweißst du was. Ich glaube, ich bin in einem Albtraum. Das ist ein verdammter Trottelang. Herr Biker, Sie haben Ihren Mut bewiesen. Sie haben sich gestellt, den mächtigen Hank. Sie haben verloren, das ist keine Schande. Er ist bei uns ein Praktikant in der Bande von Pinsel. O7, Sandyshaws, Klick. Nicht mehr Grape-Seed, ehemalig Grape-Seed. Ich habe wohl noch keine Ahnung, wie man... O7 gegen... Wir sind O7. Scheiß drauf, wir sind O7. O7, San Andreas. Was ist hier los? Stehen Sie auf. Daher. Erheben Sie sich mit stolzer Brust und schreiten Sie in die Nacht. Sie haben sich's verdient. Warte, der Altaway kommt noch. Irgendwann. Dann bleiben Sie sitzen. Was? Aber ich dachte, die Nacht ist deine Faust. Die Nacht ist meine Faust. Warte mal, hast du den auf dem Nippelpiercing gehauen oder warum greift der sich immer zu Brust? Vielleicht heult der? Ja, sind Sie am Wein? Scheiße, ich glaube, mein Nippelpiercing ist rausgerissen. Oh Gott. Ist ja peinlich. Scheiße. Mir hat's das nächste Mal einfach irgendwo... Ha, ha. Liegt das hier irgendwo? Das ist auf jeden Fall ein paar Kilometer weggeschleudert worden. Das war echt gold. Das kam mir entgegen geflogen. Das habe ich voll Wolle genommen. Das war alles, was ich besitze. Wie, du hast doch ein Auto da vorne. Das war meine Rente. Das ist so ein Piratenbrauch, ne? Dass man sich Ohrringe... Also Ohrringe trägt, die genauso teuer sind wie ein Sarg. Wollten wir nicht los? Ja, wir müssen eigentlich zu Dr. Char. Wir wollen schon lange los. Dreckigen Baking. Nein, das wählt schon. Nein, das wählt schon, das wählt schon, das wählt schon wieder. Keine Sache. Ja, doch, das ist ein Auto doch da. Hier, ich lasse den Kui-Chainchen da. Ah, cool, danke. Kein Problem. Was ist jetzt der Plan genau, wohin fahren wir? Wir fahren jetzt zum Dr. Chuck seine Praxis. Wir fahren jetzt zum Dr. Chuck seine Praxis. Ja, da müsst ihr Kai auch sagen, wo das ist. Na, das ist... Kann doch mit uns fahren. Ey, Kai Süd. Lass einen von Kolonne fahren. Ja, oder fährst du nach? Ja, fahr den einfach hinterher, Kaiser. Warte mal, wo ist Kenny? Ja, der sitzt bei mir. Kai. Okay, los geht's. Oh, schau. Unangenehm. Ich kenne die nicht im Auto. Und, Chad, wie geht's so? Alles Gute, Oro? Oh Gott. Oh Gott. Ich kenne den Dreck stehen bleiben. Wir müssen links. So fährt man keine Kolonne. Ich glaube, der Kaiser hat das noch nicht so verstanden. Was machst du? Auf geht's, weiter geht's. Nichts passiert. Hast du Kaiser noch nicht? War auch knapp, oder? Können Sie? War knapp. Ja, Penz und ich machen das mit den Randoms, ne? Warum auch nicht, Alter? Bubble RP ist ja super geil, aber neue Leute kennenlernen ist auch geil. Oder sogar noch geiler. Einfach mal Veränderung, einfach mal machen. Auch wenn ein paar Sachen keinen Sinn ergeben. Ja, das ist super unangenehm gerade, Alter. Ich rede mit euch. Nehmt euch so das Tänkepäckchen. Wir müssen jetzt gucken, wo wir dann hinziehen, wenn wir nicht Grape Seat machen können. Ich muss mich aus Autofahren konzentrieren. Oh Gott, Nightlight, vielen lieben Dank für 1000 Bits. Oh, wie bin ich da nicht angezeigt? Oh, fuck. Äh, Johnny, danke schön für den 57. Vor 16 Minuten und Nightlight, vielen lieben Dank. Gut, er. Der macht seine Breifen warm. Ich glaube auch. Und Joba, was hast du denn? Oh Gott, Joba. Ich hoffe, dass das kein Code für irgendwas ist, was du aktivieren wolltest. Sicher. Keines? Ja. Müssen wir jetzt zu Dr. Schatz. Ich glaube, Dr. Schatz, seine Pranks ist direkt geradeaus. Warum fahre ich eigentlich mit so einer Mistkarre? Die Pinser hat einen Schafter gegen Primo getauscht? Nein. Den Primo, den der da fährt, den hat der schon super lange. Hey, Dr. Schank. Wir haben Soldaten rekrutiert. Lele, ne? Na, noch alles. Also. Ja, was geht? Das ist der Hank, Dr. Schank. Genau, Hank the Tank. Hallo, Hank. Ich bin Apache. Das ist Apache vom AOD. Und der Kaiser, das ist der, der soll sich selber vorstellen. Hinter ihm. Also das ist übrigens unser Schiff. Ich stelle mich vor, ich bin Alfonso Kaiser, Abenteurer, Lebensfroer Lausbub, drittbester Freund von Binzel, Schüler von Apache-Sensei und angehender Hokage von Los Santos. Du weißt. Und ich, ich liebe Ihre Stimme jetzt schon. Also Sie machen, Sie machen der Stimme vom Herrn Dianuts, dem Bobby Berry Banks, absolut Konkurrenz. Wie wär's mit einer neuen Nase? Meine Nase ist mein, 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 mein Alleinstellungsmerkmal. Ich verstehe. Und das Kinn? Mein Kinn ist mein Alleinstellungsmerkmal. Mhm, okay. Aber Sie könnten, Sie könnten mir den Pferdeschwanz verlängern. Da hinten auf meinem Kopf. Der ist doch kein Friseur. Ach so, wer. Die Ohren könnte ich vergrößern, wenn Sie noch mehr Alleinstellungsmerkmale brauchen. Na, das ist ja vielleicht ein Angebot. Dann könnte ich Ihre wunderschöne Stimme noch besser hören. Darauf werde ich zurückkommen, Herr Dr. Chuck. Ja, gerne, Alf. Ähm, ja, willkommen. Ich bin Chuck. Das ist meine Hausarztpraxis. Wenn ich nicht unterwegs bin. Gibt's da Schmerzmittel? Ja, wenn du Schmerzen hast. Definitiv. Ich hab grad eine voll auf die Ohren bekommen. Ja, aber der hat sich grad geprügelt gegen so einen Hocker. Oh, ja. Ja, komm mal. Hab den zu Boden geschlagen. Penso, ich bring ganz kurz den Primo weg. Ich will was sagen, was. Ich seh das nicht mehr ein, mit so einer Gurke hier rund zu düsen. Ah. Was? Sag mir mal einen coolen Viersitzer. Schinken, Mila. Kauf einen. Jugula, Gewolta. Darf ich ernsthaft Jugula kaufen? Oh, warum nicht? Okay. Das ist cool. Oh Gott. Oh mein Gott. Was mit der Stimme von Dr. Chuck? Dann hat der Ivan seine Karaoie wieder. Ich pack mein Milas Karaoie ein. Ist sehr ruhig heute wieder, ne? Kann das sein? Oder sind wir schon wieder zum falschen Zeit am falschen Ort? Hallo? Ne, ich mein nicht langweilig mit RP oder so, sondern man trifft nicht, man trifft grad nicht viele Leute irgendwie. Äh, wo ist denn... Ja, das ist jetzt natürlich unvorteilhaft. Ich kenne mich, da steht noch bei... der Willer. Wir haben ein Problem. Was denn? Pinsel meint gratis, soll Macarena anrufen und fragen, ob er gestern auch geschossen hat. Klar hat er geschossen, da war da so ein grün-haariger Ball. Dann hat er gesagt, nö, er hat den Basebeschläger an der Hand, ihr habt ihn wie geschossen. Und dann meinte ich, naja, dann warum klärt ihr das nicht? Dann meinte er, da gibt's nichts zu klären, sagt denen, das wird jetzt Konsequenzen geben, auf eine andere Art und Weise. Er hat also geschrien. Und dann haben wir irgendwie mit dem Kopf angekriegt, keine Ahnung, wie da zu kommen. Wir haben den auch vorhin zusammengeschlagen, die Mila und Pinsel. Der Meiter wurde gestern vorhin zusammengeschlagen, oder weißt du von wem? Wir haben nur Rufen auf Samen. Klar weißt du von wem. Der Meiter weiß nicht. Achso, es gibt das Riesen-Meiter, es gibt das Krieg. Ja, klar gibt's Krieg. Es gibt Krieg heute. Na, dann muss ich mich dann muss ich mich gleich umziehen. Ja. Und mich mit meinem Kampfoutfit schleusen. Pinsel, wir können ja bei den Taxi-Taxi-Unternehmen vorbeifahren, ich weiß, wo die sind. Ja, geil, man. Darf ich mich heute wieder prügeln? Nein, wir müssen schießen. Ihr braucht alle nur mehr schießen. Nein, wir müssen nicht schießen unbedingt. Außer wenn die schießen. Zustechen, das kann ich, ja? Eine Sekunde bitte, einen Schritt zurück. Einen Schritt Abstand nehmen. Ich mach jetzt mal ein Transformations-Jutsu. Das Messer ist nicht so cool. Ja, blöd. Das hat mir Herr Sensei Apatsche beigebracht. Wenn Sie davon beeindruckt sind, dann warten Sie erst mal, was Herr Sensei Apatsche alles kann. Ich muss mit Dr. Chunk kurz rutschen. Dr. Chunk. Ja, das? Was haben Sie denn? Ah, ich hab gestern ein paar Sachen geschenkt bekommen. Ach, dann? Aber ich bin ein wenig zu ungeschickt. Aber vielleicht hast du, kannst du ja damit Spaß oder kannst du Werte geben. Sagen Sie mal. Waffen? Oh, Panzer? Da krieg ich Übelkeit bei dem Team. Bitte schön. Oh, was ist denn das? Penze kennt es, glaub ich, stammelt aus. Damit kannst du Autos starten, wenn du keinen Schlüssel hast. Entschuldigung. Hilfe. Das ist illegal, oder? Keine Ahnung. Von wo? Wahrscheinlich schon. Wo liegt das? Scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich das so stecken soll. Das klingt ja wundervoll. Was hast du für ein Problem, Penze? Nimm das, ich will das nicht. Jetzt hab ich zwei Brustimplantan-Dinger. Das lag da im Dreck. Ja, das ist Bioabfallkast. Sag mal, habt ihr hier auch eine Toilette? Nein. Du kriegst einfach eine Juana. Okay. Na, wundervoll. Das ist ja eine beeindruckende Geschichte. Guck mal, Roy L. Ist das der Herr Roy L? Der biss ich weiter. Der Mann hat mich am Kieker. Ich weiß aber nicht, wieso. Was? Egal, zurück zu ihm. Die Leute sind der Name. Boah, ist irgendwie komisch. Der weiß nicht. Also, wir haben jetzt die letzten Tage so ein bisschen was gestartet. Neue Leute kennengelernt und so. Wollten, dass er mitmacht. Am Anfang war alles okay. Und nach einer Stunde sagt er auf einmal, nee, gefällt mir doch nicht so. Nina, Hank und Kenny. Ja. Ich hab's dir ja prophezeit. Ja, das haben sie, Dr. Chuck. Ja. Na gut. Aber warum haben wir jetzt vielleicht wieder anders aus? Ist das illegal, was du mir gegeben hast, ne? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Haben wir noch ein... Also, ich nehme an, die Benutzung ist verboten. Haben wir noch irgendwo was, wo wir was so stecken können? Nein. Unsere, die alte Praxis wurde ja heute Nacht so gemauert. Welche ab oben? Baker? Nein, nein. Ach, die andere? Ja. Warum das denn? Ja, ich mein, doch die mir sogar... Aber jetzt aufgeflogen ist, ne? Ja, ja, wusste ja jeder. Ich hab sie ausgeräumt und dann die Polizei angerufen. Hab gesagt, warum sie nicht mich, warum sie nicht direkt mich fragen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hat sich da irgendeine Cyberagentin hineingehackt und den Türcode daneben auf einen Notiztetel geschrieben. Aber machen wir nochmal sowas auf, Dr. Chuck? Also, ich brauch's nicht momentan. Um ehrlich zu sein, hab ich's auch nie gebraucht, weil die Leute haben mich anversorgen gerufen und ich hab dann vor Ort. Außer es war was Schlimmes, dann hab ich das Baker angerufen. Ja, siehst du, du brauchst's eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, und ich komm hier eigentlich ganz gut zurecht. Ich hab jetzt noch zwei Hausärzte eingestellt. Die lass ich aber auch nicht hier rein. Okay. Ja, was warst du jetzt? Lustige Leute hast du da gefunden. Na, das sind vom Pinsel, die Freunde. Der hat die gefunden. Ah ja. Nächste haben jetzt Krieg gegen die Amigos. Was? Gegen Sambo. Ach so, wegen gestern. Mhm. Und wir haben den Macaroni-Freunden gejammt und ihn zusammengeschlagen. Oha. Und er wurde nicht erwischt. Du was? Er wurde aber nicht erwischt. Nö. Wer soll uns denn erwischen? Ja, ja. Gut. Okay. Gut. Meine Herren. Jetzt komm, Pinsel. Bestanden war's. Ja, meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht. Machen wir, Dr. Chuck. Ich fahr kurz zu... Ich fahr kurz meinen Trinken-Mila holen, okay? Ähm. Okay. Aber du musst irgendwas... Komm mal, Herr Pinsel. Herr Dr. Chuck, behandeln Sie auch gebrochene Herzen. Du kennst dich doch damit aus, oder? Womit? Warte, ich geb dir das. Du kannst grad in meine Tasche gucken. Nimm das so lang. Boah, hast du denn... Das hat mir Dr. Chuck gerade gegeben. Damit können wir eine Menge Scheiße bauen, oder? Damit können wir eine Menge, Menge Scheiße bauen. Hast du es aber schon mal benutzt? Ehrlich gesagt... Einmal. Okay. Und du? Nee, ich noch nie. Okay. Ich kann dir sagen... Ja. Das ist so... Das ist so wie so ein Dietrich, ne? Das ist so mit Software. Da musst du da... Das Auto kurz schließen. Wenn du ihn verkackst... Ja. Das ist... Das ist Software abgebrannt. Die zerstört sich dann. Aber du hast immer nur eine Lizenz dafür? Du hast immer nur einen Versuch. Wenn du reinscheißt, scheißt du rein. Ja, aber kannst du damit umgehen? Ähm... Ich hab's ja einmal gemacht. Ich hab geschafft. Ja, aber war es super schwer, oder? Hast du dich gefreut? Nö. Also das heißt, wenn wir eine Karre aufbrechen, können wir den Boardcomputer damit überbrücken? Genau, dann kannst du den kurz schießen. Pensel. Was hältst du davon, wenn wir so einen super, super Sportwagen klauen? Und den zurückverkaufen an den Besitzer? Weißt du? Klingt gut. Was ist los? Ich kann nicht. Aber welchen? Wir haben so Überbrückungssoftware bekommen, dass wir Karren klauen können. Und was machen wir denn damit? Ja, wir überlegen gerade, was wir damit machen können. Entweder. Entweder. Stimmt, wir könnten das verkaufen, Pensel. Ich schätze. Pass auf, weißt du was? Nein. Wir verkaufen es und überfallen die wieder und holen sie es zurück. Nein, das ist dumm. Überlegt euch mal was. Ich gehe kurz einen Trinken-Mila holen. Okay. Alles klar. Komm gleich wieder. Sind denn alle? Hallo? 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 Ruhe. Mit dem Kranken haben wir gekleert. Ich glaube der Jörg fragt da den Taka. Müssen die Komet noch verticken. Scheiße ich frage den Bobby, ob er den kaufen.. Nee, nee, ich frag mich doch selber, wo die sind. Natürlich sollt ihr das nicht sagen. Wir sind wahrscheinlich alle bei diesem Box-Event, aber ich hab nicht gesehen, wo das ist. Ich bin da auch zu Hause. Wo ist der Sandro hier? Steht der nicht... Eine Karre steht hier noch. Schade, eigentlich ist so viel Mühe gemacht hier für die Villa mit den Graffitis und so, und dann geht das so kaputt. Ich muss mal eben, ich muss eben auf Klo. Schon die ganze Zeit, das mach ich jetzt eben. Bis gleich! Ich bin da auch zu Hause. Ich bin da auch zu Hause. Yo, yo, yo. Getrennt haben wir uns nicht, aber ich weiß, keine Ahnung. Also eigentlich doch, eigentlich schon. Aber nicht von meiner Seite aus. Ich wollte ja, dass Roy da mitmacht und so, ein neues Kapitel, irgendwas neues machen, neue Leute kennenlernen und so. Oh Gott, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Aber anscheinend besteht ja kein Interesse mehr. Oh Gott. 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 Dann habe ich eine Ansage gedrückt. Ich rufe dich gleich zurück. Sag, wo wir hinkommen sollen. Achso, das habe ich gerade aufgegriffen. Das ist eh eine Fall, aber egal. Ja, aber du hast gefragt, wo unsere Hutte ist. Was passiert hier? Und die ganzen... Okay, ich darf fragen, wo wir uns treffen. Okay, Curtis, ich muss dir auch noch was sagen. Wo wir uns treffen wollen. Wo war es denn, Prenz? Lass ihn hierher kommen. Er soll hierher kommen. Soll er herkommen? Okay. Ja. Dein Auto brennt du. Das ist die Praxis. Prenzl, die sind wahrscheinlich alle bei so einem Box-Equant hier. Keine Ahnung, wo das ist. 1, 2, 1, 0. Sock, schack. So heißt die Praxis. Ein Auto zum Arsch. Unter... Yes, Sir. Krankenhaus. Ja, Junge, hier ist Jörg. Jawohl. Wenn wir mal gucken, ne? Ob wir das Ding ranbekommen. Ja. Grundsätzlich kein Problem. Okay. Und dann musst du mal einen Tag Probefahrt machen, ne? Ob das alles auch... Ob das Ding nicht auseinanderfällt beim Fahren. Verstehst du? Ja, ja, ja. Klar. Das hatte ich ja noch in der SMS dazu geschrieben. Ich kann da... Ne? Ich kenne da ein paar Leute wieder. Okay. Also, dann muss... Ja, alles klar. Da muss der Tagger sich nicht die ganzen Dings mit den Papieren und so kümmern. Okay. Soll ich dann einfach eine SMS schreiben? Kannst du den ja fragen. Ja, ja. Schreib einfach eine SMS und dann... E-Mail mal. Was sagst du? E-Mail, nicht SMS. Ja, E-Mail. Weißt du, E-Mail ist derselbe Bombs. Mach das mal mit der SMS... Äh, mit der E-Mail. Und dann... Musst du das Ding mal Probe-Dings. Alles klar. Ich organisiere dann schon mal so... Ich würde mal... Also, Bobby meinte so 90.000 Icaro. Und ich denke mal, der Import... Wahrscheinlich auch nur mit 30.000, ne? Wir besorgen den. Du kriegst einen Schlüssel dafür. Ja, gut. Alles easy. Dann gebe ich euch im Tausch meinen Komet des 2 Cabrio. Ja, ich will deinen Komet Cabrio nicht. Habe ich schon, Jürgen. Ja, dann hast du einen zweiten. Ja, wieso? Ich habe doch schon... Also, hör mal, das Ding gibt es ja nicht umsonst. Das gehört jetzt. Hast du keine Kohle, oder was? Nicht mehr so viel, aber ich wollte den Komet verticken. Ja, dann vertick den doch erst mal. Ja, ja, das mache ich ja jetzt dann. Ja, gut. Sonst hätte ich getauscht. Das war mein Ding. Ja, schauen wir dann. Okay. Bye-bye. Jo, tschüssi. Ah, ja. Okay, ich muss die Karre machen. Dann gibt es den SR-ZR350 im Breitbau-Chat. Auch gerne. Ihr kotzt hin. Oh, oh. Blablabla. Und wo sind die Penner? Ich weiß nicht, die waren gerade. Ich muss erst ein Praktikum schaffen. Dann können wir gucken, dann sehe ich euch ja alles. Okay, also erstmal... Genau, das ist der Oggi. Es gehört aus der rechte Hand. Ich bin keine linke Hand. Aber ihr seid die Praktikanten. Richtig so, genau. Ja, aber es gibt im Prinzip keine Pirachi. Jeder ist einzigartig. Ja, jeder hat Stärken. Jeder hat was zu sagen. Außer ich bin der Borgi. Was hat der Macaroni jetzt gesagt? Er meinte eigentlich, okay, da kommen wir vorbei. Aber anscheinend war er dem Auto gewesen. Aber die Cops sind hinterher gefahren. Nein. Die sind zum anderen Auto hinterher gefahren. Und das andere Auto von dem alten Herrn ist dem Herrn in keinem Auto gefahren. Spielstopp. Also, ich bin nicht. Schmeige Fuchs. Erstens, der Moalis hat angerufen, hat da irgendwas an der Strecke gemacht und hat mich gefragt, ob so gut es könnte. Ja, dann checken wir das gleich aus. Dann checken wir das aus, dann ist er durch. Ja, aber ich bin vor allem nur mit dem Macaroni dann. Weil wir sind ja im Krieg mit den Amigos. Ja, dann ruf ihn an. Nein, ich ruf jetzt den Sandrohn, Alter. Lass uns Kaiser machen. Lass uns Kaiser machen. Ja, Kaiser, mach du das. Kaiser ist unser Sprachrohr, okay? Der ist eloquent. Okay, komm. Und dir gehen wir jetzt ein Fleck holen, Candy. Braut du voll. Ja, pinsel dein Quirtschnitt. Das fängt dir schon wieder genauso an wie ein Grape Seed. Kaiser, mach doch dein eigenes Ding. Eine Karrequale, Mann. Geh die reparieren. Du steigst ja nicht aus, Macaroni. Du Wixxer. Oh Gott, der ist echt ausgestimmt. Ja. Komm raus. Komm rein. Hallo? Nein, komm raus. Warte, doch, hast du gerade noch größer Schwer. Was soll das denn? Eine Karrequale, Bro. Ist mir scheißegal. Ich muss nur reparieren. Warum? Ich hab keine Kohle. Ja, wie, du hast keine Kohle. Der hat nicht meine Hose, Mann. Das ist einer aus meinem Ding. Halten jetzt die Knarre. Halten die Knarre an den kleinen Fuß. Wir müssen mit dem reden. Oh, oh, scheiße, ja, ist okay, ist okay. Was willst du machen? Graus jetzt aus der Karrequale. Wir quatschen jetzt. Mach es aber aus, sonst fährt dann noch jemand. Mann, du hast keine Knarre im Kopf, Macaroni. Das war sein Finger gewesen, Mann. Heißt du, Apache sagt aber, ich hab ne Knarre? Nein, das ist sein Finger. Nein, der hat ne Knarre. Nein, Mann, wir klären das mitten auf der Straße, Alter. Wir klären das jetzt hier. Mitten auf der Straße, okay. Was hast du, Macaroni? Scheiße, warum habt ihr auf mich geschossen gestern? Warum habt ihr auf mich geschossen? Weil ihr habt angefangen... Weil euer Typ da mit dem Waffenholz hatte ne Knarre in der Hand, als er aufgestiegen ist. Und dann hab ich meine gezogen. Ich hab nicht gesehen, dass der dann den Baseballschläger auch noch mitgezogen hat. Dann hab ich auch geschossen. Ja, ich hab mir einen Baseballschläger aus dem Arsch gezogen. Ja, das hab ich gesehen. Aber der eine Typ hatte erst ne Knarre und dann einen Baseballschläger in der Hand. Weißt du, ich hab ein bisschen geschielt. Und ich dachte, jo. Ich dachte, jo, jetzt knallt's, Alter. Hände, knallt. Und ihr seid ausgestiegen mit den Worten, jetzt knallt's. Genau. Und dann hat Curtis mir in die Schulter geschossen und dann musste ich... Warte, was? Ja, da ist mir vor die Kimme und Korn gerannt. Er hat mir in die Schulter geschossen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen eine Ausgleichsgerechtigkeit, ja. Ja, ähm, darf ich auf Kenny schließen? Warum denn auf Kenny? Warum auf mich? Weil du mich eben am Telefon beleidigt hast. Und warum machst du... Wo ist Don Sandro? Oder Fred oder Jörg oder so. Die sind heute nicht da. Ja, wie, dann bist du alleine? Ja. Wir haben dich vorhin gejumpt, ne? Das war dir? Ja, wir haben doch großen O7, Gangster Family. Hast du es nicht gehört? Das war so schnell, Mann. Ja, da musst du besser zuhören. Auf der Straße läuft es schnell. Dicke, zacke, Hühnerkacke. Wir haben dir den Arzt gerufen, aber wir sind keine Unmensch. Genau, wir haben den auch den Doktor gerufen. Welcher Maktikant wird sich jetzt hier in der Stelle ne Kugel fangen? Ja, unser Maktikant lässt was. Wer fängt sich jetzt hier für die Gang ne Kugel? Ja, für die Gang. Ja, der Hank. Der Hank macht einfach alles. Aber nicht in die Brust machen. Das ist Oberschlepp. Ja, warte mal, wo hab ich dich getroffen, Macaroni oder die Pimper? Hab ich mich beim Fußballlehnen im Rücken angefühlt. Oh Gott. Ach so, warst du denn im Gebüsch? Ja, das war ich. Okay, dann fängt sich Hank jetzt ne Kugel. Ja, mach ne Oberschlepp hier. Aber warte mal, warte mal. Ist die Sache danach erledigt oder will Don Sandro Krieg mit den O-Servants? Ja, der möchte weiter Krieg. Ja, dann können wir das nicht machen. Dann können wir das nicht machen. Das ist kein Sinn. Dann wird Hank umsonst angeschossen. Nee, für die Gang. Weil du gehörst nämlich zu einem Armin-Gunst. Das ist sozusagen dein Blatt in. Nein. Das machen wir selber. Wir machen Kuschel. Jetzt sag doch auch mal was, OG. Du Wichser. Oh Gott. Das heißt, sie Wichser. Okay, also pass auf. Wir machen dann folgendermaßen. Okay, ja. Können wir machen, Johnny. Wenn ihr Vollteam seid. Schick links schon mal. Dann schnageln wir. Okay. Also morgen. Also morgen. Ansonsten bringt das jetzt doch nichts. Ja, richtig. Ja, außerdem ganz ehrlich. Ich hab ein bisschen Angst vor Apache. Yo, Macaroni. Ist das einer von deinen Münden? Sag mal. Siehst du nicht, was hier los ist? Danke. Da haben neue Kerren draußen, Mann. Das ist übrigens unser Team. Yo, Apache, Bro. Ich bin nicht mit dir. Was ist denn mit dem? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Apache, bleib ruhig. Los, macht sich kein Zeichen. Yo, ich brauch keine Waffengewalt, Mann. Werden nicht zum Curtis. Wir haben Safika. Wir haben Safika rekordiert. Soll ich jetzt ihn fertig machen? Was ist denn los? Yo, OG, mein Apache, dreh durch. Alter, ich bin ganz ehrlich. What the fuck? Ich verstehe gar nichts hier jetzt. Yo, Apache, mach nicht den Curtis, Alter. Also, der ist nicht den Curtis. Als ich mir ins Knie schieße. Wer ist denn das überhaupt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wer ist der Typ denn? Das ist doch gar nichts. Der hat gerade Rappschmache im Gesicht. Leiband macht das schon. Gehörst du jetzt zu den Amigos oder nicht, Macaroni? Natürlich, ich bin auch ein Don. Okay. Aber seid ihr nicht alle Dons? Nein. Eigentlich ist das ja Not aus der Situation erstanden mit Sandro und mir und mit dem Kattel. Und eigentlich wolltet ihr uns gestern auf die Fresse holen oder mir wegen der Gerichtsverhandlung. Richtig. Warum, was war da? Wir haben ausgepackt. Wade hat mir 25.000 Dollar versprochen, wenn ich für ihn aussage. Aber was hast du ausgesagt? Ich habe ein paar Lügen erzählt. Ich habe gesagt, die ist ein Dienes und Sandro Organisation und hier und da. Was hast du gesagt? Was? Warte mal Kenny, hast du überhaupt mitbekommen, dass Roy und Sandro sich voll gezofft haben? Ja, aber da sagt man doch nicht, also das klärt man doch unter vier Augen. Nee, warte. Wade und Sandro haben sich scheinen lassen vor Gericht. Und dann hat Sandro zum Beispiel dem Roy gesagt, wenn du für mich aussagst, damit Sandro gewinnt, bekommt er 30.000. Ich weiß nicht, obwohl das, also hat Roy Geld bekommen, weiß ich nicht. Und Wade hat vorher zu Pinsel mir gesagt, wenn wir für den aussagen, dann bekommen wir 25.000 Dollar. Habt ihr es bekommen? Und da ich eh noch eine Rechnung mit Sandro offen hatte wegen dem 50.000 Dollar beim BMX-Event, wollte er mich nicht gewinnen lassen, hat der Penner und gemeint hat, ich schummel, dann habe ich den halt vor Gericht zerfickt. Ihr wisst aber schon, dass Wade ein gestörtes Feld zu Geld hat, ne? Was hat er vor Gericht zu tun damit, mit der, also mit, das ist, also ich... Egal. Ich sag's dir ganz ehrlich, bei der Gerichtsverhandlung ging's die ersten fünf Minuten nur um die Scheidung und danach ging's um ganz andere Sachen. Lieder und so. Die ersten fünf Minuten wurde erst mal gesungen. Ja. Was? Warte, war die Verhandlung in der Kirche oder so? Nee, das war im Gerichtsgebäude. Was? Ja, wir können bei dem Thema gleich weiterreden, ne? Macarena. Ja, bitte. Das ist für mein Bike. Oh Gott. Oh Gott. Voll auf die Nase. Scheiße, Mann, wir pissen du überhaupt. Ja, vergreif dir nicht mal die Finger an Bikes, Mann. Das macht man nicht. Das ist der Apache vom AOD. Das ist der Apache. Der ist Praktikant bei uns. Ja, aber du bist vom AOD? Naja, nee, also ich bin so Berater und so für die. Das ist jetzt unser Praktikant. Ja. Der nimmt echt den auf, oder? Ja. Wir nehmen alles auf momentan. Ja, aber was? Warte mal, Macaroni. Weißt du, was das Ding ist? Wenn du wüsstest, wie wir Hank rekrutiert haben. Wir haben dem Feuer überfallen. Ich habe den überfallen. Weißt du, was das Ding ist? Was denn? Na, Pins, erzähl du ruhig das. Ich bin nicht dem OG dazwischengehalten. Nein, ich bin so ein Sprich. Ja, dann erzähl dir Marco, wenn du deinen Story hast. Pinsel. 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 Das war so klar. Wir wurden gestern angerufen. Was hast du getan? Ich habe gesagt, das soll ich verpissen. Ja, warum soll denn die Bullen kommen? Das ist nicht schlimm. Wir quatschen noch hier. Wir sitzen seit einer halben Stunde auf der Straße. Hier ist noch nicht ein Bullenfahrzeug vorbeigefahren. Alles in irgendeiner Stadt. Keiner weiß so. Seid ihr jetzt wieder Best Friends, oder? Nein, nein. Anscheinend war das ein Misswursch. Egal. Wir wurden gestern angerufen. Aber es gibt immer noch Krieg, ja. Royale. Ja, klar. Was kann ich für dich tun? Ich hänge gerade bei Dr. Chak ab. Hallo, vorbei. Ist das der Royale? Grüßen Sie ihn von mir. Oh, der ist auch sauer. Oh, ich verstehe. Der will nicht mehr mit uns abhängen, scheint. Der mag uns nicht mehr. Aber ist das jetzt so ein Dreierkrieg? Oh, jetzt haben wir auch Krieg gegen Royale. Hä? Das wird ja immer besser, Mann. Hast du gerade einen Unfall gebaut? Oh, Kaiser, hör genau zu. Wir brauchen einen Schlachtplan. Ja, einen Schlachtplan. Schade, dass es keinen Lautsprecher gibt. Hä? Der will den nicht hinkommen, ne? Hm, nein. Ey, hat er nicht gesagt, er geht schlafen, also? Jo, anschein' nicht. Der ist doch vorhin hier vorbeigefahren. Er ist vorbeigefahren. Jo, der ist bei Dr. Chak vorbeigefahren, hat kurz angerufen und ist weitergefahren. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ähm... Ich verstehe gar nichts mehr. Ich bin ganz ehrlich zu euch, aber ihr seid mir einfach nur scheißegal. Also, ich bin... Du bist mir eh scheißegal. Guck dich mal an, du Clown. Ja, ja, leck mich doch. Deshalb hab ich dich auch gestern gefickt, als du dich im Gebüsch versteckt hast. Das sag ich mir nicht. Aber ich find sein Make-up so besser als vorher. Also nicht so extrem. Hey, du bist geminkt? Uh, du bist blasser als sonst. Ja, du hast doch gestern viel Blut verloren, ne? Ja, eben. Aber im Krankenhaus hab ich dich trotzdem nicht gesehen. Ja, man hat's direkt zugelötet alles so. Zugelötet? Richtig. Du meinst verödet. Hey, keine Ahnung. Ich kenn mich noch nicht aus. Äh. Lass doch holen. Also ich find dich ja ganz süß, aber sonst... Oh, der ist voll... Oh Gott. Oh, oh. Wir wurden gestern angerufen. Und die haben gesagt, dass Sandro und Macaroni suchen euch. Die wollen euch ficken. Und das war kurz bevor wir dahin gekommen sind. Das ist kein Witz. Die beide denken nur, wann geht hier ab, oder? Okay. Ja. Und deshalb war ich auch so aggressiv drauf. Ach, das ist immer noch ein Schock. Hm, also hat irgendjemand gesnitcht. War schon. Na ja, seid ihr rumgefahren und habt nach uns gefragt? Na ja, Endresultate. Letzten Endes, ja. Ja, siehst du? Dann hat euch jemand verraten. Ist euer Amigos-Ding doch nicht so cool. Also, eure Informanten-Dinger. Ja, die Vögelchen kann man aber auch ersetzen zwischendurch. Und der eine von euch, der vorher diese Vogelfrisur hat, der ist mit Knacken ausgestiegen. Könntest, ich hab mich entschieden. Achtung. Ich bin 6x6 oder ein Sütterngässig. 6x6 kostet, glaub ich, 150.000. Hab ich, Pesich. Ich geh zur Mafia und frage, ob es für mich Geld bleibt. Oh Gott. Warst du nicht mal Kopf? Musst du ja ganz viel Geld haben. Ja. Ich hab mir ein Auto gekauft. Kaufen? Und Sandro hast du mir gemeint, noch gestern, als wir im RTW saßen, das klären wir jetzt auf der Straße. Ja, ja. Aus dem Grund hat Pinseln und Mila dich voll nur gejumpt. Oh, ja. Hast voll die Abreibung bekommen. Ich verstehe, ich verstehe. Gut, ja. Das ist notiert. Wird es natürlich eine Konsequenz vergeben. Ich, ganz ehrlich. Ich mein dich. Du bist Arschloch. Milch? Nein. Ich war kein Oji. Pinsel. Mixer, dann... Ja, dann prügelt euch doch jetzt. Prügelt euch, komm. Machen 1 gegen 1 gegen 1 von uns. Machen 1 gegen... Nee. Der Oji prügelt als letztes. Soll ich den auch niederprügeln? Jo, Hank kann sich beweisen wieder. Hm, das Problem ist, ähm, ich prügelt mich aber unfair. Ja, wie? Ja, dann muss ich gegen mich kämpfen. Doch kämpfen, lass ihn doch. Warte mal, mit feiste Macaroni? Warte, warte, warte. Kommt her, kommt her. Wer möchte, wer möchte 1, bitte? Jo, frei Frau. Einzend, bitte. Wie 1 sind. Fahr weiter! Ich verstehe, wie was hier los ist. Da ist ein Polizeiauto, fahr weiter! Ja, weiter! Jo, Hank, wenn du dich beweisen willst, gehst du dir in die Kopfkarte treten. Siehst du, dass sie verschwinden? Guck. Ich mag ihn. Ja. Jetzt weiß ich, wie Sandro sich fühlt. Hemi, komm mal. Das stimmt. Cool, das hat funktioniert. Jo, ich hab dem Hank den Auftrag gegeben, Pinsel. Was soll das denn? Warum siehst du aus wie ein Feuerwehrmann? Ich hab nichts anderes gefunden gerade. Wer prügelt sich gegen Macaroni? Ja, Marino. Und danach du. Aber der kämpft ja unfair, also steche ich den ab. Das heißt unfair. Benutzt du Gegenstände? Nein. Ach so. Dann muss ich gegen mich kämpfen. Nein, will ich nicht. Dann kämpft Hank gegen mich. Also der haut nur mit Fäusten zu, aber der ist ziemlich schnell, Hank. Mach das schon. Warte erst, wenn der Knaller kommt. Auf die. Alter, Pansche steht dabei. Schmei... Darf ich den Böller schmeißen? Ja, schmeiß den Böller. Okay, Achtung. Und... Hank! Was macht Hank? Hank, kein Messer, Hank! Nein! Kein Messer, Hank! Stopp! Nicht... Ach. Ja. Das war knapp, da hat er dich fast geschlitzt. Aber da reicht man kurz gleich. Was ist hier los? Nee, ein Super-Team habt ihr. Wollt mich doch verarschen, ihr verdammten Motherfucker. Nein. Berichtig. Oh, Macaroni, was meinst du, warum der OG reingesprungen ist? Ist doch alles gut. Nein, hast du den Hoden? Ich hab da einen kleinen Kratzer. Wo? Das war knapp. Wo ist Dr. Chuck? Wo hast du gedodcht? Macaroni, geht's dir gut? Doch, es wird sauber. Ist berüchtig. Guck mal, ich hab's doch... Lasst du da weg, Herr, was kannst du denn tun? Hier ist klar, dass wir haben hier eine bewusstlose Person bei Dr. Chuck vom Laden auf der Straße. Okay, schick doch auf die Nummer. Das ist der Hangout, Blutgruppe THC. Okay, bring ich schnell. Ja, bringen wir mit. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, der Hank hat das noch nicht so drauf. Ja, wir müssen die trainieren, die verstehen ja noch nicht ganz. Also. Hätt er halt nicht gedacht, dass du auch ein Curve. Warum hat der Hank den Meister gezogen? Ich verstehe es nicht. Ich wette, der Apache hat ihm irgendwas im Ohr geflüstert. Ja, ne, Apache? Ja, der hat halt mehr auf mich gehört als auf seinen Oggi, ne? War schon wieder Fettner gemacht. Ja. Der hat halt nicht auf seinen OG gehört. So, warte mal, bist du mir dazwischen gesprungen? Ach! So. Grüß mich. Oh Mann, Hank. Wo fahren die denn? Was hat denn da hin? Tuch. Ich hab's Baker angerufen, Pinsel. Ich bin doch im Dienst. Ja, dann nass trotzdem das Bäckern. Da legt dich wieder hin. Da legt dich wieder hin. Da legt dich wieder hin. Ich weiß. Ja, das war die Bestrafung, das war DP. Ja, das war das Disziplinarverfahren. Weil du einfach im Boxweit messer siehst. Da musste ich ein Disziplinarverfahren. Das ist nicht ganz ungefährlich hier denn auf der Straße. Oh, wir kommen auch von der Street, Mann. So. Ja, klar. So, da geht's jetzt einmal. Ja, Penner hat ein Ding gezogen. Das ist nicht so gut. So, hier einmal mit Riechsalz ein bisschen wach gemacht. Moin, moin, moin. Gott, was geht hier ab, Alter? Oh, wir sind zwei, dreiundzwanzig, du Wichser. Ich brauche keine Straftat, wenn ich keine will. Ich schenke jetzt zum Geburtstag eine Kreide-Linie. Ach, so eine Kreide-Packung. Kannst du Linien zeichnen? Da haben wir schon den bunten Farben. Blau, Rot, Grün, Lila, Mann. Richtig. Dann kannst du so hüpfen. Also, Makarboniki, mit wem willst du dich sprügeln? Ich schweige von mir. Du kannst gegen Apache kämpfen. Ja, ich hab grad einen mies Boxkampf übrigens verpasst, aber da wurde ein Ringer aufgebaut. Ja, aber der Standhof Wiener, nicht wo das ist. Wer gegen mich kämpfen will, muss erstmal gegen Kaiser gewinnen. Wer ist Kaiser? Das ist der Hohkase. Der Alfonso. Ja, der heißt doch mal, was soll ich machen? Ja, gut, ich hab die Nummer nicht. Ich schaff den ran. Wie, da steht er vorne und telefoniert. Box ihn weg. Es kann sein, dass ich noch mehr geprügelt wird. Bei euch ist alles gut soweit? Oh, guck mal. Oh, ich denke so. Oh, warte, warte. Oh, yo, yo. Er hat ein scheiß Ding. Yo, bro, was hast denn du da in der Hand? Yo, yo, pack das weg, Mann. Yo, yo, chill, Mann. Dreh jetzt nicht durch, okay? Na, du musst gerade deinen Vertretern. Dreh jetzt nicht durch, Mann. Und du sagst, dass es nicht wichtig ist. Oh, Gott. Achso, das ist eine Taschellampe. Alter, hast du Glück, yo. Boah, ich dachte schon. Und das bei dem Licht. Ich dachte, der hat da so eine Riesenmachete. Wollen wir uns losgehen? Yo, chill, Mann. Ich weiß, das war ein Zauberdreck. Nee. Yo, chill, du weißt nicht, wer vor dir steht, Mann. Ein Doktor. Mehr ist er nicht. Genau, ich bin ein Doktor. Ich bin ein Doktor. Ich bin ein Seven Gang Gang. Oh, der kennt unseren Namen. Ey, wir dürfen niemals Messer ziehen. Messer ist ehrenlos. Ja, aber Apache hat gesagt, dass ich den Abstand verlangert habe. Ja, aber der Apache hat nichts zu sagen. Ich hab gedacht, wir sind alle gleichgesetzt. Oh, warte doch gleich, Herrmann. Nein, seht ihr nicht. Der Apache ist praktikum praktikan. Scheiße, die kommen nicht mehr klar, Mann. Ich verstehe gar nichts mehr. Also auf, du hörst einfach nur auf Curtis und mich. Alles klar. Erstmal. Die anderen müssen sich erst freischalten. Ich habe dir was besseres. Das frage ich mich. Oh Gott. Was ist hier los? Das ist ein scheiß Ex-Kopf, Mann. Wer ist der nicht? Und ich werde. Wer ich? Nein, der dritte, dieser OG-Pinsel, Mann, ist nur ein Kopf, jo. Scheiß Ex-Kopf. Warte mal, hast du überhaupt die Zuläden-Prüfung geschafft, wenn du schon Hokage sein möchtest? Ich bin schon... Ja, was los? Jetzt schießt er gegen mich, Pinsel. Ja, habe ich gemerkt. Ist das auf die Schnauze, oder was? Der weiß nicht mehr weiter. Ja, der weiß nicht mehr weiter. Der weiß nicht mehr weiter. Das ist ein scheiß Ex-Kopf. Pinsel liebt Gerechtigkeit im Fernsehen. Dann hat er auf der Straße nichts zu suchen, Mann. Doch, Pinsel, Pinsel ist wie Batman. Und wer bestimmt dann? Du? Er durchstreift die Nacht, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Und Schurken und Scharlatane von der Straße zu kehren, wie ein leisiger Armin. Mach das bitte, mach das einfach. Wie ein fleißiger Straßenkehrer. Und ohne Straßenkehrer ist diese Stadt nichts. Da ist er, hab ich einfach's Maul. Gucken, ob der Kaiser kämpfen kann. Fuget euch endlich. Glauben nicht. Los, komm schon. Oh Gott. Geht's dir gut? Oh nein, den Hahn zieh Macaroni. Das war ein unfairer, ein unfairer Angriff. So macht man das nicht. Es muss erst mal... Aber weiter. Es muss erst mal der Kampf offiziell verkundet werden. Achtung, Könnis. Sind Sie ja, Batsche, kommen Sie her. Oh Gott. Ja, ich glaube, der Team mit Musik ging. Spielen Sie die Kampfmusik ab. Und geben Sie mir Jetschako. Jetschako. Die Kampfmusik. Ja, ja, warte. Im Moment. Geht's direkt los mit der Musik oder nur für die Aufklärung? Das... Was passiert hier? Was passiert hier? Was... Los, häng rein! Oh, Kani gegen Hank. Oh, Kani! Oh, der hängt ganz drauf. Oh, warum schlägst du mich jetzt? Oh, der hat mir voll im Bauch gewoxt. Na gut. Ist gut, beruhigt euch. Na, danke Ihnen, Doc. Ist gut. Okay, sehr. Oh, danke, Doc. Sehr gut, Hank. Oh, Hank, du bist ja absolut stark. Ach, Gott, wir legen, Mann. Hängst du nicht, der Ficker, siehst du denn? Ich zerbürste alle, ja? Den Typen müssen wir nur noch trainieren, damit der Bescheid weiß, keine Meister und wie die Regeln in unserer Gänge. Ja, danke, Mann. Den habe ich schon noch nie. Das ist ein guter, oder, keines? Gibt's ja eigentlich noch Krops in der Stadt. Geh ich richtig in die Annahme, dass ich den Herrn Macarena auseinandergefetzt habe. Ja, so, so, da erinnere ich mich noch. Du hast ihn komplett auseinandergenommen. Ich kann mich noch erinnern, wie meine beiden Fäuste, Mord und Totschlag auf ihn niedergeprasselt sind. Nee, er kann nicht, da gebe ich auch auf. Und er sind durch die Straßen gefetzt. Fliehen sie, fliehen sie, bevor der Zorn des Alfonso Kaisers nochmal auf sie herunterprasselt. Wie ein Starkregen in einer kalten Sommernacht. Was ist das denn, Dude? Was solltest du so nicht laut sagen? Kaiser, zeig ihm deine Moves. Zeig ihm deine Moves. Wer bist du jetzt? Wer ist der Typ? Okay, jetzt reichst du. So, die Lady, wir haben auch noch was für den Ellenbogen. Mit dem Wünscher hat nur dabei. Du hast mich veracht, du bist der Ellenbogen. Was ist denn hier los? Apache, Apache, darf ich mal, bitte? Was, 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 was? Einer nach dem anderen, bitte. Ja. Okay, dein Name. Ich glaube, der hat sich verlaufen. Nate. Nate. Nate, und du denkst, das ist eine sehr schlaue Idee, wo sich Leute hier prügeln, wo sich sich mit Waffen bedrohen, dass du hier hinkommst? Ich war für die ganze Zeit hier. Ihr seid jetzt zugekommen. Warte mal, Apache, hast du die nicht gerade weggeschenkt? Jetzt sind sie schon wieder hier. Wow, 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 stopp, stopp, stopp. Alter, Alter. Ach, Silsa. Silsa, Silsa. Genau. Lass das Macaroni machen. Lass das Macaroni machen. Macaroni? Er kriegt jetzt sowas von einigen Schalat. Ich weiß, dass sich andere Leute wie eine Nudel nennen. Alter, willst du Hacke? Nee, ich Hacke nur. Nee, ist so. Also, ich kann nichts dafür, dass du heisst wie eine Nudel nennen. Alles gut, ich habe mich abgerollt. Nochmal auf. Ich habe den Nudel drauf. Was ist das für ein Typ? Der kam gerade mit einer Taschenlampe in der Hand zurück. Ich habe dem eine Knarre ins Gesicht gehalten. Ja, wo der ist das? Was ist denn mit ihm? Ja. Was ist hier so? Ich frage mich die ganze Zeit schon seit fünf Minuten, ob es überhaupt noch irgendwelche Cops hier gibt. Ja. Guck mal, er hat schon wieder einen Taschenlampe an. Es gibt Leute, die kommen halt erst seit Freitag. Freitag ist, ne? Flughafenzeug. Oh, der kennt ja nirgends gezogen. Oh, ich raff's nicht, ey. Könntest du, ich geh mal eben auf Klo. Was ist das? Könntest du mir noch eine reinhauen? Danke. Warum soll ich dich schlagen? Ach, weil ich einfach drum stehe. Ich kriege ich eine Haarsplatte. Das war okay. Ja, und Kurtis. Der Kaiser ist ein Knaller, ne? Der Kaiser ist gut. Ja, das ist mein Name. Der Kaiser hat den Macaroni so aus dem Leben gefetzt. Ja, hat ihn so weggemacht, ey. Der hat ihn zerbürstet, ja? Ja, also. Alfonso Kaiser zu Diensten. Gut, falls sowas ist, sagt ihr Bescheid, ja? Alles klar. Es kann sein, dass heute Abend noch ein bisschen eskalieren wird. Ja, seid ein bisschen vorsichtig wegen der Straße. Teilweise donnern die hier extrem lang. Ja, guck mal, die ganze Zeit. Ja, ja. Ich hab schon versucht, so ein bisschen abzusperren da vorne, aber wenn ich jetzt wegfahre, fahrt die unten gebremst hier durch. Alles klar. Macht vorsichtig, ey. Jo, was geht, Mikey? Da runter, da. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Wir fahren, du steig aus. Warum? Ja, was? Was willst du, Junge? Stopps Maul oder was? Kaiser, komm her. Drück eine Ansage. Ja, was ist die Ansage? The real Alfonso, verprügeln ihn, verprügeln ihn. Jetzt haben wir zwei Alfonso es hier, ne? Der Junge, der zählt nicht. Der echte Alfonso bin immer noch ich. Hm, das kann man ja doch eigentlich direkt. Das kann man in einem Kampf prüfen. Genau, genau. Ja, der Sensei erlaubt das. Der Sensei. Alfonso gegen Alfonso. Und den Namen. Mit den grünen Haaren, sie haben den, sie haben den einen großen Handlungsstangen in dieser Stadt verpasst. Stefano, Mann, jetzt geht das so ein scheiß Namen, Mann, verprügeln ihn. Nein, nein, Herr Royale, sie wissen da auch nicht Bescheid. Sie wissen nicht, was in der Stadt los ist. Ich weiß, jetzt geht's doch. Nö, weiß ich auch nicht. Stefano und Alfonso und ich haben ein episches Duell. Epochalen Meerkampf werden wir austragen. Was? In der Untergrundhalle von Johnny Laser. Aber das ist eine zu große Geschichte. Da kann ich sie heute nicht einleiten. Die Halle kennt doch eh jeder, Mann. Jo. Ja. Na gut, dann ist ja nicht ein Geheimnis. Aber sie ist trotzdem da und ein epokaler Meerkampf wird dort ausgetragen werden. Na, wann, wann, jetzt? Nein. Das wissen wir eigentlich gar nicht. Das müssen unsere Senseis, der Abadge und der Johnny Laser, müssen das bestimmen. Du bist altmodisch, Schnauze da. Scheiße, Mann. Oh, die kommen auch irgendwann mal. Ich habe gerade den Mann mit dem grünen Haar aus dem Leben gefetzt. Ich werde nicht die nächste Person. Wem hast du gefetzt aus dem Leben? Diesen Mann mit dem grünen Haar. Ey, wie heißt der denn nochmal da vorne? Da heißt der Macaroni. Ey, Macaroni oder so. Ey, du willst... Okay, aber könnt ihr euch auf der Straße prübeln? Das wüsste ich auch gern. Auf dem Bürgersteig meine ich. Sag ich vor Ort? Auf dem Bürgersteig meine ich. Aber von der anderen Seite habt ihr nichts abgesperrt. Sir Niklas, danke schön für den Prime-Suppel im 8. Denn was machen Sachen? Chaos, Alter. Und Justin, danke schön für den Prime-Suppel im 8. Ja, warte. Macaroni, hast du ganz schön in den Arsch gehauen bekommen, ne? 5, 2, was noch? 4, 3, 2. Ganz einfach. Das ist schon eine Schande für den Don. Richtig geile Nummer. Wie der Kaiser sagt, der hat sich gehauen. Der sagt sich scheiße. Erstmal mal meine Schulden begleichen. Und hier bitte. Hallo, Ma'am. Ist das die Huna? Ich hab keine Ahnung, wer es ist. Wer bist denn du? Suki. Yuki? Suki. Warte mal. Ich hab den SMS geschickt. Suki. Alles klar. Bist du nicht so eine Side-Chick von Johnny? Nee. Oh. Noch nicht. Ja, ey, Macaroni, sag das mal dem Stefano. Okay. Oh, das wird jetzt lustig. Jetzt eskaliert es. Jetzt wird es lustig. Jetzt kommt der Italiener aus ihm raus. Ja, und uns in die Fresse. Ui. War es einer, wo dieses Boxi-Win war? Äh, das war ein Palito. Ja, ein Palito. Ist aber schon rum. Warum stand das bei WeNet nicht dabei? Ich weiß es auch nicht. Ich hab auch nachgefragt. Ich hab's nur durch Zufall gefunden. Oh, jetzt geht's los. Oh, oh. Ist das nicht der Bugantik vom Laser? Vielleicht ist es ja Laser. Hang, du hängst die Augen offen, ne? Ja, klar. Für Gefahr, Mann. Für Gefahr. Komm, wir schenken die Karre aus. Sollen wir die Karre klauen? Ne, ich glaub, da ist ein Kumpel drin. Ach so, okay. Frau, äh, Fawn. Mit der Frau Fawn, genau, genau. Ne, das ist nicht Laser. Was ist das? Nein, nein, das sind Freunde. Der Mann hat mir gestern das Leben gerettet. Wir wünschen euch was. Sie ist eine reizende Dame, sehr sympathisch. Ich merke schon. Aber sie hat wilde Fäuste, also aufgepasst. Sie hat mich gestern halb tot gebrügelt. Ja, und das nicht nur einmal. Das war nicht der Kopf. Ja, und diese zwei sympathischen Männer lassen mich hoffentlich nicht alleine. Ja, was gibt's denn jetzt hier für ein Problem? Richtig, die schlussisch. Wir sperren grad die Straße ab für uns. Wir machen grad die Straße dicht, damit euch niemand übernommen hört. Habt ihr nichts zu tun, Walter? Aber wir haben doch hier auch nichts zu tun. Haben wir generell nichts zu tun. Oh Gott. Dann gibt's eh Streit. Wir helfen, wo wir können. Zeit, schick von hier, Zeit, schick von da. Schnauzeiten, du Wichser. Ja, richtig. Redest du nicht mit mir? Reicht an Samir, mit der fett Arsch. Was fett Arsch? Ist die Stattel geworden, oder was? Reicht an Samir. Ja, 1000 Watt in der Arme und die Birne brennt trotzdem nicht. Ja, was 1000 Watt in der Arme, Junge? Ich rieße ein Arsch, aber kein Hirn. Ja, das macht jetzt gar keinen Sinn. Ist mir doch scheiße geil. Nee, du bist mir scheiße geil. Reicht an Samir. Bei einer Seite kommt Tobi, dann Johnny, dann iPhone zur Krise. Weißt du was? Mach doch, was du willst. Mach du doch, was du willst. Scheiß Bitch, ey. Wölk nicht jetzt, ey. Elba Bitch. Kein Bock mehr seit Jahren mit dir hier. Behandle doch mal die Frauen mit Anstand. Halt die Fretze, ich mach Schluss. Wie redest du mit Wäum, Motherfucker? Was wird dir denn... Smoke den, smoke den, Mann. Das ist unser Beziehungsstressier. Dann mach ich Schluss. Ich mach Schluss. Wir waren nicht zusammen, du Vogel. Was für ein Lose an. Wahrscheinlich waren wir nicht zusammen, ne? Ich meinst, wenn du die Frauen behandeln, ist kein Wunder, dass die, wenn die zusammen sein möchte. Genau, du musst ja an dich zu denen sein. Er hat mir dann nicht deine Haare angewichst. Sag doch nicht einfach. Alter. Hat er gesagt? Er sagt, du und... Ruhig dich mal, wenn man den Dortmund hat. Scheiße, Mann. Was? Sein bester Freund steht da und lacht dich aus. Jeder lacht ihn aus. Er lacht doch gar nicht. Bist du blind oder was? Du fett arsch. Du meinst taub? Nein, weil sie das ja nicht sehen kann. Ah, okay. Das ergibt Sinn. Das ergibt natürlich Sinn, Junge. Ja, Entschuldigung. Da kann ich nicht. Da kann ich nicht. Gut. Ich mach Schluss. Mach was du willst. Wir waren nicht zusammen. Wir waren... Ja, ist klar, Junge. Nimm doch einfach unsere Käse. Mach was du willst, fett arsch. Ich hab keinen Bock mehr als Schlampen hier. Ich hab gedacht, da ist Kaiser. Käse. Warum heißt der Käse oder Käse? Stoß mal. Alles klar, aber man sieht sich. Vorm steigern, Mann. Ich hab keinen Bock mehr auf den Kack. Ich muss jetzt erstmal mich auch hier ein bisschen... Ja, was macht ihr jetzt hier? Ab reagieren. Ich stelle die Straße ab. Dann machen wir die Straße dicht. Das kann ich hier nicht sein. Ja, ja, damit ihr nicht überreut werdet. Damit ihr das halbe Stunde auch nicht gebraucht habt. Okay, danke. Ja, dann warte, ich part, was ihr meine. Was ist denn hier los? Ich mach mit Johnny erst meinen Tränen. Kick euch! Ich glaube, ganz schön viele Typen in der Stadt denken, dass sie eine Freundin haben. Vielleicht sollte man ihm mal sagen, dass das starnische Musik ist und nicht italienische. Was ist denn los? Also warst du gar nicht mit dem zusammen? Nein. Boah, der hat uns das alles erzählt. Was? Dass ihr heiraten wolltet und so. Ja, was? Es war schon ewig, ja, ne? Streng genommen wurden sie verheiratet von Kaiser. Nein. Ich hab das schon alles erzählt. Wie heißt der jetzt? Kaiser oder Käse? Ja, okay, Leute. Folgendes. Ihr könnt mit eurer Sache hier weitermachen, solange ihr es auf dem Bürgersteig macht. Ansonsten, ja. Na, jetzt möchtest du hier Autorität zeigen. Jetzt drehst du aber komplett durch, ne? Okay. Hast du mal deine Leute gezählt und unsere Leute? Das ist interessant, ob ihr in Überzahl seid. Ich bitte euch einmal, eure Sache auf dem Bürgersteig fortzuführen. Ansonsten. Nein, nein, du musst das ein bisschen auf dem Käfer. Wirst du den rüberbringen, ja? Ja, was? Ja, was? Schon ein bisschen deine Cojones zeigen, Mann. Was willst du? Nix. Achso, ich dachte, du wirst dich prügeln. Wir wurden ins Bein geschossen, Mann. Von wem? Oh, sonst, halt wann trägst du wieder grün? Ach, keine Sachen, bin ich jetzt fertig. Was? Wann trägst du grün? Dein Gast an oder so. Ich bin aus Seven jetzt. Luke! Du musst deinem Praktikanten helfen. Aus Seven. Was ist das? Warte mal, bist du noch mal? Echt? Ja, okay, scheiß was ich. Hey, wie? E-Roy, Junge. Ja, aber die klingen alle gleich. Ich bin im Börder-Sort. Ihr habt alle so eine Stimme. Wie? Ja, so eine tiefe Stimme. Nicht jeder hat so irgendwie, ja, Mann. Von mir wird es angeschossen. Weiß ich nicht. Ich bin Söldner, wenn jemand es braucht, sagt Bescheid. Triffst du ja nix. Ich triff nix. Frag mal die Aztekas, was ich mit denen gemacht habe. Kannst du die auch fragen? Okay, ich brauche jetzt eine Abholung. Braucht ihr Geschäftspartner? Ich kann die auch fahren, für 100 Dollar. Du kannst mich fahren für 100 Dollar. Na klar. Kollege, wenn ich 100 Dollar hätte. Für deine Kälte fahre ich dich. Ich leih mir die aus, okay? Nee, nee, die ist einzigartig. Ja, ich weiß. Ey, der nächste hat's belegt. Okay, ich laufe. Läuft dich fahren? Ja, wäre korrekt. Unsere Gangs können kuscheln, Manuel. Kriegst du jetzt for real wieder grün? Klar, siehst du doch. Ich bang jetzt, Alter. Dann geht das langsam auf den Sack hier. Wie? Ja. Nicht gut, Mann. Wir wurden ins Bein geschossen. Dann kriegen sie auch gar nicht mehr von uns. Ja. Göttis fährt mich jetzt in die Hood. Richtig, Göttis. Ich hole jetzt meine Karre. Und dann reden wir über das Geschäft. Nein. Das M war wild. Das Wild. Das habe ich komplett gesehen. Göttis, wir brauchen einen Viersitzer. Ich habe einen Viersitzer. Richtig ehreloter Hupen. Oh Gott. Nö. Nö, du bist nochmal im Krankenhaus vorbei, Fahndow, bitte. Ich komme gleich wieder, Männer. Wir müssen Nina mitnehmen. Wohin? Nein, wir haben keinen Platz. Ich muss nur zwei andere abholen. Ich komme gleich wieder. Ja, ich habe mitbekommen. Ich habe ein bisschen Stress, ne? Mit ein paar Mitgliedern von euch. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht? Ja, ich wurde gerade quasi aufgeklärt und dann hat es geknallt. Die wissen nicht, was jetzt mit denen passiert. Die werden kein schönes Leben mehr haben. Ja, aber das sind vier Leute oder so, ne? Nö, die waren, glaube ich, gerade mit zehn Leuten oder so. Oh, oh. Das wird lustig. Das wird nicht lustig. Ich hoffe, ich sterbe dabei nicht. Ja, Mann. Ja, hoffen. Jo, verdammt die Scheiße, Mann. Verdammt die Scheiße, Mann. Verdammt die Scheiße, Mann. Da ist auf die, die wird schon anrufen, ja. Ja. Die werden sich mit dem Bruder drum kümmern. Und jetzt habt ihr euch gesplittet. Wieso gesplittet? Ja, sind das nicht welche von euch gewesen? Nein. Nein. Ja, aber ihr habt Stress mit ein paar von euch selber. Die abgehauen sind oder nicht? Ja, gut, aber das ist kein Stress mehr. Die, also, die haben schon das bekommen, was sie... Ja, aber mit wem habt ihr euch gesetzt? Das, wie heißen die, Elon? 44. Projects. Ja, der ist in Projects, genau. So, wie heißt deine Gang jetzt? Erzähl. 07. 07, und wo wohnt ihr? Wir haben keinen Turf, Mann. Wir sind Söldner. Den können wir aufwählen. Wollt ihr einen Turf haben? Können wir uns organisieren. Wollt ihr in die Projects? Nein. Wollt ihr? Doch, wie man andere hat. Wenn ihr zahlt, für Geld machen wir alles, das wisst ihr. Ja, das habe ich gemerkt. Obwohl ich euch so sehr geholfen habe, die Wichser. Aber ich würde nicht sagen, dass wir seltener sind. Kommt, die mich einpacken, Japan. Ja, kann man dir helfen, Don? Ja, du wirst du rauchen. Ja, wir sind, wir sind. Alles klar, okay, Quertus. Quertus, wenn du einen Turf brauchst, du weißt, wo wir wohnen, ja? Was ist denn hier noch frei? Also, ich bin grünen. Nein, nein, wir machen dir was frei. Ach, so ein Quatsch. Doch. Wahre Männer erkämpfen sich was oder erkaufen sich was. Na, ich erkämpfe mir was. Wir machen hier Tower Defense. Ich mache einfach Junkie Park und dann geht's ab. Kommt nicht so gefährlich. Du wirst es, Bruder. Naja, wenigstens fetzen die sich jetzt untereinander. Das ist ja schon mal gut. Hallo, er sagt, ich kann deinen Namen kaum lesen, Alter. Ne, ne, die sollen sich mal... Der Macaroni fällt weg. Wo sind alle hin? Quertus, du bist es. Das habe ich bei den getönten Scheiben gar nicht gesehen. Die Bande fällt auseinander. Wir brauchen unseren OG. Ach, das ist Quatsch. Da kommt der OG, du. So, kann mir jetzt eigentlich jemand erklären, was gerade passiert ist? Kennst du Zirkus? Heine, Heine? Erstmal coolen Dings machen wir. Doch. Und jetzt bin ich der OG, scheiße. Also ich will ja nichts sagen so, ne? Aber Kaiser, seit ich dich kenne, ne? Gibt's nur Chaos in meinem Leben. Warte mal, wo ist Hankin? Habt ihr die Telefonnummer von dem? Wo ist Hankin? Er ist doch mit dir mitgefahren. Er ist nicht mit mir mitgefahren. Oh. Ich habe gerade Businessgespräch mit dem Borla zuführt. Wo ist Hank? Ja, das frag ich mich gerade auch. Ein bisschen Verlust ist immer. Wo? Ach ja. So, und was ist jetzt mit... Boah, ich muss... Hab ich die Nummer für Makarone? Wir haben so viel zu tun und wir kommen einfach so nicht. Warum habe ich mich denn jetzt eigentlich mit diesem Makarone überhaupt geschlagen? Warum habe ich den aus dem Leben gefasst? Ja, für die Gang. Für die Gang. Für die Gang. Für die Gang. Ich verstehe. Ich bin ja eigentlich nicht so der Typ für die Gang. Gewalt. Ich bin ja ein Mann der gewaltigen Worte. Also, ich habe keine Infos rangeholt, Männer und Frauen. Die Borlas, die fetzen sich gegen die 44, gegen die Projects. Also, was müssen wir machen? Wir müssen den 44 sagen, oh, die Borlas haben das und das gesagt und das vor. Ja, die fetzen sich doch schon einen Pinsel. Ja, egal. Immer mal reinkrätschen. Die Borlas haben vorgehabt, sich die Grove zur Hilfe zu holen, weil sie alleine Angst hatten. Zack und direkt wieder neuen Beef geschafft. Aber die Grove gibt es nicht mehr. Doch, die ist blau. Wir müssen den Zombie kurz abchecken bei deinem Cross-Ding, ne? Ähm, ja, kann man machen. Also, okay, ich will euch noch was sagen. Ich war immer Bulli-Sist, aber das ist vorbei. Ich war Bulli-Sist, aber immer auf der Straße. Ich war immer für die Gangs. Ich habe keinen verhaftet von den Gangs, nie. Also warst du Gang-Unit? Nein, ich war einfach ein Officer und ich habe immer die Leute von der Straße, die kriminellen Schweine laufen lassen. Du warst ein cooler Officer. Ich war der coolste Officer. Aber die Kollegen sind immer auf den Sack gegangen, da habe ich gekündigt. Ich wollte den Kriminellen immer helfen, aber ich durfte nicht. Deswegen musste ich das undercover machen, bis ich irgendwann rausgefogen bin. Okay, und was ist jetzt mit Roy hat denn, macht das Sankt, auch da seine komische Welle? Nö, hat gesagt, dass er auf einmal sagt, jo, ich bin Arzt und du bist ein Cop und man könnte uns ja gar nicht respektieren. Er denkt auch, der war der Vater von der Straße. Und könnte ihm sagen, was er zu tun hat. Genau. Lass euch nicht beirren. Ja, ich war Bulli-Sist, scheiß drauf. Darum geht es denn. So. Du musst dich für nichts schämen. Genau, Pimmi. Habe ich nie gesagt. Du bist unser Uchi. Wir stehen hinter dir. Genau. Bis in den Tod. Wir kleben jetzt die Karre von dem, dann sind wir schneller oben. Vielleicht hat er noch nichts. Irgendwie das Gefühl, dass es heute noch richtig knallen wird. Curtis. Kaiser. Käse. Kaiser, bitte. Käse nennen mich nur die schießenden Leute. Der Laser, der, wie heißt der, der Stefano Alfonso, der Wadlbeißer. Müssen wir das auch noch schnappen. Was ist denn mit dem Laser? Seid ihr cool mit dem? Das Nachfolge. Nein, überhaupt nicht. Der ist meine zweite Nemesis nach dem Alfonso. Das ist mein Erzfeind. Ich dachte, Sandro ist jetzt euer Ernstfeind. Auch. Ja, der auch. Wir halten rein, bis nichts mehr zum Reinhalten da ist. Ja, wir sammeln viele Feinde. Wir sind in der Kapelle. Wo seid ihr? War nicht heute so ein Gottesdienst oben? Ich weiß nicht, wer hat das gepostet? Irgend so ein Josch. Late Night Shrubing. Kaiser, aufsadeln. Wir müssen weg hier. Der holt die Bullen. Der holt die Bullen. Ich kläre das mit den Bullen. Gar kein Problem. Wir müssen... Ja, was hast du jetzt vor, Penzel? Ja, dann lass uns kurz zu der Strecke gucken. Dann rufe ich mir alles an und sage, jo, passt. Okay, und was ist mit Taxi-Taxi? Achso, der Macaroni meint ja nur, er ist unterwegs, ne? Ja, deswegen machen wir das morgen. Also das mit Taxi... Ja, morgen wird schwierig. Morgen ist Sonntag. Ach ja. Ja, guck ich hier mal meinen Serum und Mila. Hm, okay. Dann mit Taxi-Taxi von Wollmann wir nächstes Mal. Dann gucken wir uns jetzt erstmal die Strecke an. Genau, wir gucken uns jetzt mal die Strecke an. Und dann geht's weiter mit, ähm... Weißt du was? Sollen wir die Strecke testen? Leute, habt ihr Bock, euch zu faken? Ja, klar. Perfekt. Ja, klar, das fängt wieder dabei. Ja, mit dir immer. Gut. Na, dann lass die Karren direkt hier holen, um die Ecke. Hä? Ja, du musst doch die Karren, die wurden nur abgeschleppt. Nein. Ach so. Ja, wie? Sind die denn? Komm, man ja, du darfst bei... Du darfst bei Geiser mitfahren. Hier, die sind ganz normal in der Garage, oder? Ja, aber wir müssen die doch aus der Garage holen. Und hochfahren. Harmonie sind die doch dann. Ach so, ja, dann fahren wir in der Harmonie. Oder? Oh, scheiße, lass mich mal auf der Verwahrstelle kurz gucken. Warte mal, wir können doch mit Carlos Auto fahren. Das ist schneller. Hey, wir haben halb zwölf, Alter. Wo ist die Zeit hin? Wir haben nix gemacht heute. Okay, wir müssen nach Harmonie zur... Ja, nach Harmonie einfach. Ja. Also so spät kam ich auch nicht, Oma, ja? 20 Minuten Verspätung nur. Trotzdem haben wir schon halb zwölf. Welche Kohle meinst du, Nightlight? Nightlight? Die im Spiel? Oh Gott! Oh, ich dachte, der überfährt den auch so sehen. Ja, durch Aufträge und so. Irgendein Reicher kommt und sagt, ja, mach das und das. Und dann machen wir das. Dafür kriegt man Geld. Man kann auf Farmen gehen, auf dem Feld und so. Aber das nervt übel. Ja, das stimmt. Sobald man Spaß hat, geht die Zeit echt schnell um. Außerdem zocken wir hier schon seit fünf Monaten, ne? Davon war ich sehr oft im Dienst. Oder als quasi jetzt Medic unterwegs hat man auch viel Geld verdient. Ach, komm, Oma. Dafür fängt hier ein neues Kapitel an. Mit O7 ist auch cool. Mit Pinsel. Kaiser, Pacho, wie die alle heißen. Ich wusste, dass das kommt, Alter. Du bist mich nur am Dissen. Ja, Mila. Hallo, Kaltes. Hallo. Soll ich dich abholen, komm? Wir warten noch. Wir haben kein Auto hier. Was ist dann? Ich muss dir etwas sagen. Was dann? Ich bin jetzt bereit. Okay. Was dann? Ich bin jetzt bereit, dass wir wirklich richtig heiraten. Es wird Zeit schon lange. Und ich weiß, du hast lange darauf gewartet. Ich bin jetzt bereit. Ich bin bereit, zu heiraten. So richtig. Wie man und Frau. Ja, aber wir... Also komm mal alle zusammen, wir heiraten. Wann? Du und ich. Du und ich. Wann? Na, sofort. Bevor ich's mir anders überlege, oder? Ich mein, du holst es doch so unbedingt. Ja, du... Ich erwarte ein paar Leute, die mich abholen und mich zu einem Laden fahren, wo ich mir ein hübsches kalt kaufen kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt organisiert bekomme. Und ich erwarte, dass du hier anzukommst. Es wird Zeit. Könnt es jetzt oder nicht? Ich krieg das Kiegen bereits nicht mehr organisiert. Hast du schon mal... Wer weiß, hab du noch mal die Chance? Vielleicht überlege ich's mir morgen anders. Du hast... Du hast gebettelt. Was hab ich... Darum, dass wir heiraten. So richtig. Ich hab gesagt, yo, mehr als ne Jogginghose kannst du nicht erwarten. Und du so, nö. Dann lass uns das einfach nur für taglich machen. Und ich so, okay. Und du so, irgendwann machen wir das aber richtig. Und ich so, car for real. Und... Jetzt bin ich soweit. Du hast geheult von mir, dass du das willst. Wenn es... Wenn es... Ich war nicht bereit. Ich bin nicht hier. Mila ruft mich an. Oh Gott. Pinsel kann unser Pister sein. Pinsel, komm mal näher dran hier bitte. Also Mila ist gerade auf die gute Idee gekommen, dass sie mich jetzt heiraten will. Jetzt sofort. Was? Habt ihr Bock auf ne Hochzeit? Klar, wieso nicht? Gibt's da was zu kiefen? Mila will jetzt heiraten. Jetzt sofort. Jemand soll die jetzt zum Quackhaus abholen, dann geht sie sich ein Kleid kaufen. Ja, ich geh sie abholen. Ja, dann heiraten wir jetzt. Ja, dann heiraten wir. Okay. Okay, der Hank vom dich abholen, Mila. Der geht mit dir ein Kleid kaufen, okay? Okay. Okay. Aber unser Dings, unsere Hochzeitsparty ist beim Pinsel in der Dings, okay? Wo der sein Event machen will danach. Okay, fahren wir mit den Kranen. Ja, aber wo machen wir unsere Zämonie? Ja, das machen wir da, wo der Loni beheiligt wurde hier. In der schönen Kirche. Okay, okay. Okay, okay. Kannst du trotzdem mal Aspo mitnehmen? Okay, der Hank kommt hier abholen. Okay. Komm, wir machen. Okay, komm, wir machen. Hände, warte. Ja? Du musst der Priester sein. Ja, ja, ich mach das. Aber wir müssen zu, ich muss mir den Anzug kurz kaufen gehen. Dann geh dir den Anzug kaufen. Der ist so direkt hier. Weißt du, welche Kirche ich meine? Wo? Na, eigentlich direkt geradeaus, Lieb. Wenn man jetzt hier geradeaus, also in deine Richtung. Ja, ich weiß welche. Ich muss nur wissen, wo die ist. Einfach geradeaus und dann auf der linken Seite. Ja, Mila? Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Wenn du keine Rede vorbereitest, sag ich nein. Okay. Okay. Und unser... Kaiser... Kaiser... Oh Gott. Pinsel, bekommst du, das Hinderpriester zu sein? Nee, lass das Kaiser machen. Kaiser kann das. Ich würde auch sagen, Kaiser lieber, oder? Der hat das gestern schon gemacht. Kaiser, kannst du Mila und mich verheiraten? Nichts würde ich lieber machen, als das. Mila ist die Gangbanger auf der Tisch, oder? Das wird eine wunderschöne Eheschließung. Oh Gott, das ist so viel gerade. Pinsel, Pinsel, schau mir zu. Ja. Du bist doch unser Trauzeuge. Okay. Ja? Ja. Okay. Kannst du den Kaiser anrufen und sagen, wo die Kirche ist? Ja, ich komme sofort wieder. Okay, bis gleich. Was soll ich mir noch ein, 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 irgendein schönes, priesterliches Outfit besorgen? Nee, du bleibst es. Ja, steigen, steigen wir meine Karte ein, nimm kurz, Kaiser. Sehr wohl. Aber ich schalte hier noch den Motor aus, reicht es überhaupt ohne Schlüssel. Nee, willst du nicht. Oder hier, nimm einfach das. Warte. Ja, warte, ich ziehe mich auch kurz um. Hier, fang das Kaiser. Das siehst du an, okay? Natürlich. 1a gefangen. Super. Zum Glück haben sie noch in einem richtigen Zeitpunkt das Fenster runtergekurbelt. Ich gehe mir kurz einen Anzug kaufen. Die Kirche, du siehst du das. Die Straße runter, also hinter mir. Auf der linken Seite. Und Curtis, Curtis. Curtis, 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 Ja na klar. Was denn Schickern? Ist doch schick. Könnte es. Könnte es. Heute wird gebummst. Oh Gott. Ich kenne... Oh Gott. Das gleich, der Pinsel kommt jetzt wieder her. Stacy. O, Mila, Alter. Warum Mila? Gott, wie viele Autos stehen hier? Warte, ich hab da Formule. Ich hab doch Anzugshose, hab ich doch. Schuhe. Okay. Das Schlimme ist jetzt, ich muss eine Rede vorbereiten. Würde mich nicht wundern, wenn die alle Alkoholiker werden. It's not a Sakko, Alter. Ja, das ist doch cool. Hui. Wurdest du schon abgeholt? Ja, ich bin schon umgezogen. Also, wohin heiraten wir? Na, wir heiraten da bei der Kirche, wo Lonnie beeinflusst wurde. Wo war das denn noch mal? Warte, muss kurz hier raus. Einen Priester hab ich ja organisiert. Das war ein 717 da. 717. Warte. 717. Genau. Da ist 717. Das ist nämlich Harmonie. 717, okay. Da auf der linken Seite ist so eine weiße Kirche. Ihr Verschiesel. Okay, alles gleich. Wir finden das. Ich bin schon auf dem Weg. Okay. Mach das lieber super romantisch. Ja, okay. Schade, Dr. Shack nicht mehr da. Ist ja auch schon wieder halb zwölf. Wie kommt man, um halb zwölf auf die Idee, wieder reinzukommen und zu sagen, jo, wir heiraten jetzt. Das ist halt original einfach Mela. Dr. Shack und so sind auch nicht da, weiß ich. Die sind am Wochenende nie da. Ja, irgendwie läuft es dir auch so. Ich bin schon auf dem Weg. Ja? Ja, Pinsel, weißt du, wo das ist? Ungefähr? Bei 717, so links daneben, ist die Weiße Kirche. Ja, ich weiß ungefähr, wo die ist. Ja? Mhm. Okay, bist du mit Kaiser und so? Ja. Okay, ich bin schon da. Wir haben Henk schon wieder verloren. Nee, der Henk hat die Miele abgeholt. Ach ja. Ich stell noch kurz was auf hier. Okay. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Wo ist denn der Haupteingang? Hier. Nee, gar nicht, oder? Doch. Ja? Das hier ist kein Kirche. Oh doch, hier ist die Kirche. Okay, nevermind. Ja? 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 Ja... enforcement temporär itself Vamos Laval? Ja? Ja... ta Slip crew. Ja? 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 wow! Perfekt. Perfekt. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich da vorne rechts bin, okay? Wenn soll. Ja. Also gerade außen an rechts. Warum ist der hier? Ja, der ist dumm. Was mache ich denn hier, Alter? Ich habe ein paar Sachen aufgestellt. Okay. Du musst Mila fühlen, okay? Und sag dem Kaiser, der so herkommt. Nee, der Henk ist sein Vater. Ich bin Drauzzeuge. Wer ist Vater? Der Henk ist der Vater. Milas Vater ist eine Diener. Okay. Du bist dein Trauzzeuge? Soll ich dir eine grüne aufstellen? Ja, ne? Ja, mach mal. Aber der Kaiser muss herkommen. Der muss sich da oben hinstellen. Ja? Ja? Wo hast du nur die hingestellt? Ähm, in den Raum. So? Hm. Ja. Ich habe nur eine blaue. Ja, stell dir einfach irgendwo hin, wo du meinst, sieht gut aus. Oh, ja. Wie gut aus. Hier hinter euch. Ich kann ihn, wir heiraten. Ähm, ja? Oh. Hallo, Priester Kaiser. Ja, du stellst dich jetzt oben hin. An die Tür. Sind sie schon aufgeregt? Ich bin absolut aufgeregt. Sie brauchen keine Angst. Sieben links von... Wir sind alle bei Ihnen. Ich vertraue Ihnen da. Abonni. Da ist die weiße Kirche, da sind wir. Ja. Bis dann. Und der Anzug steht Ihnen hervorragend, Herr Curtis. Dankeschön. Gott. Doch, ich hole die jetzt, ja? Okay. Sie können sich ja ruhig oben mit dem Stein. Priester Kaiser. Drei Gäste haben wir auch schon hier. Ich habe schon eine Rede. Oh, die Gäste kommen. Die Gäste müssen hinter uns. Du siehst gut aus, du gehört hast. Danke. Mila und ich gehen hier auf diesen roten Teppich. Ja, da wird man glatt neidisch. Ja. Ja. Was ist ein Hintern? Verdammt, diese Kurve. Ich schäme mich gerade den grünen Boden. Ja, und dieser Bart. Er hat einfach so eine Frankfurter Ticket-Tasche rum. Ja, natürlich. Bei dir. Priester Kaiser? Ja, bitte. Haben Sie eventuell Musik noch gleich? Habe ich schon vorbereitet. Okay, das ist gut. Eine Frage, wann sollen die überhaupt kommen? Na, die kommen jetzt. Pinsel holt die gerade. Ach so. Geht gleich los. Gott, was machen wir hier? Ich bin so nervös. Wie sieht die aus, Alter? Hallo? Du siehst so schön aus, meine Braut. Gott. Angst, das sehe ich gar nicht. Gott, Alter. Liebes, liebes Brautpaar, Sie sind in dieser entscheidenden Stunde Ihres Lebens nicht alleine. Nein, Sie sind hier mit mir, Alfonso Kaiser, einem Lausbub, einem lebenswohlen Abenteuer, dem Erzfeind von Johnny Laser, Stefano Alfonso und dem O'Neill, dem drittbesten Freund von Pinsel und dem angehenden Hokage von Los Santos. Und heute bin ich ebenso Ihr Pastor, der diese wunderschöne Eheschließung mit dem wunderschönen Curtis Cush vor mir zu meiner Linken und der wunderschönen Mila Gangbang-Beauftragten zu meiner Rechten. Genau. Schließen darf. Sie dürfen die Gewissheit haben, dass Sie mit unserer Gemeinde und mit allen Kaiserlichen in der Gemeinschaft der Kirche des Kaisers verbunden sind. Zugleich sollen Sie wissen, Gott und der Kaiser ist bei Ihnen, so wie die Menschen von Los Santos heute alle mit ihren Herzen bei dieser Eheschließung dabei sind. Die Zeugen dieser Eheschließung sind die Frau Nina, der Herr Sensei Apache, der Herr Hank und der Herr Pinsel. Waren Sie unsere bestesten Freunde? Diese Leute und ich, Alfonso Kaiser, heiligen Ihre Liebe und vereinen Sie zu einem untrennbaren Lebensbund. Ich bitte Sie zuvor, öffentlich zu bekunden, dass Sie zu dieser kaiserlichen Ehe entschlossen sind. Ich frage dich, Curtis Cush, sind Sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlebung aus Ihrem freien Abschluss mit Ihrer Braut Mila Gangbang-Beauftragten, den Bund der Ehe zu schließen? Ja, ich will. Für immer und ewig. Und ich frage Sie, Mila, sind Sie hergekommen, um nach reiflicher Überlebung, um aus freien Abschluss mit Ihrem Bräutigam, Curtis Cush, den Bund der Ehe einzugehen? Sie sagt nein. Je je, ging, ging. Ging, ging. Wollen Sie Ihren Mann lieben und achten und im Treue halten, alle Tage seines Lebens? Ja, ich gebe mein Bestes. Sind Sie... Ja, sind Sie wenigstens ehrlich. Sind Sie beide bereit? Koschen halten, das ist ein heiliger Ort. Oh, da kommen noch Gäste. Was? Einschluss, Einspruch. Es gibt keinen Einspruch hier. Das ist keine Gerichtsverhandlung, mein Herr. Genau, Schnauzeiten. Ja, Einspruch abgelehnt. Schwanze. Herr Macarena, Koschen halten. Der Feind ist auf unserer Hochzeit. Ah, ich habe ihm irgendwie gesagt, wo wir sind. Nicht schlimm. Ufa. Das Gründe nicht, ziehe ich halt an. Tut mir leid. Machen Sie weiter, machen Sie weiter, Bülter. Sind Sie beide bereit, die Kinder anzunehmen, die der Kaiser Ihnen schenken will? Kinder? Warte mal, was? Warte mal, die haben doch schon... Moment, Moment, okay. Kinder ist weit hergeholt. Ich meine... Eisert. Das ist eine Kürtelsfrau, nicht deine. Also, die haben schon ein Kind. Ja, quasi. Quasi adoptiert. Ja. Aber du bist ja und du bist denn noch das Kind? Ja, das ist mein Freund. Ich wusste nichts von Kindern. Ich wollte, dass du eine Rede hättest, aber keine Kinder. Keine Kinder, keine Kinder. Keine Kinder. Sehr gut. Auf die Kinder. Kinder außer Pinsel. So sei es. So bei der Kraft des angehenden Hokages von Los Santos verkundige ich hiermit diese Ehe für offiziell. Das Brautpaar darf sich nun küssen. Ja, warte, warte, warte. Der Alte muss mir erstmal noch sagen, wie sehr er mich liebt. Mach raus, Digga. Okay, Moment. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Warum tust du mir das an, Gott? Das gehört mir nicht zur Rede. Warum tust du dir das an? Liebe Verwandte. Liebe Freunde. Und fährt auch seit gestern. Können wir schließt du dann ab? Ja klar, ich hab das auf dem Handy geschrieben. Meine liebe Braut Mila und ich wollten uns auf diesem Weg ganz herzlich beeingästen und tatkräftigen Helfern für diese Hochzeit bedanken. Du musst doch erstmal die Liebe gestehen hier für deine Frau. Ja, lass mich doch erstmal heiße Mau, Makaroni. Du wirst nie eine Freundin im Leben haben. Ohne euch, liebe Freunde und Verwandte, hätten ihr bestimmt nicht seine wunderschöne Hochzeit auf die Beine stellen können in 10 Minuten. An dieser Stelle nochmals großen Dank für eure Mühe und neuen Einsatz. Mit eurer Hilfe ist es uns gelungen, diesen Tag freudig und wunderbar zu gestalten. Und dir, liebe Mila, möchte ich sagen, dass ich dir für ewig treu sein werde und für ewig dein Braut sein werde. Dein Bräutiger, meine ich. Komm drauf an, was für ein Rollenspiel wir gerade machen. Ich werde für immer knutschen. Und für immer deine Arschhaare rausziehen und deine Pickel lutschen. Für immer und ewig. Girl, für immer und ewig. Amen. Gott, ich heule. Ja, sehr. Ich hoffe, das haben wir verraten. Ich hebe dich. Ich hebe dich. Das reicht mir. Das reicht mir. Und dein Kleid, was du an hast, ist wunderbar. Danke. Jo, die Hose ist nice. Wie cool ist das bitte? Okay, dann kommen wir wohl dazu. Ja, komm, Priester, komm. Ach so, wir müssen jetzt knutschen. Ja, der Priester muss das sagen. Brauchen wir Ringe? Reichen Sie nun einander die rechte Hand. Hey. A drei. Hey. Ich dachte, ich verstand. Ja, hab ich doch. Gib mir deinen Finger, girl. Los, Finger mich. Gott. Im Namen von dem Kaiser und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den sie geschlossen haben. Sie aber. Ja, komm auf den Punkt, Mann. Was Gott verbunden, äh, was Kaiser verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Ich, 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 ja, die Ehe ist offiziell. Bitte küssten Sie sich nun endlich. Geil. Oh Gott. Hast du die Zähne geputzt? Ne. Los, küss mich. Hey, wo wird's du hin? Hatsch mich. Hi. Meena? Meena? Warte mal, brennt die jetzt durch? No? Ja, wie? Hey. Das ist das. Hahaha. Du solltest mich küssen. Ach so, ja. Nein, nicht schlagen, küssen. Ach so. Mein Stummelstaub. Ich bin voll bereit. Ich war auch ein bisschen. Hey. Kein Reicht. Okay. Ach, kein Duft mehr bekommen. Geil. Okay. Sind wir fertig? Ich würde sagen, es heißt fertig. So, liebe Gäste, Verwandte, Freunde, die wir schon seit Jahren kennen. Unsere Hochzeitsparty wird stattfinden an Pinsel, sein Pit, wo er sein Event plant. Da haben wir jetzt nochmal richtig mit den Karren auf die Fresse, okay? Ja, Mann. Jo, kein Problem, Digger. Ja, auch. Schärst du, Bärchen? Warte, ich muss die Hochzeitsdeko mitnehmen. Das ist echt teuer. Ja, ich auch. Ich bin schon am Abbau. Mila, du hast deinen Teddybären, den ich mitgebracht habe vergessen. Du musst ihn mitnehmen. Welche Teddy? Nein, die drei Teddys, die auf der Gästeliste standen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ruhig schön. Ja, komm her. Danke. Komm her. Du auch. Und Herr Kaiser, die Robe ist unverkäuflich, okay? Aber die kannst du behalten. Ja, sehr gut, sehr gut. Danke schön. Ich bin gerührt, dass ich diesen E-Bund schließen durfte. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Und jetzt machen wir noch Party. Ich durfte es nicht machen. Ja, komm, gegen den Kaiser hast du keine Schnitte. Herr Pinsel, sie waren das Trauzeuge. Der wichtigste. Halt's Maul. Frank, ich bin froh, dass du dabei warst. Mein langjähriger Freund. Kein Problem. Komm, Pinsel, lauf rumzäumen. Findet für dich auch noch irgendwo eine. Das bekommst du so wieder. Ich hoffe, das ist dir klar. Hast du gehört, Madame? Das war doch wie geschmiert, oder? Ja. War die Hochzeit. Ja, voll schön. Ja. Schönes Kleid hast du an. Danke. Dafür, dass ich noch zum Kleiderland gerannt bin und meine letzte Kohle ausgegeben habe. Ist okay. Ja. Es gibt gleich übrigens noch Hochzeitviech, ne? Hochzeitsviech. Ich mag keinen Fisch. Ja, musst du jetzt durch. Hat keine Zeit für eine Torte. Boah. Gott, Alter. Herr Schalfa, vielen lieben Dank für 25 Euro, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und FreeMindInside, Dankeschön für den Prime Sub 10. Und Lazarus, Dankeschön für 10 giftet Zaps, Mann. Und Flosel, Dankeschön für 15 Euro. Das war's. Ich weine. 10 von 10. Und Cesar, Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen und Nightlight, Dankeschön nochmal. 1100 Bits. Es gibt übrigens gleich frische Viech. Okay. Viech, Viech, Viech. Können wir uns dann... Wir treffen uns nochmal bei dem... Bei Harmony, ne? Ja, okay. Hast du gehört, Mila? Oder fährt der Hank? Hank fährt. Hey, magst du? Gibt's schöne Brotläden, Alter. Wir treffen uns nochmal in Harmony. Das war doch ne schöne Hochzeit. Kommt in die Arena jetzt mit, oder? Macaroni, kommst du mit? Naja, ich hab grad hier nichts zu tun. Ein paar Tanken haben wir uns wieder ab, okay? Ja, morgen. Okay. Aber diesen Sandbuch schnappen wir uns doch noch, ja? Na klar. Na cool. Ja, das haben wir ja gut gemeistert jetzt. Einfach innerhalb von 10 Minuten geheiratet. Ja, ich mein, wenn man den Kaiser schon mal da hat. Eben. Hat er auch super gemacht. Oh Gott, was denn? Oh Gott, aua! Oh. Die Salze. Macaroni, du Wechser! Ach, komm, den schlagen wir zusammen. Du kriegst jetzt so auf die Fresse, ne? Das gibt jetzt so aufs Maul. Das stimmt nicht mit dir. Warum seid ihr auf einmal stehen geblieben? Hast du nicht... Haia! Bam! Hast du nicht die ganzen Kampfs gesehen? Ja, der hält man doch nicht an. Ich bin frisch verheiratet und du bummst mich von hinten. Seckst du noch ein sauber? Ja, das braucht es noch. Echt mal, du Orschloch. Das zahlst du. Das klären wir nach der Hotzeitsfeier. Ja, das klären wir noch. Das klären wir noch. Ich geh ins Hotel Penn. Aber steigst jetzt mal zu. Hättest du nicht noch mitkommen, Kenny? Ich geh Penn. Ah, das war ein komischer Tag. Gute Nacht. Die ganzen letzten Tage sind schon so, Kenny. Ja, deswegen. Dieser komische Beef und keine Ahnung. Ja, ohne gar keine Ahnung. Wir reden morgen. Alles klar. Kriegen die Leute immer schlechte Vibes? Ach, heute ist ein komischer Tag. Wie, heute ist ein cooler Tag. Ja, aber auch komisch. Ja, stimmt. Am besten war der Typ vorhin. Ich halte ihm nicht nachher ins Gesicht. Der ist immer noch da. Ja, manchen Leuten interessiert das nicht. Die sind alle verrückt. Sie beide da drin. Was ist denn das? Brennen sie durch? Das ist ja ein Sakrileg, ein Skandal. Meine Braut fährt mit mir. Let's go. Sofort aussteigen, die Dame. Warte, dann fahr ich denn. Dann kann Heng sich neu holen. Ja, der ist auch grün. Das gefällt mir. Later, Heng. Ich meine, hast du gesagt, du versuchst es? Ja, bitte. Scheiße, wir müssen tanken. Fahr'n kurz tanken. Was versuche ich? Wo war? Was ist denn mit der Karre? Die ist irgendwie kaputt. Nee, die ist fehl, glaube ich. Also, wir sind hier und da ein bisschen gegengerammt, aber das hat Spaß gemacht. Oh, du kommst. Wo ist der Pinsel? Also, nur mal so eine Frage. Sind eure Karren auch alle leer? Ja, der Pinsel muss kommen. Pinsel, du musst die Karren tanken hier. Ja, ich stehe bei der Tankstelle. Die ist direkt links von dem Ort. Welche Fahrer, wo hat deine Karre? Rot. Menschen, du bist bei der falschen Tankstelle, direkt neben dem Parkplatz, Eino. Hä? Nein, ihr seid bei der falschen. Ihr seid ganz dahinten. Gänse, wir sind zehn Meter von der Garage entfernt. Ich bin näher, schwör ich dir. Komm mit! Nee, du bist nicht näher, du bist da ganz hinten. Nee, ich bin näher. Ich schätze Mila auf dem Hals. Hier. Hier. Ach, geh weg! Rot. Ich konnte nicht bremsen. Reflexe wie die Katze, oder? Okay, Pinsel, du musst tanken. Doch näher. Ist der Margarino dabei? Ich glaub schon. Wo ist denn der? Hier. In Taxi, Taxi. Ist der jetzt happy? Holt euch mal alle so ein Auto. Jupp. Ich tanke euch das nun voll. Jupp. Ich bin deine Frau offiziell. Ich hab aber Beamten voll schon geheiratet, falls du es vergessen hast. Ja, das war illegal. Das war ja nicht mal ein richtiger Pister. Na klar war das ein richtiger Pister. Der Name nur erschwert. Als ob das ein richtiger Pister war. Doch, das ist der Kaiser. Weine auf der Hochzeit. Weine. Weine. Das waren keine Schuhe. Das waren unsere besten Freunde. Weine. Ja, ja, gewiss doch. Aber jetzt sind wir offiziell, offiziell. Ja. Offiziell, offiziell. Jetzt gehen wir uns noch crashen. Und danach machen wir uns Pizzawolz. Und weinen uns Raptoon. Ja, ich geh jetzt pennen. Ja, wie? Ich dachte, hallo. Du kommst mit. Und ja, nur Spaß. Hast du mich gepankt? Gepankt. Lass mich nicht panken. Say hello to the crowd. Sonst lass ich mich scheinen. Dann krieg ich 50% von das, was du hast. Ja, was? Du lässt dich nicht scheinen. Dann pengt mich nicht. Oh, der hat einen Ehevertrag, Mann. Wir brauchen einen Ehevertrag. Nö. Ich will nicht so enden wie Wade. Ich mach keinen Ehevertrag. Hättest du dir vorher überlegen müssen? Okay. Ja, ich bin super glücklich. Jetzt mal. Okay. Das ist so schön. Es gibt übrigens Hochzeits-Fich. Wenn du einen Fich haben willst, dann muss ich melden. Ja, aber Vorsicht, Simonell. Na, Vorsicht. Ja, jetzt ist es egal. Ja, bitte ich. Ja, die kriegen ja nicht von euch. Ja, gib mir einfach Geld. Hinten anstellen, bitte. Ich schmeiß einfach den Fich in die Menge. Ist das frischer Fisch? Na klar, ist das Fich ein Fisch. Tango. Fang. Ist aber über meinen Kopf, also. Ja, das war ein roter Arsch. Wir haben schon 10 Dollar eingenommen in unserer Hochzeit. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Und warte mal, ich habe auch ein paar Hochzeitsgeschenke, natürlich. Der kann ich endlich machen. Ja. Der Feind kriegt auch Fich. Natürlich. Ja, erstmal. Oh. Unicorn-exklusive IP-Karte. Das darf ich nicht. Ich bin verheiratet. Ich habe noch was Besseres. Hier, warte. Ich würde es nehmen. Okay. Du willst uns Unicorn? Ja. Dankeschön. Ich kann mich gut gebaut. Mila, ich habe noch ein Geschenk für dich. Ja. Mein Hochzeitsgeschenk. Weil du dich irgendwann mal dazu entscheidest, dich bei Dr. Chaco operieren zu lassen. Hier, zwei Brustimplantate. Danke. Bitte. Warte mal, passend zu der Hochzeit. Hier, bitteschön. Boah, die lasse ich mir in die Knie machen. Die sind hier voll spannend. Käppinze, wie sieht es aus? Alle voll getankt. Ja, dann sind die auch alle an? Nö. Ja, dann musst du die jetzt anmachen, weil du. Oh, ich hatte mein Leben. Aber das Leben geht nicht bis zu. Mila, du musst selber fahren. Jetzt mal. Kannst du selber fahren, Mila? Nö, kein Bock. Ich weiß ja nicht mal, wohin. Na, zangst du jetzt. Doch, du warst doch schon mal mit. Weißt du noch mit Pinseln? Ja, ich merke mir doch nichts. Warum? Das Einzige, was ich mir merke, ist, wenn ich Durchfall habe für meinen Arzt. Okay. Und hast du jetzt keinen Durchfall? Ja. Aber ich habe Pampers an. Was soll ich sagen? Dein Po ist an dem Hochzeit klein so gut aus. Ja. Pampers, make it happen. Make it happen. Oh Gott. Oh Gott. Das sind aber nicht viele Ruhe. Ich glaube, das hat ja Morales falsch gestanden. So, und hier fahren wir dann so. Ja, aber die sollten großflächig verteilt werden. Ja gut, aber das ist ja auch keine große Fächer. Machen wir schon. Ich trainiere schon mal. Du meinst, du machst das Auto schon mal kaputt? Ja, deshalb bleibe ich jetzt besser hier. Du hast einfach eine Blitzhochzeit gemacht. Ja. Wurde dir auch Zeit, dass wir mal heiraten. Ich bin die Frau, die du geheiratet hast. Ja, schon zweimal. Opfer. Warum sagst du, fuck dich, warum nennst du mich immer Opfer? Ich weiß nicht, das ist sowas wie ein Liebesversprechen. Dann kannst du ein Schermann net zu mir sein. Hm, ich schiebe dich. Ich schiebe, oh, opfer. Weißt du, wie es sich anfühlt? Hallo, Hacki. Das war wunderschön. Danke. Kein Problem. Danke, dass du einen mitgenommen hast, Mieler. Halt den Mund. Halt den Mund. Jo, scheiße, was machen wir jetzt? Wir rammen uns jetzt. Das ist Crash-Derby hier. Das ist ein Crash-Derby. Wir müssen euch gegenseitig rammen. Nein, noch nicht. Ja, let's fast. Dann komm, halt. Du weißt, wo du ist. Okay, wer gibt das Startsignal? Dann komm vorbei. Weißt du, das ist ein Auftrag für uns. Was ist das? Wir feiern gerade Hochzeit, John Dirk. Du hattest Mieler haben geheiratet. Genau, wir haben den nicht eingeladen, weil wir mögen den nicht. Ja, weil der ist der Opferpolizist. Was ist das? Was ist das? Können Sie, steig in die Karre ein, telefonieren dabei. Nightlight, Happy Birthday zum Geburtstag. Auf der Hochzeit-Familie und mir. Ja, okay, let's go. Let's go. Oh Gott. Oh Gott. Bam. Wer sich umdreht, hat verloren. Wer sich umdreht oder lacht. Oh Gott. Der Orang, nein, der ist nicht umgedreht. Ei, das ist unfair. Du musst dafür sorgen, dass die sich zuerst richten, dann mischen wir uns ein. Okay. Oh Gott. Bam. Scheiße, wir sind raus. Das hat keiner gesehen, oder? Ich meine, ich meine nicht einmal. Das hat keiner gesehen. Hör dich, Macaroni. Scheiße, Amigo. Oh Gott. Guck mal, der ist hängen geblieben. Ja, das ist der, der geburt ist. Ihr müsst uns gewinnen lassen, weil wir geheiratet haben. Genau. Wir brauchen Anlauf. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr von diesem... Oh Gott. Der holt es raus. Du bist raus, Apache. Alter, der pinnt schon recht. Das ist super schwer hier. Oh Gott. Mit den Rampen noch mehr, oder? Vorher war das ja einfach hoch. Nee, vorher ist überhaupt gar keiner gekippt. Jetzt kippt ein bisschen, Rachel. Echt? Ja. Weil das eine Mal, wo ich mit war, war, ja ganz schnell vorbei. Passt du, oder? Gott. Na, aber wenn man sagt, wenn man oben ist, dass man dann raus ist, dann geht das ja auch schon. Stimmt, das könntest du dem Pinsel gleich sagen. Mhm. Oh nein. Zum Beispiel wir und der Bauer und den Roten werden jetzt raus. Ja. Was, die kann das überhaupt aushalten, ne? Also bis hier... Ja, machen wir eine Ausnahme, genau. ...wege einer Krampe. Oh Gott. Sag mir. Aber nur... ...so den Weg... ...weiß ich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nila, sag. Nila hat eine gute Idee. Pass auf. Man... ...wenn man oben ist, ne? An den Seiten geht's ja hoch. Wenn man da oben ist, dass man dann ra... Hört ihr mich noch? Dass man dann raus ist. Außer hier bei der Rampe hinter uns. Dann nehmen wir den Weg quasi bis zur anderen Seite vom Weg. Und wenn man da drüber ist, ist man raus quasi. Weißt du? Okay, man ist raus, wenn ein Auto qualmt. Man ist raus, wenn man rechts und links an den Seiten hochgeschubst wurde. Man ist raus, wenn man auf dem Dach liegt. Und man ist raus, wenn man da vorne aus der Arena rauskriegt. Und warte, fahr mal uns nach. Ja? Fahr mal uns nach. Pia, na? Achso. Nee, zur anderen Seite. Fahr mal eben zur anderen Seite, damit ich denen das mit dem Weg erklären kann. Guck mal, Pinsel. Hä? Dass man ab hier so raus ist. So, dann können wir die Rampe noch benutzen. Aber ab hier, ab dem Wegende, ist man quasi raus. Okay. Und wo die andere Seite? Bei der anderen Seite, da wo die Zuschauer stehen. Also, äh, wo das Gerüst ist. Wo das Gerüst ist. Wir fahren da hin. Also quasi hier. Hier, genau. Bei dem Gerüst hier. Ja, genau. Also nicht in dem Gerüst, sondern bei dem. An die Grenze von dem Gerüst hier vorne. Der Strich? Da, wo die, hier die Zacken sind. Hier? Ja, genau. Genau. Die Zacken hier vorne. Hier so. Okay. Ja, finde ich gut. Hey! Dann können wir die... Vielleicht können wir noch fragen, ob die nochmal so ein, zwei Rollendingen machen. Einzel? Ja, und wenn du da drüber fährst, dann fliegst du immer ein Stück. Das ist voll geil. Das ist dann ein Färbiger. Aber wenn du raus bist, bist du raus. Wenn du raus bist, bist du raus. Mhm. Ich finde es gut, aber was hältst du davon, wenn man bei den Rollendingen, vielleicht noch links und rechts, dass man sozusagen quer fahren kann. Von links nach rechts noch rüber. Und wie so ein Plus aussieht. Weiß ich meine? Ja, ja. Ja. Du musst überquatschen. Das setzt sich. Aber du musst doch alles im Auge behalten, weil Curtis und ich haben uns überrollt und wir haben gesagt, das zählt nicht. Ja, aber das war ja nur ein Test, ja? Ja, das hier ist ja alles jetzt in Testphase. Ja, ich meine ja nur, wenn es live ist. Ja, dann passen wir mit auf uns. Echt? Fahren wir nicht mal? Ja, doch, aber wir sehen das ja dann. Hm, ja. Also hier wäre schon raus, ne? Hier wäre schon raus. Okay. Und hier auch? Hier wäre auch definitiv raus. Was ist denn für ihr? Macht ihr das heute? Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh Gott! dass wir wenn losgehen. Und hier darf man bis hier hin. Zum Ende von Wegen haben. Wir sind am Qualm. Wir sind am Qualm. Wir haben schon verloren. Boah. Boah. Wie findest du das? Die haben jetzt verloren. Die wollen jetzt raus. Ja stimmt, die wollen jetzt raus. Wir wollen aber auch raus. Ja schon lange. Wir qualmen ja auch. Eigentlich ist es gar nicht schlecht, wenn es ein bisschen länger dauert. Weil das macht Spaß. Ja. Vor allem hat man sonst eh nichts zu tun. Das ist doch knapp. Willst du auch mal fahren? Nein. Jetzt höre ich raus, ne? Ja. Was bist du im Essen? Liebe Käse? Meine Zehennägel. Mhm. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Nüffe. Willst du auch? Ja. Nüffe. Mach. Aaaaah. Aaaaah. Hm. Chappern. Chappern. Oh. Ja genau deswegen ey. Chappern. Perfekt. Na die Zuschauer gehen da oben hin. Da ist der Tribüne. Achso. Da oben kann man drohen. Ja da fliegst du nicht hoch. Wollen wir wetten? Wollen wir aus? Komm mir das schnell. Die wollen nicht hochfahren. Könnt es? Ja. Wir gehen hier oben drauf. Oben wo? Du kannst hier oben hochklettern. Mila geht nicht du vorne. Könnt es? Ja. Mr. Moales hat gesagt. Wir machen das erstmal so. Als Event so. Ja. Und wir gucken dann wie. Ob Veränderung und so weiter. Wir können ja auch ein Zeitlimit machen, ne? Was machen die da? Die versuchen da oben auf die Zuschauer Tribüne zu kommen. Oh Gott. Ja geht es dir gut? Richtig so ein Apatschen. Sehr gut gemacht. Warte dem geht es nicht gut. Dem Apatschen geht es immer gut. Pfff. 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 Hier vorne nochmal hin. Kommst du gleich nach? Wo genau? Hier Haie machen. Okay? Weil wir obdachlos sind. Okay. Dann penn in irgendein Gebüsch. Okay. Oder da vorne neben. Weißt du? Die zwei. Okay. Mach es. Ich leg mich gleich auch dahin. Du bist ein Opfer. Ich bin Beifahrer. Oh Gott. Jetzt geht es dir gut. Klar. Okay. Weiter geht es. Vielleicht wenn die. Ja ne. Das liegt wahrscheinlich nicht an der Reifen oder? Ne. Wir haben alle schon ausprobiert mit Tainats und so. Das ist wegen Frontantrieb, dass die hier so ein bisschen kleben. Ja. Müssen wir mal gucken. Komm. Warte mal. Wenn ich rückwärts mache? Äh auch nicht. Man bräuchte so Offroad krankenpinseln. Was denn? Ja. Da gibt es irgendwelche Weißen. Ich müsste mal gucken. Aber jetzt hast du die schon bestellt. Ja. Wir testen das jetzt erstmal so wie wir uns ist. Und dann. Ähm. Das Thema erstmal fertig. Jo das wird schon. Ja ja. Das macht doch. Verbessern kann man immer. Frag doch die Leute die jetzt gefahren sind ob das Spaß macht. Okay. Aber wir müssen die Autos hier stehen lassen. Die werden jetzt nochmal von Tainats. Ähm. Fit gemacht. Ja. Die können die komplett austauschen. Die sind Schrott. Ja. Und wie kommt die hier weg? Die haben überall Käfig. Nach Harmony laufen. Nicht weit. Aber ich geh jetzt gleich im Gebüsch hier pennen. Okay. Malte Mila. Wir machen einen Campingauszug. Wie war die Hochzeit als ich euch hier gerade geballert habe? Ja. Aber gut. Ich habe mich verhütet. Ich bin frontal rein. Ja. Aber auch nur für eine Minute wie immer. Ja. Also ich habe nicht. Normalerweise frage ich die erste. Ja. Das war einfach die Strecke die anders war. Da habe ich noch die. Und kick down. Dankeschön für die Wii Sub im 61. Und guten Tag. Guten Abend. Dankeschön. concentrate da ein und señor. Ich bin Tallinn. Dann daher steifen euch die Wasser drauf. Oh. Ich will nicht. Das wählt schon, Pinsa, das wählt schon. Wir können ja auch das Preisgeld nur für die Dingsmacht, für das Sanchez-Rennen. Ha. Muss man gucken. Willst du beide, wenn es geäußert wird? Ach so, hier sind zwei Events. Der andere ist eine Großstrecke hier drumherum. Weißt du, was ich mich gerade nur frage? Wenn die mit den Sanchez fahren, ne? So nach der ersten Runde weißt du, okay, du bist Erster. Aber bei mehreren Runden, wie willst du denn rausfinden, wer jetzt Erster war? Weißt du, wir haben ja keine Tabelle oder so. Kein System dahinter. Mhm. Aber da hast du dann Schüsse zu zweit drauf? Ja. Ja, stimmt. Dann fährt er ein Skidrächer mit. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber wie viele Leute fahren denn? Acht Stück? Dann brauchst du 16 Leute allein nur für das Rennen. Nö. Oder du machst immer nur eine Runde. Brauchst du acht Skidrächer? Man macht immer nur eine Runde und dann noch ein neues Rennen. Weißt du, in der ersten Runde willst du zum Beispiel Erster, dann fährst du in der nächsten nicht mit. Immer nur jeweils eine Runde. Oder mit einem Wechsel. Man fährt zu zweit. Das ist ja Elimination-mäßig von wegen der Letzte. Ja, genau. Das fliegt raus. Verstehst du, Pinsel? Ja, ja, ich verstehe. Die erste Runde ist, du bist Erster, okay. Du fährst die Nächste nicht mit, bis wir, sagen wir mal, acht fahren, bis wir vier Dings haben. Und die vier fahren dann nochmal gegeneinander eine Runde. Ja, genau. Ich verstehe. Und das könnte man dann nochmal machen. Wo ist Miele eigentlich? Die ist ein Gebüsch-Fan. Und das könnte man dann nochmal machen und dann die letzten drei Gewinner quasi fahren dann nochmal gegeneinander. Ja, oder pass auf, wir beide fahren zu zweit auf dem Bike. Wir fahren eine Runde, da müssen wir wechseln. Du musst ja nur zählen, wenn es gewechselt hat. Und die sind ja alle mit Farben. Da kann ich ja, das kann ich mir aufschreiben. Da mache ich Strichliste am Ziel. Gelb hat geschafft, Gelb 2 hat geschafft. Und so. Ja. Und bei dem Ding hier geht es dann, dann geht es ja nur um Spaß. Dann machst du zwei Runden und dann mit, dass die am Ziel sozusagen halten müssen, wechseln, also der hinten sitzt, ist dann der Fahrer für die zweite Runde. Also halt, dass die mit wechseln. So wie Mario K. Double Dich, wo die wechseln müssen. Ja, guck mal, wann willst du das machen? Keine Ahnung. Ich warte noch auf Live-Emilus, dass die Flyer fertig sind. Ich bin müde langsam. Und dann geht los. Okay. Dann ich leg mich jetzt hin. Okay. Ich will gerne wachen. Dann gute Nacht wünsche euch. Ich brauche noch die Nummer. Ja, gute Nacht. Ja, oh Hank, gib meinem Pinsel die Nummer. Meine. Klar. Ja. Psychopath. Gute Nacht. Ja, ja. Gute Nacht. So, Chad, morgen Montag ist Dodge immer. Oder Montags Dienstag, aber diesmal ist es Sonntag Montag. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. War ja doch noch ein sehr erfolgreicher Abend. Ich hoffe, dass der Pinseler dann gebacken bekommt. Vielleicht nächste Woche. Mit Demi Brand noch. Ja, wir sind jetzt in der Flitterwoche noch. Malta. Bisschen Casino, die Stars, Fortnite und so. Nightlight, ich mache immer zwei Tage in der Woche frei. Bei mir ist das so mit der Energie. Und an den zwei Tagen erledige ich dann immer Sachen, die ich über die Woche aufschiebe. Aber sonst lebe ich eigentlich nur für den Stream, Alter. Ich sage mir das. Ja. Ich weiß schon, okay. Ist gesund so, ja. Ich will nicht wieder wegbrechen und dann monatelang nicht da sein. Oder Wochen. Hat noch ordentlich geknallt. So, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Seid artig und lieb, wo ihr die nächsten zwei Tage unterwegs sein werdet. Lasst euch nicht anquatschen. Bleibt gesund. Und vielen lieben Dank für den Support. An alle. An wirklich jeden. Gute Nacht, Chat. Gucken wir, was das nächste Lied ist. Nee. 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 Machen wir dann so Oldscooting. Für Fortnite, Alter. Ist schon Schluss, ja. Gute Nacht, bye-bye. Cuscus. Genau. Nee. Ja. Nee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.